Hi, willkommen. Heute spielen wir Super Mario Sun Burn. Das ist ein Hack, der erstmal so klingt, als wäre es irgendwas in der Kaizo-Richtung, irgendwas super schweres. Aber tatsächlich wurde von Wait gemacht, der Hack oder Epic Wait. Ihr könnt es auf Gamebanana runterladen, ihr könnt danach googeln, ihr könnt auf den Link, der bei der Videoaufzeichnung Beschreibung ist, klicken. Und um es zu spielen, braucht ihr den Patcher, der beigelegt ist und eine ISO von Super Mario Sunshine. Ich vermute die US-Version. Leute fragen nach sowas nämlich immer, deswegen sollte ich es anmerken. Auf jeden Fall ist das ein Hack, der mehr oder weniger die einzelnen Level aus Sunshine Open World macht. Das heißt, man kann direkt in jeder Welt eigentlich alle Shines einsammeln. Ich weiß nicht ganz, wie es gehandhabt wird, wie bei Missionen, wie zum Beispiel in... Oh Gott, wo die ganze Welt voller Lava ist oder so. Ich weiß nicht ganz, wie sie das machen werden, aber das werden wir wohl herausfinden. Und das klingt dann an einer super interessanten Idee. Und man wird auch, wenn man ein Shines einsammelt, nicht aus der Welt rausgekickt. Und das klingt super cool und ich wollte es unbedingt spielen. Und ja, hier sind wir. An sich gibt es auch für Sunshine, an sich über Dolphin fürs Protokoll. Oh Gott, seht ihr? Ja, ihr spürt den Sunblend. Fürs Protokoll, es würde über Dolphin auch 60 FPS und ein Whitescreen-Code geben über Gecko, aber eigentlich nicht zum Laufen bekommen. Deswegen werden wir darauf verzichten. Okay, warte. Ich will erst mal... Moment. Nein! 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 Okay. Nein, noch nicht. Ich will ja gegen den Block springen. Okay. Was ist das? Das ist nicht das eigentliche... Oh nein, wir sind im Titus Street unterwegs. Hey, du da drüben. Okay, das ist mein Lieblingslevel. Ist das wirklich so eine Insel im Hintergrund im Titus Street? Das gefällt mir. Sunburn klingt so, es würde einiges erschweren. Ja, es klingt so, aber es sollte eigentlich nur alles erleichtern. Okay, kann ich hier hoch? Das ist nicht ganz, was wir machen wollten, aber... Hallo. Oh, oh. Das ist eine sehr lange Textbox. Oh, es ist... Wait. Okay. Oh, ich will keinen... Wie resette ich? Ja? Das ist der Shortcut, um zu resetten, einen Dolphin. Ich glaube, ich will die... Wenn er sagt, das ist eine sehr lange Textbox-Warnung, dann ist er der Zeit, für uns zu gehen. Ehrlich gesagt. Ich weiß, die an der Arbeit zu schätzen, Wade. Ich weiß, das ist wirklich zu schätzen, aber... Ich will das Spiel spielen. Und keine lange Geschichte hören. Gleich wird Dolphin sich wieder fangen. Okay. Der Willkommen, Crono. So, startet ein richtiges Spiel. Was wäre jetzt der Joke? Das ist... Wer hätte den Joke doch anhören sollen, das stimmt. Das war mein Fehler. Wie auch immer. Leidet euch selbst runter, wenn ihr das herausfinden wollt, was der Joke ist. Und man kann auch direkt die Cutscenes zu Beginn skippen. Das heißt, das wird unser Leben ungemein erleichtern. Ich werde übrigens einfach in diesem Stream mal davon ausgehen, dass ihr mit Sunshine vertraut seid. Und nicht allzu viele Dinge erklären. Ich hoffe, das ist okay für alle Beteiligten. Denn wenn es nicht okay ist, dann... Es tut mir wirklich leid. Aber Sunshine ist ein nettes Spiel. Ich wünsche dir, die X-Achse wäre invertiert. Oder nicht invertiert. Was auch immer das ist, das sich für mich richtig anfühlt. Ich werde mir das nicht merken. Skippbare Katzen ist Blasphemie. Yeah. Ich habe mir heute auch vorgestellt, dass diese Eggman auch nur halb so gut funktioniert, wie ich das denke. Ich habe mir vorgestellt, dass der super spaßig ist, um Speedruns zu machen. Sunshine ist nämlich an sich... Ich glaube, es ist nicht das coolste Speedrun-Spiel. Aber schon allein die Tatsache, dass man hier, wenn man 70 Scheinster direkt zu Bowser gehen und das Spiel durchspielen kann. Ist halt super cool. Die Katze mit den Auge-Ohringen von Peach. Wir haben sie leider nicht gesehen. Es tut mir leid. Außer von der Phönix für 92 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Und schon haben wir einen Schein-Sprite. Es sind nur noch 69. Dann haben wir es geschafft. Ich finde es immer noch seltsam, dass da Schein steht und in unserer Version steht immer Bravissimo. Das wurde aus Bravissimo. Oh. Äh. Was muss ich jetzt machen? Hallo? Kann ich jetzt direkt wieder zu... Ich kann... Das Boot ist direkt da. Das heißt, ich könnte jetzt auch schon die... Warte. Kann ich jetzt auch schon die 8 roten Münzen holen? Hier gibt es nämlich einen Schein-Sprite, den man tatsächlich holen kann später. Ist das schon möglich? Ich sehe den roten Schalter. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo der sonst im Spiel ist, ehrlich gesagt. Wo ist der rote Schalter? Ich glaube, der müsste hier sein, oder? Wenn man die Insel noch mal besucht. Ich vermute mal, das können wir erst später machen, weil wir jetzt der Flugzeug diespawnen müssen oder sowas. Bisschen seltsam, aber okay. Fahren wir mit dem Boot zurück. Außerdem von Kurohana, für Forte Reset und von Ruppi 8 Monate dafür. Wie viel lieben Dank. Für Sunshine so schön zum Durchspieler. Schrecklich für 100%. Ja, ich habe bei Sunshine auch nie 100% geholt. Blauen Münzen sind mir halt da zu blöd. Okay, hier ist die Katzin. Für die Katzin gibt es bei Speedruns mittlerweile Safe-File. Oh ja, das weiß ich, dass das existiert, aber es ist trotzdem sehr eingeschränkt, was die Route angeht, weil man überall die sieben Dinge zahlen muss. Aus dem Sinnlosen Hipster ist er abgegiftet für Albreed272. Wie viel lieben Dank. So, dann schauen wir uns doch hier mal um. Können wir schon direkt in alle Welten? Nein. Ich meine, wir werden dann wohl, denke ich, direkt zuerst in die erste Welt gehen. Schon relativ. Oh, warte, wir müssen ja erst noch... Oh. Wir haben ja storytechnisch noch ein paar Dinge vor uns. Ich fand mich übrigens, ob Leute Sunshine mehr mögen würden, wenn sie verstehen würden, dass man Y drücken muss, um vernünftig in Third Person zu zielen. So sagte ich mich immer wundern, weil ich sehe immer, dass viele Leute Probleme haben zu zielen in dem Spiel. Sie lassen immer nur R gedrückt. Und ich hatte das Gefühl, es würden besser mit zurechtkommen, wenn sie die Steuerung richtig einsetzen würden. Aber das ist nur so am Rande. Ich meine, da hat das Spiel immer noch ein paar Probleme. Aber es hat doch viel Charakter. Und ich glaube, der Dingens sollte einen Lebensbalken haben, was ebenfalls ziemlich cool ist. Aber schauen wir uns das Ganze erst mal an. Ah, das... Schultertasten funktioniert ja nicht ganz so gut mit dem Dox-Bone-Controller. Yeah, seht ihr das? Yeah, seht ihr den Lebensbalken? Das ist so eine kleine Änderung, aber sie ist fantastisch. Das ist eine kleine Änderung, die sehr viel bewirkt. Das ist, weil es es sehr viel angenehmer macht. Vor allem, wenn man, äh... Das passiert, wenn man nur R drückt. Wenn du ganz durchdrückst, dann steht ja so da und du kannst versuchen, so zu zielen. Aber das ist halt ein bisschen seltsam im Vergleich dazu, wenn man mit Person geht und damit dann direkt zielt. Ich habe das Gefühl, dass es eine Sache, die vielen Leuten Probleme macht. Und damit meine ich, das habe ich öfter in Videos gesehen. Ich dachte mir immer, drück doch Y! Außer von Unheilspilz 200 Bits. Bibi lieben Dank. Also, erste Welt. Schauen wir uns das Ganze an. Wir sollten uns langsam und sicher voran arbeiten können und dann am Ende mit, ähm, bei Pity Piranha landen. Bei Mutant Turanha. Spricht man sie Mutant Turanha oder Mutant Turanha aus? Schaut es euch an da oben. Oder ihn. Für mich war es immer eine Sie. So, womit wollen wir anfangen? Ich würde fast sagen, wir, äh, wir versuchen, die Raketendüse zu holen und dann genehmigen wir uns ein paar rote Münzen. Würde ich einfach mal behaupten. Denn sie sind gerade mitten auf dem Weg. Okay, Raketendüse ist direkt da drüben. Lass mich das doch direkt mal versuchen. Komme ich so ran? Nein! Nein! Ich kann nicht ganz ran. Äh... Ich glaube, ich muss von hier aus aber einfach rüberkommen können. Finden wir es ja raus. Ich fand Sunshine... Sunshine ist abwechslungsreich. Wollt ihr sagen, dass Sunshine nicht abwechslungsreich ist? Liegen falsch. Denn, äh, es sind so viele verschiedene Level mit dem Urlaubs-Setting. Komm schon! Also, von Schicke da. 50 Monate. Three sub. Vielen, vielen Dank. Willen streamen wirklich gern. Schauen wir mal, mein Internet sagt sogar bei 160p. Nein. Oh, das ist bitter. Das ist ein bitteres Internet. Ich werde hier einfach mal ohne Grund, äh, entlang spülen. Aber ja, was ist halt hier davon, wenn wir mit den, äh, roten Münzen... Äh, doch, sind rote Münzen. Mit den roten Münzen anfangen. Ich denke, das ist ein acceptabler Plan. Auch wenn ich, äh, mir fast wünsche, ich hätte vielleicht die Raketendüse ein bisschen später geholt, aber... Alles gut. Nimm dich mit. Nummer 3. Äh, was wir spielen, Super Mario Sunburn, wisst ihr was? Ich sollte es in den Titel schreiben. Moment, lass mich das kurz ändern. Leute fragen zu viel. In Klammern. Sunburn. Okay. Das Problem ist, es kam vor, äh, also worüber ich das gefunden habe, es war wahrscheinlich, vielleicht haben wir es auch gesehen, es gab so ein Video, es war irgendwie die Nintendo Fangames Direct quasi, haben sie ein paar, äh, Fangames gezeigt, an denen aktuell gearbeitet wird. Manche sahen cool aus, manche nicht ganz so sehr, aber, äh, da waren auch ein paar Sunshine Hacks dabei. Und, äh, einer der rauskam, war zum Beispiel die erste Demo davon, war Super Mario Eclipse. Ups. Und das spielt, und da ist die Sache, dass es, äh, nein, Mario, mhm. Bin ich der größte Fan davon, das Spiel mit dem Xbox-Controller zu spielen, so am Rande. Ähm, genau, und da ist die Sache, dass sie einfach, äh, das ist ein Hack ist, der alles im Spiel neu macht, neue Welten und sowas. Und der, wo hier wurde auch angekündigt, ich habe das Gefühl, dass, äh, Sunburn interessanter aussieht. Aber sind beide interessanter. Ich sollte vielleicht beide mir mal anschauen. Hat die Map nicht zweimal rote Münzen? Yeah, die anderen roten Münzen sind, äh, rüber, wo gerade die andere, ähm, Schleimpiranha-Pflanze ist. Okay, komm schon, Mario. Okay, so komme ich nicht ganz nach oben. Ja, das ist alles lang nicht mehr gespielt, okay? Zu meiner Verteidigung. Ach, komm schon. Nein! Mario. Weiß nicht zusammen. Können wahrscheinlich auch schon drüben, äh, Mutanturana aufwärten, mal genau, Überlegung. Da drüben ist noch eine rote Münze. Nein! Die habe ich vergessen. Ich meine, nur wer die separat gezählt hat, kann man die mixen. Ich bin mir sehr sicher, dass die separat gezählt werden. Ansonsten würde das nicht wirklich Sinn ergeben. Okay, wisst ihr was? Wenn ihr das wollt, können wir nachschauen, was passiert, wenn man die roten Münzen mischt. Dann nehmen wir von drüben eine mit. Äh, dann machen wir das hier auch direkt erst mal. So, wie machen wir die Mission am besten? Es gibt ja natürlich viele Wege, wie man sich sein Leben erleichtern kann. Mir ist heute danach zumute, einfach hier zu stehen und, äh, rauf zu schießen. Ich glaube, ich habe die Mission noch nie so gemacht, als ich vor der Pflanze stand. Äh, es gibt keine neuen Missionen und, äh, es sind keine kleinen Änderungen, die sie gemacht haben. Was die, äh, tatsächlich große Änderungen sind, werden wir gleich sehen. Du bist selber neugierig. Ich bin nicht so neugierig, aber wenn ihr, wenn ihr wollt, dass wir es nachschauen, können wir es gerne nachschauen. Ich bin mir sehr sicher, dass es zwei verschiedene Anzeigen sein werden. Aber wie gesagt, ich habe, ich habe nichts dagegen. Wir werden sowieso beides noch machen. Und hey, unser erster Schein, Sprite. Ich meine natürlich Insignia der Sonne. Yes. Nummer eins. Und wir können kurz speichern, wenn wir das wollen. Und es geht weiter. Oh, das ist das Leben. Das ist das Leben, sage ich euch. Darauf, darauf, darauf habe ich so lange gewartet. Auf etwas in der Richtung. Oh mein Gott. Au. Oh, man wird hier von Mutanturanna angefeuert. Das ist nicht nett. Scheinbar sind die roten Münzen noch nicht da. Ich vermute, die spawnen erst, wenn man die anderen gemacht hat. Tut mir leid, an der Stelle. Oh, und wenn man blaue Münzen einsammelt, kommt übrigens kein willst du speichern Dialog, sondern das Spiel läuft einfach weiter. Was denke ich auch für sich ganz angenehm ist, ehrlich gesagt. Mein Gott, blaue Münzen einsammeln, kommt jedes Mal die willst du jetzt speichern, Münzenmeldung. Das ist auch ein bisschen nervig. So, ein ganz kleines bisschen. So, ich glaube, ich werde einfach hier rüber gehen, den Weg. So. Moment, mir fehlt noch eine Münze. Nein! Mir fehlt eine Münze. Warum sagt das niemand? Ich dachte, sie werden übrigens für die verschiedenen Münzenarten einfach zwei verschiedene Zähler haben fürs Protokoll. Oh mein Gott, es fühlt sich so viel besser an, blaue Münzen einzusammeln. Ich habe trotzdem nicht vor, alle mitzunehmen, weil, komm schon. Aber, dennoch, es wäre angenehmer, wenn ich das machen wollen würde. Ich will nur nicht. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Da drüben sind ein paar Wolken. Wo führen die Wolken hin? Sind da immer solche Wolken? Also da, wo man Mutantyranath zum zweiten Mal antrifft. Oder sind die neu? Sind wir da gerade echt unsicher? Ich glaube, ich werde einfach rüberschauen. Sie soll so, ob es einen Unterschied machen würde. Ach, komm schon, Mario. Muss schon ein bisschen kooperieren. So ein ganz kleines bisschen. Au. Da ist ein blauer Vogel hier oben. In jedem Level gibt es 30 blaue Münzen, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, es sollte, ähm, ungleichmäßig verteilt sein. So, dann schauen wir doch da mal rüber. Lass mich erst noch mein Wasser auffüllen. Vielleicht können wir dann direkt das Rematch gegen Mutantyranath machen. Ich meine, das ist nicht das Leben. Ich hoffe, du hast dich eingecremt. Ich habe mich so dermaßen eingecremt und der danke für die drei Jahre Resub. Warum sind hier Wolken? Sind hier immer Wolken? Nein. Mario! Nein! Okay, ich weiß es nicht. Hm. Okay. Aber hey, wir könnten da hin, wenn wir wollen. Will ich da hin? So was, wir schauen direkt rüber. Ja, jetzt, wo ich sowieso rausgekickt wurde. So. Machen wir das mal eben. Wenn man nicht rausgeworfen wird, ist so viel besser. Also, das war für mich das Schlimmste an Sunshine. Ich meine, jetzt generell ein Problem an den, äh, bei dem Mario spielen, würde ich sagen. Apropos, äh, weil Fully und Johnny davon letztens, äh, viel geschwärmt haben, habe ich mir Bowser's Fury gekauft, beziehungsweise Ready World of the Switch, wo Bowser's Fury natürlich dabei ist. Und das können wir auch demnächst beim Stream spielen. Beziehungsweise, ich habe es mir explizit gekauft, damit ich es demnächst beim Stream spielen kann. Soll sowieso nur so, äh, nur so vier Stunden lang gehen. Machen wir nicht heute, aber generell, das sind nichts beim Machen. Du hast bestimmt schon zu immer gesagt, was genau macht der Hack. Äh, der Hack macht Sunshine quasi mehr oder weniger zu Open World. Äh, das heißt, man kann alle Shines direkt holen, wenn man in der Welt drin ist und man wird, wenn man Schein aufsammelt, nicht rausgekickt. Und, äh, das macht das Ganze ziemlich interessant, würde ich einfach mal behaupten. Also, von Art is live, er frischer Sub. Vielen lieben Dank. Oh ja, und wenn man 70 Shines hat, äh, kann man direkt zu, ähm, Bowser gehen. Ich habe die 70 Shines als, ähm, Ziel gepatcht. Denn das ist das sinnige Ziel. Mal schauen, wie viel wir heute machen werden. Ich denke, ich muss auf jeden Fall erst, äh, jede Welt mal ein bisschen anschauen. Was können wir hier schönes machen? Können wir direkt? Sind die Jungs schon da? Nein, da ist eine Turbodüse. Können wir direkt das Rennen machen? Dann würde ich nämlich direkt mal rüber düsen. Ey! Dann schauen wir uns das mal an. Vermute, das ist der Satz für die, äh, Dingens hier. Oh, 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 wird das gut gehen? Versuchen wir unser Glück nicht zu sehr herauszufordern. Okay. Langsam aber sicher. Oh, oh. Das, 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 das war nicht gut. Außer von, äh, Rocket, äh, X2, äh, 3, 2, 200 Bits, Bibi, lieben Dank. Es sind halt irgendwie auch nicht direkt alle Missionen zugänglich. Ich habe das Gefühl, man muss sich da noch eine gewisse Logik angewöhnen. Ich meine, es geht logischerweise nicht direkt alles auf einmal, aber ich bin mal gespannt, wird der Schleim am Boden verschwinden, wenn ich den Blooper gekillt habe? Ich meine, sollte er, oder? Wird das, geht das ohne, als ich rausgekickt werde? Versuchen wir das doch direkt mal herauszufinden, indem wir unseren liebsten Bosskampf machen werden, den wir danach noch zweimal machen müssen. Ihr könnt von hier aus wahrscheinlich auch direkt in das, äh, Secret-Level rüber. Und ja, das ist übrigens der Weg, wie ich das hier immer mache. Das Protokoll. Ich bin mir sicher, ihr habt, äh, euren eigenen Weg. Das ist generell sozusagen. Ich habe das Gefühl, jeder hat seinen eigenen Weg, wer dieses Level macht. Aber das war meiner. Okay, Blooper. Dann reißen wir ihn den Arm aus. Was ich hier immer noch für ziemlich brutal halte. Nicht jetzt. Nein, der hat losgelassen. Mario, was soll das denn? Äh, okay. Dann machen wir das. Nein, 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 nein Dachte ich zumindest, aber das ist okay Ich kann mich auch einfach damit erwischen Und wir haben ihn Die kleinen hinteren Richtig Ich glaube er hatte hinten an seinem Gesäß noch ein paar Tentake Wenn ich genau drüber nachdenke, ich bin mir nicht sicher Wenn ich das einsammle Verschwindet dann der Schleim am Boden Diesen Boss können wir auch gut in Isaac einbinden Irgendwie, nein, nein Das könnte man nicht Der Schleim bleibt noch da, okay Vielleicht muss man dafür dann wirklich raus Nachdem man den Blooper einmal gekillt hat Ich schätze mal Dieses perfekte Open World Kann man dann doch nicht so ganz machen in dem Spiel Ich meine, der gibt Sinn Dennoch ein bisschen enttäuschen Muss ich ehrlich gestehen Außerdem Ragnarrens Hat der Kona erklärt, er ist abgegiftet Wie viel lieben Dank Wie viel lieben Dank Au, hey Geh mal weg Was soll das? Warum ist die Kamera komisch? Warum ist die Musik weg? Das ist ein bisschen sehr seltsam gerade Aber okay Gehen wir da einfach rüber Alles so Damit ich hier rüber komme Ich glaube es sollte er hinhauen Yes Okay Manchmal stelle ich mich bei dem Level gut an Und manchmal stelle ich mich bei diesem Level erschreckend schlecht an Das heißt wir werden einfach mal sehen wie es laufen wird Ich denke es ist Es ist alles möglich Es ist alles machbar Ich werde auf jeden Fall das One Up da drüben mitnehmen Denn ich vertraue mir selbst nicht Und für das Protokoll Ich habe nie die Mission gemacht Wo man die 8 roten Münzen in diesen Leveln sammeln muss An denen war ich nie interessiert Sollte ich mich schämen Dass ich nie Sunshine gespielt habe Es aber rumliegen habe Nein Keine Ahnung Was heißt Sunshine Das ist nicht das Spiel das alle Leute ohne Zweifel mögen Der Dank wird die 5 Euro So Weit so gut Okay Die Perspektive ist ein bisschen seltsam Aber Mario klebt hier auch ein bisschen am Holz Liegt wahrscheinlich daran Dass er so verschwitzt ist Ich meine Er ist immer noch im Urlaub Oh oh Okay Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Alles unter Kontrolle Yes Und da ist eine Röhre Warum ist da eine Oh Mit der Röhre kann ich da direkt wieder rausgehen Die Lübe fand ich schlimm Das kommt drauf an Das ist glaube ich so mit das Schlimmste Ehrlich gesagt Warum speichere ich eigentlich jedes Mal Und da hauen wir ab Aber jetzt kann ich was auswählen Okay Interessant Interessant Der Sandvogel ist am schlimmsten Den Sandvogel fand ich nie so schlimm Ich habe nie ganz verstanden Was Leute daran so übel finden Können wir direkt die roten Münzen mitnehmen hier Das finde ich ganz cool Nicht wirklich oder In roten Münzen ist hier so ein roter Schalter am Boden Der gar nicht aufzufinden ist Na gut dann Schätze ich dass ich mal das Rennen in den Angriff nehmen werde Ich habe das Gefühl Das Level ist nicht so sehr open world Wie man sich das wünschen würde Ich meine es hat auf jeden Fall den Vorteil Dass man nicht rausgekickt wird Das heißt das weiß ich schon mal zu schätzen Okay Dann versuchen wir das Ich werde dir nur einen Schein holen Denn für den zweiten bin ich zu schlecht Oder bin ich den zweiten holen Wir brauchen nur 70 um das Spiel durchzuspielen Ich kann eigentlich machen was ich will Diese Zusatzmission zu machen Ist nicht mehr komplett bedeutungslos Genauso wie blaue Münzen einzusammeln Fällt mir gerade auch Bei dem gelben Blooper ist übrigens die Sache Dass er langsam und schnell sein kann Man kann mit ihm nämlich Je nachdem ob man nach oben oder nach unten drückt Abbremsen und beschleunigen Yes Seid ihr davon Aber die Pachinko Maschine aus dem Spiel war absolut fürchterlich Ich glaube man muss unter 35 Sekunden sein Wird man den zweiten Schein bekommt Wie bekommt man den zweiten Schein hier Was muss man dafür machen Die schlimmste Mission Mal nachher Pachinko Pachinko Maschine ist ganz eindeutig Unter 40 Sekunden Unter 40? Das schaffe ich Ich denke es gibt ja nicht mal Zweifel daran Ehrlich gesagt Pachinko Mission funktioniert einfach überhaupt nicht Ich finde sogar die Seerosen weniger schlimm So Die Jungs sind gar nicht hier Muss ich zum anderen Blooper nach oben Wie komme ich zu dem überhaupt hoch? Ich habe die Raketendüse noch gar nicht Woher kommen wir in die Raketendüse hier? Okay Service holt uns die Raketendüse Danach überlegen wir weiter Ich war unter 40 Sekunden Ja ich war bei 37 Mario Bleib, bleib bei uns Mario Mein Lieblingsser war das Hotel Oh mein Gott Das Hotel finde ich am schlimmsten Das Hotel ist so super eintönig Es passiert halt nichts interessantes Beziehungsweise der Bosskampf ganz am Anfang ist cool Danach ist einfach nur noch alles nervig Deswegen hier entlang Oh Gott Auch hier ist wieder die Sache Ich glaube es gibt hier wieder Millionen Wege Die man gehen kann Aber da ist der Leiter Warum ist da eine Leiter? Hey Was ist denn mit der Leiter da drüben? Nein Okay wir gehen zur Leiter Ich habe gerade beschlossen Warte kann ich überhaupt zur Leiter? Ich brauche die Raketendüse dafür Wir brauchen jetzt die Raketendüse Sonst können wir nirgendwo hin Okay Konzentration Ich muss nur den Haken springen War im Hotel nicht die Buhus? Yeah Und dementsprechend auch der Lamex der Bosskampf im Spiel mit dem König der Buhus Okay Ich weiß wie wird Paco Fortuna gelöst Keine Ahnung Ich denke man muss halt auch immer Es läuft nicht ganz ohne dass man ein paar Missionen auswählt Aber man wird nicht rausgekickt Auch wenn es bei manchen Missionen so wirkt Als ob man an dem Punkt noch einfach rausgekickt werden könnte Aber das ist okay So Ich weiß ja was Was ich sonst immer versuche ist hier das so zu machen Dass ich von unten direkt an den Schein Sprite ranspringe Aber das geht nie gut Deswegen werden wir jetzt die Mission einfach mal richtig machen Wir können auch schon das mit Yoshi machen Aber ich will das mit Yoshi nicht machen Das ist nicht so spaßig Mission ist halt so viel einfacher wenn man sie richtig macht Als wenn man sie über den dummen Weg macht Ein dummer Weg dauert einfach fünfmal länger Aber ich kann dafür sagen Hey Weißt du was ich für einen dummen Weg gerade gemacht habe? Hey 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 Lass mich bitte in Ruhe Au War ich halt eine blaue Münze? Aber ich kann hier nicht nach oben Warum kann ich hier nicht nach oben? Was ist überhaupt da unten? Ist das neu? Sollte ja nicht sein oder? Okay ich bin sehr verwirrt Ich bin sehr 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 verwirrt Was ist das? Das kickt Mario noch Damit holen wir Mario Morgana oder? Komm schon Nein Nein das ist einfach nur Oh ja Man kann auch die hunderte Münzen immer holen Ich vergesse nur immer Dass hundert Münzen Missionen im Spiel eine Sache sind Weil ich die nie mache Blaue Münzen sind nicht nutzlos Wenn ich 70 Shines habe Kann ich zum letzten Boss gehen Blaue Münzen sind sogar sehr nützlich Der Cheese Schutz Das ist ob der nötig Weil der Cheese dauert länger Als es richtig zu machen Okay jetzt bin ich gespannt Oh das ist damit man in die Kapitel Auswahl Oh wir sind's Oh Wir sind nach Bianco Hills rüber Oh Oh das ist clever Kann ich von hier aus dann direkt Ich freue mich wenn ich von hier aus dann runter zum Hafen kann Irgendwo muss der dafür ja ein Weg sein oder? Das ist clever Und dann bin ich hier für anstrengend Das Mafia 64 Ja das sind sie auch absolut Ich meine eben kann man Ist es bei dem Hack so geregelt Dass man sie von überall aus einsammeln kann Also von jeder Mission aus Aber das ist trotzdem ein bisschen nervig Was können wir schönes machen So drüber nachdenke ich Ich schätze wir machen einfach Mutantoran Ist gut unterwegs Und sich viel zu legen Das hätte ich viel besser Das hätte ich viel geschmeidiger alles planen können Aber okay Ich meine wir könnten in die Hügelhöhle Will ich in die Hügelhöhle? Könnten wir in die Hügelhöhle Beziehungsweise kann ich in die Hügelhöhle Hügelhöhle Wie sieht's aus? Wir können direkt drüber Nein Ich will nicht wirklich Aber Ich will auch nicht das Spiel In der regulären Reihenfolge spielen Deswegen Wird da wohl kein Weg vorbei Ich mag dieses Level nicht Es kann sein dass ich oft sterbe Ich mag's halt wirklich überhaupt nicht Oh mein Gott Gleich hab ich's Jede Sekunde Seht ihr schon eigentlich ein One-Up Das heißt wir können auf jeden Fall Nicht direkt Game Over gehen Ist das nicht cool? Das Wichtige am Ende ist Sich einfach immer konzentrieren Und keinen falschen Sprung machen Und dann kann nicht viel schief gehen In der Theorie Shotguns sind doch eigentlich Praktisch Man muss nicht mehr streng aus dem Level Ja absolut Ist natürlich jetzt Aktuell kann ich nur nicht allzu viel damit machen Weil ich Nicht wirklich Ahnung hab Davon wie ich Was am besten Wo ich am besten Wann hingehen kann und will Und sowas Das Gefühl dafür muss man damit Ein bisschen mehr vertraut sein Wird man das tatsächlich Effektiv nutzen kann Warum bin ich in das Hügelgrab? Nein das ist kein Hügelgrab Wir haben im Chat etwas von Hügelgrab geschrieben Nein Oh Gott Yes wir leben Okay jetzt kannst ruhig bleiben Jetzt ist das Wichtigste Nichts zu überstürzen Haben wir gesehen Wie mein Puls gerade auf 150 gesprungen ist Für einen kurzen Moment Ich hab's nämlich gespürt Womit machen wir weiter Shadow Mario on the Loose P.T. Piranha Strikes Back Hm Ne Warum nicht Mario Morgana Mario Morgana ist ja auch ziemlich Einfach Ist ungewohnt den Song So normal zu hören Ohne irgendwie Megalovania rauszuhören Was? Für mich als jemand Der viel und gerne Sunshine spielt Kann ich sagen Es ist nicht ungewöhnlich Für mich So ich frage mich Ob die roten Münzen Inzwischen schon da sind Die roten Münzen Will ich nämlich gerne holen Aber ich will keinen Bosskampf machen Ich hatte schon meine Vermutung Dass es eine Parodie dazu gibt Außer von Leon Zahlen Acht Monate Resub Wie viel lieben Dank Ja das ist quasi Sunshine Quality Mit der Quality of Life Änderungen Das fasst es ganz gut zusammen Au Au Was soll das denn? Das hab ich jetzt aber nicht verdient Au Von Silver Gunner Wurde der Kanal Nein der originale Kanal Wurde runtergenommen Oder Oder wurde viel gestrikt Und sowas Ich weiß dass da irgendwas war Ich war sehr verwirrt Weil die so ähnliche Namen haben Und Niemand Niemand weiß mehr worum es geht Ich weiß dass das auch irgendwie Es sind viele Leute Die sich darüber beschwert haben Oh ich mache nur Parodien Dann haben wir irgendwie Sachen Nein es war der echte Kanal So au Achso Weißt Und alle waren nur sehr verwirrt Ich glaube ich will erstmal Die unten holen Bei genauer Überlegung Warum ist keine Musik Ich bin kein Die Musik scheint immer dann zu verschwinden Wenn man einen Shine Sprite eingesammelt hat Oh nein die verschwinden immer Nachdem man den Bosskampf gemacht hat Das ist die Sache Nicht die reden nach dem Shine Sprite So nach einem Bosskampf Oder Die ist nämlich davor auch schon Nachdem ich gegen den Blooper gekämpft habe Verschwunden Okay Mario kam schon Hör auf Darüber zu schwimmen Jahu Au Das Spiel fühlt sich so leer an Ohne Musik Das ist sehr ungewohnt Nein Mario Gab es Spiegelungen im Wasser schon immer Ja ich meine Sunshine ist das Spiel mit dem Wasser Die haben Wert darauf gelegt Dass du erkennst Wie gut das Wasser bei ihnen aussieht Oh ich denke Das Wasser in Sunshine Sieht auch ziemlich gut aus Ich denke Das ist doch Star Fox Adventure Das sieht besser aus Aber Nach meiner Meinung Hat niemand gefragt Ich muss die Star Fox Adventures Demo Mal irgendwann noch spielen Damit meine ich nicht Demo Sondern die Dinosaur Planet Beta Das muss ich hier mal Mal noch spielen Aber es wäre super interessant Für mich Und nicht für viele andere Leute Aber für mich Jahu Gutes Wasser Eventuell Geroldsteiner Yeah Ich denke auch Also das ist gutes Wasser Das ist ein edler Tropfen Nein Ganz vorsichtig So da vorne ist noch eine Diese Mission Wenn wir Wenn irgendjemand mal Einen vernünftigen VR Report Von Sunshine macht Dann kann ich euch sagen Diese Mission Wird ein Abenteuer Wenn man auf diesen Dummen Sein unterwegs Ist so weit oben Ich meine Die ist auch schon ohne VR Ein bisschen Kritisch Oftmals Au Habe ich damit Slide Wars auf N64 gespielt Nicht wirklich Ich habe viel Star Fox Adventures gespielt Warte Wo ist die andere Rote Münze Hey Da ist sie Damals gefällt Es sah Sunshine Sehr gut aus Sieht auch Für heute gefällt Ist sie gut aus Ich kann es nicht wirklich Mit neuen Spielen Vergleichen Aber In Sachen Art Direction Und sowas Sehe ich jetzt nicht Dass sie wirklich Sich Schnitze erlaubt haben Im Spiel selber Den ein oder anderen Aber von der Optik her Sie haben eine fantastische Welt Erschaffen Ich mache auch die ganzen Bewohner von All Delfino Die Palmas Und die Anderen Muschel Kreaturen Und natürlich Mein Lieblings Gegner Der hier gerade zu sehen ist Der rotierende Stern Der ist sehr gefährlich Den habe ich nicht gern Den rotierenden Stern Nein Das schaffe ich Das schaffe ich nicht mehr Fast Okay Moment Wir müssen wieder nach oben Oh die heißen Paradiso Yeah Yeah Nein 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 Wie komme ich da rüber Weil du weißt Wie komme ich da rüber Wie funktioniert das Gott sei Dank Kein New World Stream Warum sollte ich ein fucking MMO spielen Wenn ich auch jedes andere Spiel Das auf der Welt existiert Spielen könnte Warum sollte ich irgendein dummes MMO von Amazon spielen Wenn ich auch jedes andere MMO auf der Welt spielen könnte Auf Twitch sieht man derzeit leider nichts anderes Ich meine Kommt drauf an wie man folgt Aber Ja Es gibt auf jeden Fall eine Menge Ich habe 0 Sekunden Gameplay davon gesehen Weil ich jetzt schon weiß Wie sehr es mich interessieren würde Nichts sonderlich Yes Mario Oh oh Ey love Das war zu Das war zu schwungvoll Du hast nichts verpasst Ich meine Es ist ein fucking MMO Man hat doch nie in seinem Leben was verpasst Wenn man MMO nicht spielt Noch nie Und das wird sich auch nicht ändern Ich weiß noch dass Wie Fully meinte Oh Final Fantasy 14 ist so anders Es war einfach die gleiche dumme Scheiße Wie Last Chaos Was ich vor 10 Jahren oder so gespielt habe Das konnte man auf ProSieben unterladen Das war so ein gratis MMO Final Fantasy 14 war genau der gleiche Aufbau Und genau die gleiche Scheiße Danach war ich Ich wusste danach Dass ich so fertig damit bin Nachdem das der heilige Graal war Ich wusste dass ich mit diesem Spiel Genre So dermaßen fertig bin Und das bin ich seitdem auch Außerdem von Most Tank Erfrischer Sub Wie wir lieben Dank Und Master Tracker 53 Monate Wie Sub Dafür Wie wir lieben Dank Okay Schau Beide Von den Schleimfreunden überlebt Imagine MMO im Nier Universum Nein Das Nier Universum Was Ganze fucking Sinn hinter Nier Ist dass die Menschheit stirbt Und dass niemand mehr da ist Der lebt Einsamkeit Ist der Sinn dahinter Das ist die Atmosphäre Das funktioniert Du kannst nicht ein Spiel das darauf basiert Nehmen und sagen Stell dir das SMMO vor Boah Stell dir Metroid Prime als SMMO vor Die Atmosphäre wäre so stark Und ja ich weiß dass es Nier Zeug in Final Fantasy 14 gibt Es gibt auch eine Final Fantasy 15 Waffe Nier Automata Pokémon Gold und Silber MMO Es gibt so ein Pokémon Online Dingens Wenn man das spielen will Ich glaube da kann man inzwischen auch in eine Region oder sowas gehen Aber Auch daran nie allzu interessiert Ehrlich gesagt Was war ich für Streamzeiten zur Zeit Keine Ahnung Ich hatte zuletzt vor zwei Jahren regelmäßige Streamzeiten Vorsichtig Außer von Bommel Äh 33 Monate Resub Wie viel lieben Dank Ich wünschte wenn man Shine eingesammelt hat Würde es nicht auf Speichern defaulten Sondern auf Continue direkt Aber nein Trail stream ich aber viel Am Wochenende Vormittags Was ganz angenehm ist Ich habe gestern Vormittags gestreamt Und heute auch Also ich denke ich werde direkt nach Oh Gott Nach Greener Park gehen Oh Gott Ich bin gerade an dem Pachinko Level vorbeigesprungen Und Ich kann euch sagen In meinem Inneren war ein gewisses Schaudern zu spüren Das ist kein gutes Level Pina Park Mecha Bowser appears Jetzt bin ich mal gespannt Kann ich da direkt Kann ich vielleicht schon draußen Das ist eine Bonus Level hier gehen Ich bin auch gespannt Wie sie das machen werden Zuerst habe ich nicht weiter darüber nachgedacht Aber jetzt bin ich auch gespannt Die Kanone ist da Ihr könnt übrigens super leicht Die 100 Münzen farmen Wusstet ihr das Wenn ihr das nicht wusstet Dann Oh habt ihr die gelbe gesehen Der Typ feuert nämlich unendlich viele Von diesen Dingens ab Und ihr wollt sie einfach nur alle abschießen Und so kann man Easy die 100 Gelben Münzen holen Und dafür sind wir doch letztendlich hier Au Ich muss so ein bisschen mehr aufpassen Als ich Ist hier eine gerade Eine Birne kaputt gegangen Sie weiß Wir holen die 100 Münzen noch nicht Ich habe gerade drüber nachgedacht Und ich glaube ich habe mich dagegen entschieden Es dauert nämlich Jahre Und ich habe nicht wirklich Lust Sollte er wahrscheinlich in irgendeinem Level Die 100 Münzen holen Aber ich weiß auch nicht Und ich habe übrigens beschlossen Dass wir damit anfangen Au Ja ich weiß Dass ich da einfach reinhechten kann Johnny hat oft versucht Es mir zu zeigen Und ich habe es noch nie hinbekommen Okay können wir jetzt bitte den kleinen Scheiß Können wir den bitte loswerden Mein Gott Das war ein bisschen anstrengend Muss ich ehrlich gestehen Oh er lebt noch Habe ich hier nicht schon dreimal getroffen Oh das ist kein direkter Treffer so Aber die Bomben geben auch jeweils eine Münze Und hier kann man auch super leicht die Münzen farmen Wahrscheinlich sogar noch leichter ehrlich gesagt Ich wünschte nur dass ich ihn auch manchmal treffen könnte Das wäre ziemlich cool Aber man kann wohl nicht alles haben Das ist ein Treffer Der Motör der Entwickler auch mehr Münze platziert Damit man einfach die 100 Münzen Äh die 100 Münze sammeln kann Ja ich habe schon gesehen Die da hinten zum Beispiel sind neu Das war der beste drei Punkte Wo es war einfach von weit hinten direkt ins Ziel Ich bin wirklich auf die 3D-College gespannt Da werde ich zum ersten Mal Sunshine selbst sehen Ob die blauen Münzen wirklich so fürchterlich werden Blauen Münzen sind ziemlich fürchterlich Aber es gibt keinen Grund die blauen Münzen einzusammeln Was ein Grund ist der sie so fürchterlich macht Denn wenn sie wenigstens was bringen würden Wäre es ganz nett Aber insgesamt muss ich sagen Ich mag Sunshine sehr Auch wenn es natürlich ist Es ist ein Spiel mit seinen Schwächen Aber es ist auch ein Spiel mit so viel Charakter Ich denke es hat auch wirklich interessante Ideen Bei einigen Leveln Ist nur leider sehr linear Wenn man das Hauptspiel durchspielen will Weil man immer die gleichen Missionen machen muss Und alle anderen einfach komplett optional sind Übrigens in diesem Level Ich habe damals so lange dafür gebraucht Oh mein Gott Ich habe Wochen für dieses Level gebraucht Ich war einfach nicht in der Lage hier rüber zu kommen Also bei der zweiten Kurve dann Ich denke ich bin einfach immer nur normal gelaufen Und damit ist man dann zu langsam Irgendwann werde ich Sunshine auf der 3D Mario Collection spielen Vielleicht Ich hatte das Gefühl Dass Sunshine auf der 3D Collection Ziemlich viel Delay hat Als ich mal mit Fanny reingeschaut habe Wir waren nicht überzeugt Aber wir haben es auch nicht wirklich viel gespielt Also keine Ahnung Ich persönlich würde ja die Gamecube Version empfehlen Aber ich habe das Gefühl Die Gamecube Spiele zum Lauf zu bekommen Ist für die meisten Leute ein bisschen nervig Funktioniert aber an sich auch unerwartet gut Über Dolphin So am Rande Will ich Megabowser machen? Ich glaube nicht wirklich Ehrlich gesagt Die Mission mit den Werfern ist der größte Bullshit im Spiel Nein die Mission mit den Werfern ist nicht so schlimm Ehrlich gesagt Du musst dich halt immer im 90 Grad Winkel aufstellen Ich fand die mit den Werfern nie so übel Wie stehen Leute zu der Werfermission? Ich bin mir gerade wirklich unsicher Gilt die als ziemlich übel? Wir machen jetzt übrigens die 100 Münzen Wenn ihr schon so viel überall herumlegt Jetzt sind die Fliegenden da Yeah Eine Münze für umsonst Gehen wir rein Werfer sind super Ich fand die Werfer auch immer Ich weiß nicht, wie viele Probleme damit haben kann Aber wenn man sich im richtigen Winkel hinstellt Das ist eigentlich sehr Sehr gut machbar Was ist euer Problem? Ist irgendwas am Boden? Was ist da? Hä? Da ist doch was Aus der blauen Münze Man bekommt es einfach so null freigedeckt Ist okay Gehen wir rein Aus dem Vertrag nachher 100 Bits Vielen lieben Dank Guten Morgen Cooles Shirt Dankeschön Ist ein Shirt mit verschiedenen Froscharten Die haben doch mit Dolphin 5.0 Gamecube komplett geknackt Von der Programmierung her Nein Ich meine Vielleicht Keine Ahnung Dolphin ist Nicht so perfekt Wie Leute gerne Behaupten Zum Beispiel sieht der Schleim in Sunshine Nach wie vor Super schlecht aus Und sehr falsch Vielleicht kann man es irgendwie ändern Keine Ahnung So wie ich es gesehen habe War er immer super eckig und seltsam Ist nicht unbedingt allzu Akkurat Wir sind doch nicht immer noch hinter den gelben Münzen her Denn Irgendwann werden wir sie holen Jetzt kann ich Kann ich eigentlich die Schmetterlinge abschießen Oh Die müssen wir mit Yoshi Wegfressen Der alte Joshua Er wird da Hunger haben Weil hier ist ein Schalter Oh der Schalter lässt Münzen erscheinen Die man nie alle einsammeln kann Was ziemlich cool ist Es verschwinden jetzt schon alle Ich glaube sie verschwinden Und wir haben übrigens die Hälfte Von den 50 Ich meine sie verschwinden überhaupt nicht Der Timer ist nur da Um einen wirklich Paranoid zu machen Yes Wir haben sie alle Oh Was für ein Erlebnis Was wir jetzt für ein Erlebnis erleben werden Wie heißen die nochmal Ich glaube die heißen irgendwas mit der Steve Oder so Nein Stu Wie heißen Stu Diese Teile Ich weiß nicht wie genau Aber er heißt irgendwas mit Stu Blaue Münze Was soll ich mit einer blauen Münze Einfach nur Stu Vielleicht steht da ja Brauchst und Lightwell Name drin Aber ich werde die Hülle jetzt nicht hervorkramen Aber ich habe sie wirklich da 69 Münzen Was für ein Erfolgserlebnis Okay es sind wirklich viele Münzen hier überall platziert Ich kann auch direkt aufs Karussell Und hier noch ein paar mitnehmen Nein Yeah Nein Yeah Schauen Und dann gibt es hier natürlich ein klassisches Dingens Was man sich anschauen kann Warte wie kann ich nochmal in den Free Camera Modus von Dolphin gehen Warte wie war das nochmal Äh Warte wie war das Wir müssen doch das Secret das jeder kennt anschauen Freie Umsehen Einstellungen aktiviert Okay Pass auf Das ist auch aktiviert Moment Moment Das bekommen wir hin Hey Nein Moment Ich bekomme das hin Ich bekomme das hin Glaubt mir einfach Okay Ich weiß was ich mache Wo sind die Einstellungen hin Die waren doch irgendwo noch Oh ich muss Shift und irgendwas drücken um Okay Okay pass auf Gleich haben wir es Gleich haben wir es Das Problem ist doch Wenn ich mich jetzt hier vernünftig umsehen könnte Dann könnten wir auch was erkennen Warte 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 Das bekomme ich hin Das bekomme ich hin Controller konfigurieren Keyboard Maus Sichtfeld Oh warte ist das Nein Nicht die laufende Emulation stoppen Ich habe keine Ahnung Äh Ja das ist ziemlich cool Auf jeden Fall Warum ist die Steuerung so dumm Wie kann ich mich Ja Ja Kann man auf jeden Fall was sehen Es sind sich super cool Dass dieses Tool existiert Aber irgendwie Ist nicht richtig konfiguriert Die Steuerung Von dem Secret wusste ich eigentlich nichts Ja das war Ich hoffe Ich hoffe es hat euch die Augen geöffnet Ihr habt ein bisschen mehr über Sunshine gelernt Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt Zum Beispiel was der Cooper für Speedos trägt Ziemlich heiß Das kann ich aber noch nicht So komm schon Wo haben wir noch ein paar Münzen Wir sind so kurz davor Äh alle Alle zu haben Die wir brauchen Oh da sind Da sind welche Beim Schiff Das Problem ist nur Wenn da der Shine Sprite dann Spawnt Werde ich ein Problem bekommen Das Problem ist Wenn ich ein Problem bekomme Versteht ihr? Das wäre ein echtes Problem So ein Problem Aber hey Wir können die Münzen mitnehmen Oh Gott Dieses dumme Schiff Mag irgendjemand Dieses Schiff schaukeln? Und damit meine ich jetzt In Wirklichkeit Oder im Spiel Ist mir egal Mag irgendjemand Dieses Schiff schaukeln? Ich weiß Dass jetzt der eine Typ auftaucht Und sagt Oh ich finde die super spaßig Und tatsächlich Leidenschaftlicher Schiff schaukelgeher Und ich Plan meinen Urlaub immer Um dann Verschiedene Länder Verschiedene Schiff schaukeln Aufzusuchen Ja mehr machen sie auch Angst Ich glaube ich war nie Auf ne richtigen Oh die roten Münzen Zählen auch als Münzen Yes Habe ich das gefußtert hätte Hätte ich die roten Münzen Und die äh Andere Missionen Direkt kombiniert Oh das wird nicht gut gehen Das ist fast gut gegangen Wie komme ich jetzt da am besten drauf Oh mit den Seilen Ja ja das hier gibt's Sinn Also wir sollten versuchen Yoshi zu befreien glaube ich Die sagst du mich Wenn man das Yoshi Karussell Hier gemacht hat Dann Spawn auf der Overworld Ähm Die ganzen Äh Und dann kommt Auf der Overworld Der kleine böse Mario Mit den anderen Düsen Und dem Yoshi Ei Und sowas Damit man das in Overworld Auch haben kann Aber das Yoshi Ei Ist nicht hier oder? Das Yoshi Ei Ist noch nicht hier Das ist ein bisschen kritisch Vielleicht sollte ich versuchen Die 8 roten Münzen mitzunehmen Schiffschaukeln war das Beste Das ist einfach nur so eine Lüge Ich meine ich verstehe Dass es Leute gibt Die Schiffschaukeln mögen Okay Aber Schiffschaukeln Aber zu sagen Dass die Schiffschaukeln Das Beste waren Das ist einfach nur Das ist einfach nur absurd Das ist einfach nur lächerlich Du machst dich lächerlich Nein, 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 nein Mario Gott Muss man fairweise sagen Ich hab Ich hab mich nie wirklich getraut Die äh Wilden Fahrten zu fahren Die wilden Achterbahnen So das Zeug mit Looping Das war immer zu viel für mich Ich bin immer nur Das langweilige Zeug gefahren So eine Achterbahn Bei der man eine gute Aussicht hat Ja, das ist Das ist das Leben Oh mein Gott Mario Jetzt mach doch Nein Das war eine Geburt Keine wilde Maus Für mich also Aber doch Gegen eine wilde Maus Hätte ich nichts einzuwenden Da sollte er Brauche ich Aber auch Sicherheitsvorkehrungen Aber Breakdance Was war Breakdance nochmal War das Europa Park Oder war das so ein So ein Zeug Was immer auf DDR-Jahr-Märkten ist Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Ja Merkte Ich glaube damit bin ich gefahren Ich hab Ich hab nur Keine von den riesigen Achterbahnen gefahren Ich stell ja keine Achterbahnen auf Breakdance war das Wo man sich dreht Und ist man quasi In so einem Zum Teil Es dreht sich dann noch weiter Oder sowas Und einfach nur an die Seite gedrückt wird Ich kann hier direkt rüber Nein Oh Gott Hey Was soll das denn jetzt Wir haben das mit extra Wir haben das mit Absicht Platziert Damit es einen Daran hindert Hier einfach rüber zu gehen Das ist nicht cool Man dreht sich kreis Und nochmal um sich selbst Quasi doch mit der spaß Yeah Love breakdance war okay Denke ich Keine Ahnung Ich mag die Atmosphäre Von äh Solchen Jahr-Markten Und Volksfeste Jahr-Märkten Und Volksfest Nicht sonderlich Ich werde jetzt fragen Welche Atmosphäre Ist das nicht echt cool Wenn alles voll mit Betrunkenen Halbstark ist Und ich werde sagen Ja Ja das ist schon Schon echt spaßig Aber Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Ich würde sagen Wir haben übrigens Im Pina Park Das ist ja ziemlich Gut abgeräumt Die Frage ist nur Wie können wir am besten Abhauen von hier aus Was wäre ein guter Weg Kann ich einfach rausgehen Wieder Ich meine irgendwie Muss ich ja viel Von hier abhauen können Ich bin irgendwo Eine Röre oder so gesehen Oh oh ich hab kein Ich hab kein Wasser mehr Oh mein Gott Ich hab genau den Rest Von meinem Wasser Aufgebraucht Das passiert auch nicht Alle Tage Wie stehst du zu After 8 Es ist okay Aber es wäre noch okay Aber es wäre noch okay Weil es nicht existieren würde So ob du keinen Bock Auf die Messerstecherei Der betrunkenen Bierzeit hast Doch ein Highlight Wenn ganz so weit Kommt es dann üblicherweise Doch nicht Meine ich Oh Gott Außer von Farad 16 Monate Resub Wie viel lieben Dank Irgendwo gut überstanden Ja Am ersten Tag War es Ich hab mich wie Frodo Gefühlt Und zwar insofern Dass Am Abend Wurde mir super kalt Ich hab mich gefühlt Als ob die Morgelklinge In mir drin Äh Dingens Ihr wisst schon Dingens machen will Dann war mir kalt Weil der Hexkönig von Angma In der Gegend war Mir war scheiß kalt Danach ging es an sich Weil wo ist das Yoshi-Ei Müsste das Yoshi-Ei Nicht beim Baum drüben sein Was ist ein großes Volksfest bei dir Morgi Oktoberfest vermutlich Das ist üblicherweise Das größte Region von München Vielleicht habt ihr Aber schon mal gehört Und ja Ich war auf Oktoberfest Einmal Und Es war wie jedes Dumme Kaff Äh Volksfest Nur was viel größer Und teurer Nein wo ist der Yoshi ernsthaft Muss ja nicht das Yoshi Bei dem Baum sein Oder übersehe ich das Wo ist Yoshi Warum dir den Joshua hin Joshua Spawnt der vielleicht Er sollte auch schon gespawnt sein Ist Yoshi nicht draußen vom Park Nein Yoshi Warte Ich glaube nicht Also kann ich einfach wieder rausgehen kann Ich muss die Sonnenblumen Mission erst machen Damit er spawnt Ok Ja es sind genau solche Dinge Auch wenn das Spiel Größtenteils offen ist Es gibt doch noch gewisse Dinge Die man einfach wissen sollte Übrigens großer Fan Dass man hier einfach andere Missionen auswählen kann Wenn man da raus geht Das ist nämlich eine Sache Welche im Originalspiel Absolut nicht der Fall Als wenn du mal drin bist Kommst du nicht mehr raus Er taucht erst nach dem Mission Mit den Fake Yoshis Ich wollte gerade sagen Wir fern sind das Fake Yoshis Aber Ich sehe halbwegs was ihr meint Aus irgendwelchen Gründen Haben die mich immer an Milka erinnert Oh diese Mission wird wild Diese Mission wird ein Abenteuer Und dann vom Tor Falls du wirklich was machen willst Ganz leicht ein ganzes Hab und Wut verkaufen Ich meine es willst du ja machen Es ist halt voll mit betrunkenen Touristen Und mit betrunkenen Touristen Am Ende liegen alle auf der einen Wiese Und schlafen ihren Rausch aus Das war übrigens das Problem Dass ich Mit dem ich da war Auf der Oktoberfest nicht mehr finden konnte Weil ich auf dieser fucking Wiese lag Vergiss nicht die betrunkenen Touristen Ja die sind auch wichtig Au Nein Schon Okay der Sand war weich Er ist gelandet Weiß wir uns davon halten So als aussieht das Oktoberfest Das deutsche Fests Nichts national durchgesetzt hat Was soll sich sonst International durchsetzen Wir Deutschen sind es nicht unbedingt Für unsere Festigkeiten bekannt Hey Oh 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 was die sagen Die Blumen Die sagen Oh I'm loving it Oh I'm loving it Glaube ich zumindest So habe ich das immer verstanden Man würde Sinn ergeben Ein paar aus meiner alten Klasse Haben an der Theresien Äh Theresien Wiese gewohnt Während der Oktoberfestzeit Stell ich mir das Wie folter vor Yeah Es gibt generell gewisse Orte Äh Ich kann mir vorstellen 2020 und 2021 War es auch echt Wirklich unangenehm Wenn man an irgendeiner Straße wohnt Wo die immer mit ihren ganzen Demos vorbeiziehen Oh mein Gott Das Gefühl da hat man auch keine Ruhe Was ist das? Yoshi ist da Wo war die Melone Ich glaube es ist eine Melone Das ist eine Kokosnuss Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Habe ich die Kokosnuss gesehen? Kokosnuss Oh da vorne ist eine Alles gut Auf Palmen Die liegt unter Palmen Komm schon Das weiß doch jedes Baby Das war ziemlich knapp Komm von mir Vermietet sein Zimmer Immer zur Oktoberfestzeit Da gibt es immer gutes Geld Nein Rell kann wahrscheinlich In München mit allem Relativ gutes Geld verdienen Was mit Immobilien zu tun hat Äh So Wir brauchen einen Orangenen Yoshi Ich habe so lange Keine Kokosmilch mehr getrunken Also riecht Beziehungsweise Das ist das Zeug aus der Kokosnuss Das ist immer das Kokosmilch Ich glaube es ist immer ein Kokosmilch Das ist ein richtiger Kokos Das habe ich so lange Nicht mehr getrunken Vielleicht weiß ich mal Wie es schmeckt Aber ich glaube ich würde es nicht mögen Ich bin auch generell Nicht der größte Fan Von Kokosnuss In ihrer Natürlichen Form Diese Mission ist übrigens Nichts für schwache Nerven Kokoswasser müsste das heißen Yeah Ergibt Sinn Kokosmilch Kokosmilch ist halt dann doch Eher Anderes Produkt Die ich übrigens auch nicht mag Beste Milch Alternative ist Hafer Das werde ich Das merke ich jedes Mal Und ich werde da Ich stehe auch weiterhin dazu Sie glaubt sich da an Dass ich Hafer sehr viel mehr mag Als Den Rest Äh Fully Resept Vielen Dank und willkommen Jo kennst du Super Mario Sunburn Fully Könnte dich vielleicht auch Interessieren Dass quasi Zum einen Stell Macht es Dass man zu Bowser kann Wenn man 70 Sterne Gesammelt hat Und zum Anderen Ähm Macht es das Spiel mehr oder weniger Open World Dass man halt nicht mehr aus dem Nein Aus der Welt rausgekickt wird Wenn man Shine Sprite gesammelt hat Was natürlich gewisse Limitierungen Mit sich bringt Dass man manche Dinge erst richtig Triggern muss Aber an sich ist es super interessant Okay Hafermüll ist zu eklick Nein das stimmt nicht Das ist einfach nur eine Lüge Das ist eine böswillige Lüge Die hier erzählt wird Ich hab davon gehört War abgeschreckt von den N70 Schein sammeln für Bowser Das sind 20 mehr als im normalen Spiel Sehen wir mal nochmal In der Folge Zeitzeuges mit Johnny Äh geplant Ich weiß nicht Ich weiß nicht Damit würde ich sagen Nein Aktuell nicht Oh wir haben Wir haben einen kleinen Bowl Äh wir haben einen kleinen Kleinen Bösen Mario da Oh 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 ich bin hier gelandet Ich meine Machen wir das mal noch eben Wenn wir schon mal hier sind Wenn wir schon mal hier sind Wie lange bin ich ja inzwischen dabei seit Einer Stunde Ja ich danke das Okay von der Geschwindigkeit her Wir können jetzt dann demnächst Wenn wir die ganzen Äh wir können super viele Stellsprites auf der Ähm Overworld holen Wenn ich gleich die verschiedenen Düsen freischalte Und sowas Das ist schon Ob das daneben ging Mario Mario Was seid ihr davon Dass das gerade eben Treffer war Hä Da wird Deinem ganz Schwummrig Das Wichtige ist hier Nicht einfach Losschießen Denn Man denkt Dass man ihn treffen kann Aber das kann man nicht Das ging trotzdem auch daneben Aber das ist okay Oh mein Gott Die gehen alle daneben Das ist nicht okay Bring die Shines überhaupt Was ich meine Klar bringen die Shines was Das zählt jetzt als Treffer Äh du kannst ja Wenn du alle 70 hast Ähm Ja dann zum letzten Bowser rüber Ich glaube ich habe so ein Bullet well erwischt gerade Das ist komplett daneben Ah Gott Ich stelle mich hier gerade Nicht gut an Muss ich ehrlich verstehen Ich weiß dass ich das ohne Meine Anmerkung Nicht aufgefallen wäre Aber Das war nicht gut Fast alle Milchhalte Tiefen sind besser als normale Milch Nein Ich mag nur Hafermilch Ehrlich gesagt mehr Weil Ich mag Haferflocken sehr Muss man trotzdem Marimorgane bei machen Nein Du musst nur 70 Äh Shine Spreads einsammeln Zumindest so wie ich es Eingestellt habe Du kannst auch den klassischen Marimorgana Modus machen Wenn du willst Aber warum sollst du das wollen So wie ich es eingestellt habe Musst du lediglich Die 70 Shine Spreads sammeln Und dann bist du fertig Und jetzt werden wir übrigens Diese Welt verlassen Will ich dafür Self and Quit machen? Hast du nicht Eine Laktoseintoleranz? Ja aber Es gibt Tabletten Ja da ist ein Yoshi Der bringt uns nicht wirklich viel Aber Da ist einer Wo ist er hin? Da ist er hin Ich hasse es Dass ich ihn nicht richtig erwische Gerade Mario du musst doch Oh mein Gott Wir haben ihn gleich Wir haben ihn gleich Yes Ich kann hier schon direkt rein Wir hätten Yoshi hier Für nicht mal gebraucht Das ist aufregend Will ich hier rein? Ich weiß gar nicht Ich hätte gerne Eine von den Düsen glaube ich Schauen wir Ob wir Yoshi Eine Banane hochbringen Nein Fängt das Hotel Ja ich meine Ich habe vorhin auch schon angemeldet Ich meinte das Hotel Am wenigsten Ich meine Der Kampf gegen den Manta Ist super cool Danach Lässt es nach Danach Lässt es ein bisschen nach So hier war noch irgendwo Schleim an dem Haus Vielleicht komme ich da auch noch In Schein Ich bin mir echt nicht sicher Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Yoshi Das ist jetzt nicht nötig Das Protokoll Das ist noch eine blaue Münze Was soll ich mit der blauen Münze? Hinten Oh da drüben ist noch eine Okay pass auf Da kommen wir hin Das bekomme ich hin Hoffe ich Yoshi Versuche nicht ins Wasser zu fallen Okay Da war doch was Gutes Richtig Nein hier ist auch nichts Gutes Hier ist auch was gut Das war es überhaupt nicht wert Wir können aber hier mal eben reinschauen Und dann eventuell die Düsen freischalten Das Game wurde auf der Fangame Direct vorgestellt Habe ich es tatsächlich gesehen Wusste ich, dass das eine Sache ist Aber war ganz cool Auch wenn ich das Gefühl habe Die meisten Super Mario Bros. X sahen nicht so cool aus Habe ich schon wieder so eine Dürfe Mission machen? Ach Du, 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 du Warte, wo war das? Das war hier glaube ich Wir können hier nicht die Wassermelone holen Nein, das ist der Haufen Scheiße Wo war das Was ich gesucht habe? War es direkt hier hinten? Nein Wer, wer macht Wer macht das Teil auch? Hier sind so viele Münzen Ich weiß nicht Ich will die Mission gar nicht machen Wir machen was anderes Wir gehen rüber zu den roten Münzen Das ist mein Lieblings 3D Mario Sunshine Ich spiele die anderen nicht wirklich Muss ich dazu sagen Weil ich mal Galaxy 1 auf der Switch spielen will Über die Collection Können mir sagen lassen Dass Leute die Version sehr mögen Ich weiß gar nicht Wie sie die Steuer überhaupt umgesetzt haben Yes Das Koralldrift sieht so schön aus Das ist neu in der Mod Man wird nicht rausgekickt aus den Leveln Wenn man Shine Spread gesammelt hat Und kann mehr oder weniger direkt alle sammeln Weil es je nach Welt mal besser und mal weniger gut funktioniert In der Welt hier zum Beispiel Sollte ich sehr viel direkt einsammeln können Heute ist die Demo von Super Mario Eclipse rauskommt Oh, warte, das kam heute raus Hatte ich nicht Firebro letztens gestreamt? Vor einer Woche oder so Zumindest habe ich es auf Twitter gesehen Kommen die erst heute raus Hatte ich vorgestern oder so Aber die kam erst heute raus Hatte ich die Mühe gemacht, die Leute anzuschreiben Gehörst du zu Rotten Mushroom? Nein, aber ich bin der Originale Rotten Mushroom Steht ja wie ein Pilz-Avatar Und er ist grün Ursprünglich Das ist lustig Lach doch mit uns Okay, die Demos schon seit ein paar Tagen draußen Verstehe Verstehe So, was haltet ihr davon, wenn wir die Belohnen schonen? Hättet ihr Appetit auf ein paar köstliche Eis-Kalte Wassermelonen? Ich hätte Lust drauf Aber wir können auch noch ein Easy-Shine-Spall tun Fällt mir gerade auf Yeah Leute mögen die Wassermelonen-Mission nicht Ich sage, sie sind schwach Die Melone ist 100% optional im Original Deswegen macht sie auch niemand Aber Komm schon Ihr müsst die Klassiker zu schätzen wissen Falsches Timing Nein, geh da raus Ich wollte nach oben springen Geh den klassischen Glitch Was passiert Oh, yeah Wow Oh, wir sind wieder unten Geh weg Man muss genau dann, wenn es sich Schließt, seine Stamm-Vertacke Das ist mich halt verarschen, oder so Geh mal weg Ich muss genau dann, wenn es sich schließt, seine Stamm-Vertacke machen Und das ist immer lustig Das ist einer der leichtesten Shine-Spall jetzt im Spiel So, wir müssen nur aufpassen Dass wir keinen Bosskampf triggern Dann wird auch die Musik bestehen bleiben Was ich sehr zu schätzen wüsste, ehrlich gesagt So Ah, ich weiß übrigens nicht mal, was der Weg ist für die Wassermelone Oh, äh Dankeschön Ups Solange du Wiggler nicht killst Ja, wir können wahrscheinlich die Wiggler-Musik auch einfach ganz aktiv haben Okay Der Trick ist, dass wir es mit ein bisschen Momentum versuchen werden Oh, ich liebe die Okay, so weit, so gut Nein, nein, nein Oh Gott, nein Oh Gott, nein, nein Nein Okay, wir schaffen es noch Schaffen es noch Okay Das war gut Ihr denkt, das war schlecht, aber das war gut Ist da unten einer? Ich sehe niemanden Die Roten kann man übrigens nicht besiegen Was ziemlich cool ist Und, äh Sie wollen zu 100% Die Wassermelone kaputt machen Ich glaube, wir haben es gleich geschafft Ey, und wir haben Ich würde sagen, ich habe null Melonen kaputt gemacht auf dem Weg hierhin bisher Bisher Ihr werdet natürlich sagen, was mit der einen, die im Schein-Spray drin lag Komm schon Als ob das zählen würde Das war ja leichte Teil Nein, hier rüber zu rollen ist ja leichte Teil Da bist du so ungeschickt Jetzt wird der Bar-Mixer mal was für uns mixen Und zwar Spitzen-Whiskies Das ist mein liebster, äh, Zungenbrecher Der Bar-Mixer mix Spitzen-Whiskies Versucht es mal schnell zu sagen Ich glaube, das geht doch länger, ehrlich gesagt Aber ich habe keine Ahnung, was der Rest war Melonen explodiert gerne an den kleinen Pfeilen an der Brücke Ist mir oft passiert Auch wirklich? Mir nie Der Mixer am Dach ist übrigens ein deutliches Sicherheitsrisiko Für jeden Dachdecker da draußen Äh, alle, das sind 25 Monate Recept, wie viel lieben Dank Ein gewaltiges Sicherheitsrisiko sogar Ich glaube, ich fülle Wasser auf Und dann werde ich hier die Jungs von den Spiegel vertreiben Oh, oh Die Dorian ist geflogen Und zwar weit Was macht der Barkeeper da mit deinem, mit meinem Whisky? Ja, Mix Spitzen-Whiskies Whisky-Whiskies Hey War das schon da? Moment Das heißt, ich kann direkt, ich kann direkt rein Oh, okay Nein, ja, warum nicht? Leute mögen doch ihren Sandvogel Also Stellen wir uns der gefürchteten Mission Macht euch keine Sorgen Wir bekommen das hin Am wichtigsten ist es natürlich, dass man zuerst die Flügel mitnimmt Und die blauen Münzen ignorieren Wer die blauen Münzen nicht ignoriert, der wird sterben Dann, äh Am Bürzel entlang Ey Die dumme Wolke Okay, und jetzt haben wir es, äh Jetzt müssen wir noch zwei Drehungen überstehen Hin und an, dann haben wir es geschafft Ich hoffe, das Lied wird die ganze Zeit über weiterhin laufen Und das ist ein Hit Oh, oh Seht ihr da? Ohne Probleme Ich habe hier glaube ich nie alle blauen Münzen geholt Ich habe es nicht mal versucht jemals Das wäre mehr alles zu blöd Wo ist der Turm in der Mitte? Da ist der Turm Okay Damit sind wir so gut wie fertig Der Sandfuhr wird doch dann noch schwer Und die blauen Münzen noch mitnimmt Ja, ich denke dafür muss man einfach ein paar mal sich runterwerfen Ansonsten sehe ich nicht ganz, dass das wirklich gut geht Ich wurde euch je geklärt, wie der Vogel da reinkam Wie, wie der da reinkam Der ist aus dem Ei geschlüpft Und der fliegt hier durch den Himmel Wir sind in sein Ei reingesprungen Ich meine Vögel Schlüpfer aus Eiern Oh, mag ich mal gar nicht, das ist so nervig Wir könnten euch direkt Mirror Madness und der Wiggler Ahoi machen, oder? Versuchen wir es Moje vollzieht den Ei sprung Seht ihr, da oben ist das Ei von dem Sandvogel Es sieht seltsam aus Und die Münzen bleiben alle gespeichert Man kann also echt super leicht die 100 Münzenschein-Sprits holen Das gefällt, das ist ein bisschen zu einfach Wenn das so direkt bleibt alles Aber okay Wollt ihr gerne eine Runde schaukeln? Wir schaukeln jetzt Und Jetzt schaukeln wir los Okay Oh Das war ein Sprung Ja, das wird im Münzen erleichtert die Sache Ungemein Auch wenn ich das fluss, macht es zu einfach Fairerweise muss man auch sagen Ich habe im regulären Sandschein nie die 100 Münzen geholt Das Problem daran war nämlich immer, dass man um die 100 Münzen zu holen Es reicht nicht nur die 100 Münzen zu holen Sondern man muss auch gleichzeitig Man muss wissen, welche Mission man die 100 Münzen holen kann Man konnte die nicht in jeder Mission holen Das heißt, du hast bei einer Mission angefangen Und dann hast du irgendwann herausgefunden Oh ja, hier gibt es nur 85 zu sammeln Und das war das Und deswegen macht niemand Weil ich ja nicht weiß, wo man sie machen muss Die 100 Münzen Man kann kein Looping mit der Schaukel machen Es ist mir egal, ob du behauptest, dass jemand gesehen hat, der es kann Ich sage, es geht nicht So, wo sind die eigentlich, die Melonen? Hey Die Kleinen Nein, die Kokosnüsse Wer hat eine Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Ich werde diesen Spruch noch so aufbringen Irgendjemand hat doch die Kokosnuss geklaut Ich denke, wir kicken die Jungs vom Spiegel runter Also von Jarvis Rocks 6 Monate Wie viel lieben Dank Schaukelise hat es geschafft Die Schaukelise Versucht nur Aufmerksamkeit zu erregen Weil ihre Eltern sich trennen werden Ich glaube, der Schaukelise ist schon lange kein Wort mehr Wenn ihr das macht, dann könnt ihr das machen Ist mir egal, aber Ihr müsst respektieren, dass ich Den Lügen der Schaukelise kein Glauben schenke Oh Gott Das läuft nicht gut Hey Bin ich hier richtig beim Blödmänner-Kongress? Nein Was soll das? Wir sind im Froschfreunde-Club Der Spiegel sieht ziemlich gut aus über Dolphin Können wir mal darüber reden? Die Schaukelise hat ja nichts getan Die Schaukelise lügt Müsst ihr aufhören, euch einfach diese Lügen gefallen zu lassen Und dann zu sagen Oh, sie hat aber sonst nichts getan Sie hat gelogen War das? War hier keine Kokosnuss? Nein Ich sehe schon Gespenster Und das, obwohl wir nicht beim Hotel sind Kleiner Sunshine-Joke Nein! Hahaha! Ach, komm schon! Es war so gut Ich dachte mir Yeah, die beiden werden direkt weggeschleudert Und dann Ey, wisst, was da passiert ist Versuchen wir es auf die Langeweiler-Methode Einen nach den anderen Die beiden kann ich gleichzeitig machen Also, wie kommen wir hin? Ich kann ja eigentlich mal wieder in die Person-Perspektive gehen Und BOOM! Wenn deine Grafikkarte stark genutzt, kannst du dafür ein Spiel locker in 4K zocken Ich spiele das Spiel gerade in 4K Kleiner Funfakt am Rande Nein, warte, lass mich nachschauen Ich glaube, ich habe da auf 4K gestellt Äh, Auflösung ist Ja, ich habe, äh Ich habe 3840 mal 3168 Die 6-fache native Auflösung Hat euch sicher aufgefallen im 1080p-Stream Warte, wo ist der Scheinenspray hin? Na, da vorn Okay, mit 69 Münzen Ist sofort aufgefallen Äh, continue Ich würde aber fast das Level langsam beenden, ehrlich gesagt Ich habe nicht keine Lust auf die restliche Missionen von hier gerade Das heißt, da ist eigentlich ein Komponenten-PC Also ich mich fragen darf Keine Ahnung Ich habe da 2080 TI Und bei dem Rest habe ich keine Ahnung Denn ich kenne mich mit PC-Hardware nicht aus Hey, du Du brennst Freund, du brennst Du brennst Okay Warte, das bekommen wir besser hin Ich habe alle PC-Teile, die man sich noch wünschen kann Wo ist Widescreen? Der Widescreen-Cheat hat irgendwie Ich habe den Gecko-Code eingegeben, aber er hat irgendwie Ich habe es nicht aktiviert bekommen Dann habe ich es sein lassen Ich habe es aber versucht Es hat noch nicht geklappt Warte, wir haben noch die anderen Düsen Dann geht mir die Düse, wenn ich nur daran denke Äh Was können wir sonst noch Schönes machen? Ich schätze, ich kann hier noch das zweite Rennen machen Das normalen Teil für die RTX gezahlt Äh, ja, das war vor dem Mining-Boom Als ich die gekauft habe Ich habe sie halt gekauft, als sie 2080 aktuell war Ich habe das Gefühl, dass die ganze Hardware-Problematik mit den GPUs ging Als würde ich mit der 3000er-Generation los Aber ja, ich habe seitdem auch nichts Neues an Hardware mehr gekauft Ich muss bei der Däufel eine Grafikeanstellung aktivieren, dass Widescreen-Hacks aktiv sein sollen Aber das ist ein Gecko-Code Den habe ich ja aktiviert Ich habe auch aktiviert, dass Gecko-Codes aktiviert sind Ich habe an sich auch 60 FPS-Code aktiviert, aber keine Ahnung Warum es nicht funktioniert hat Ich glaube, es ist auch schon so, dass die Preise gestiegen sind Aber nicht so krass wie mit der 3000er-Serie Ja, ja, das kann gut sein Das kann gut sein Mein Plan war es eigentlich, äh Weil PC ist ja sowieso für die Arbeit, für den Stream und sowas War mein Plan eigentlich, dass ich, äh Au Dass ich einmal pro Jahr einen neuen kaufe, aber es ist halt Ich habe nicht mal jetzt das Bedürfnis, einen neuen PC und einen neuen PC-Teilen zu kaufen Das ist halt so unnötig Wir werden nicht Johnny's Obst Obolus machen Aber ja, es ist sehr unnötig Ich habe das Gefühl, mit meiner 2080 bin ich halt Ich spiele da auch nicht wirklich moderne Spiele Ich bin halt mehr als gut der Beraten damit Oh, so viel Creamy R5 Gift Subs Für, oh Gott, wisst ihr was Ich werde gleich schauen Ich werde gleich davon überzeugen Ah, nein Oh Gott Nein, Vorsicht Jetzt sind wir gerade in einer Cursed Spirale Der alles Cursed ist Komm schon Oh Ich habe so sehr gehofft, dass es aus irgendwelchen Gründen noch klappen wird Es hat nicht geklappt Oh ja, deswegen lief das Lego-Spiel bei mir so schlecht Meine, äh, meine Grafikkarte sollte gar nicht für, äh, Raytracing ausgelegt sein, oder? Fällt mir gerade auch Wer im Lego-Bilders Journey gespielt hat, konnte ich dann dieses, äh, Raytracing Ich konnte es aktivieren, aber ich konnte dann keine Übertragung damit machen Da haben wir die Leistung sehr hart am, äh, strugglen Genau Oh Gott, äh, 5 Gift Subs Für, äh, Stroke Pina, Serafina Odysseum, äh, Treppe und der Bad Snoopy Vielen, vielen lieben Dank Vielen, vielen lieben Dank Das R in RTX steht da für Raytracing Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das alles ist Das Zeug Ich, ich, ich spiele nur alte Spiele Ich spiele doch nie was Neues Wie kommt doch sowas nicht mit Die Kammer ist hier oben ein bisschen seltsam Ups So, hier ist unser guter Yoshi Die Fische sind auch da Er hat, äh, das Verlangen nach einer Durian Dur, Dur, Durian Ist halt ein alter Mann Hey, ich, ich, ich habe einen neueren PC als die meisten von euch Okay Ein kräftiger Renn Wer ist hier alt? Ist nicht die beste Raytracing-Karte Aber inzwischen, äh, doch schon Okay Raytracing frisst so performance Wie Frosch hat die Chips bei dem Schalk gespielt Ich würde sagen, dem Ganzen habe ich nichts mehr hinzuzufügen Das ist ein fucking Obst-Obolus Warum habe ich hier meine Düse verloren? Komm schon Das wäre keine gute Änderung, kann ich euch versprechen Warum mache ich das überhaupt? Das ist eine dumme Mission Ich bin sicher in der Düse-Mission, aber sie ist schon ein bisschen dumm Ich habe noch einen guten alten, äh, GTX-57 TI-Knochen 750, das muss ein bisschen Herr sein, oder? Wobei die Nummerierung immer, äh, ziemlich größere Schritte gemacht haben Das heißt, das waren Zehner-Schritte Und da haben sie gesagt, yeah Wie wäre es, wenn wir Tausender-Schritte machen? Nein Könnt ihr, denke ich Aber warum? Eine Banane Noch eine Banane Das Problem ist, wenn ich jetzt drauf drücke, wird die Dorian einfach komplett daneben Nein Ja, daneben fliegen Ich versuche es übrigens noch einmal, danach mache ich eine andere Mission, weil es dauert die Art Und ich habe auch das Gefühl, für das Protokoll Die 70 Shines zu sammeln Ich dachte, es geht schneller Sie ist gerade runtergefallen, oder? Wir müssen nur warten, bis es despawnt Dann haben wir noch einen Versuch Ich habe mein letztes Jahr einen neuen PC gegönnt, daher ist meiner aktuell auch noch ziemlich gut, würde ich sagen Nein Fair Irgendwann werde ich mir auch was Neues kaufen, aber ich brauche es eigentlich wirklich für irgendwas Vor allem ist auch, die Renderzeiten von PCs sind halt auch so lächerlich niedrig inzwischen Ich würde sagen, wenn ich einfach nur irgendwie MOP-Videos oder so rendere, dann Dauert das maximal ein Viertel von der Videodauer Es ist halt so schnell Das hat früher sehr viel länger gedauert Wir werden ihn anspucken, weil er noch nicht ganz oben ist So, zum Beispiel Stalker 2, könntest du eine neue gebrauchen Ich werde dann direkt einen neuen PC kaufen Schätze ich Ja, nein Auch so oder so nicht, aber Für irgendwas muss ich mein Geld ausgeben Wegen Steuerzeug Ich brauche einen PC Prinzipiell Ah, ich kaufe einen zusammengebauten Habe ich nie wirklich mit Zusammenbauen von PCs auseinandergesetzt Warum habe ich das Gefühl, wenn man sich einen zusammenstellt und dann direkt zusammengebaut schon kauft Dass es halt auch echt nicht viel mehr kostet Ich verstehe es absolut, wenn Leute es lieber selber machen Ist eigentlich ganz cool, wenn man es selber kann, aber Es kostet halt echt nicht viel So, und jetzt Ganz vorsichtig Okay Ist Maeve da nicht einmal nach unten gesprungen oder so? Das ist doch ein Lego für Erwachsene Dass es nicht die Lego-Fans hören Will ich hier sonst noch was machen? Ich will hier die roten Münzen machen Ist der Schalter unten da zufälligerweise? Da hätte ich nämlich Lust drauf Oder irgendwelche Blooper Zehn, deine Karte ist frei beruflich Mitarbeiter Ist dann sicher eigentlich nur einer Und ich schätze Meistens Fertig-PCs sind misslich Ich kaufe keinen Fertig-PC Ich suche mir die Teile aus und lasse ihn halt dann direkt zusammenbauen Ich will so hoch und für Erwachsene Äh, ja, das darf ich im Stream nicht zeigen Steht hier Äh, ja, verlass mir das Level Die Turbodüse, die Turbodüse ist so schlecht Die will niemand Niemand mag die Turbodüse Turbodüse, ich weiß echt nicht, warum die überhaupt im Spiel ist Muss ich ganz klar sagen Sie ist halt so unnütz Au Steh auf, Mario Und da hin Da ist er hin Was springt der da rüber? Yes Wir haben ihn Turbodüse ist nicht missverstanden Man ist einfach nur nutzlos Man kann durch Türen brettern, aber das war alles Es war einfach wirklich alles Hast du mitbekommen, dass dein Nintendo-Klemmbaustein-Video bei Papaplatte im Stream angesehen wurde Oder ganz Chatmoggi-Bester-Mann gespammt hat? Nein Hast du angeschaut? Wann war das? Das Spiel ist nämlich an sich ein relativer Underperformer Vielleicht hat die Performance etwas zugenommen Er mochte das Video, oder? Aber man ist schnell, okay Ich mag die Turbodüse an sich Wieso ich sie hauptsächlich mag? Wenn man nicht so unterwegs ist Wenn man dann wechselt Dann sitzt du in einem kurzen Moment Pass auf Wenn du in einer normalen Düse wechselt Dann schießt der kurz die Wasseralimation Die er hier nach hinten schießt Nach vorn ab Und ich denke, das ist immer ziemlich cool Das habe ich immer fasziniert Vor drei, vier Tagen Oh, okay Oder du bremst Das kann auch sein Das ist einfach nur eine kleine Vollbremse Die wir an den Tag legen Da sind die Kleinigkeit, die man herausfindet Wenn man so viel Zeit mit so einem Spiel verbringt Kennst du Zu der alten Er hat ja zwei Anime-Zeit Ganz Boutique Pokito-Magazin damit Kann machen Anime-Zeit Vormittag 16 Uhr Was? Top-Walking-of-Preens Was für So, meinst du das Ganze Ich meine Ja Ich denke Ich kenne das Zeug Dass der Fernsehen liebt Auf jeden Fall Du das meinst Der kurze Magazin Das ist eine Zeit Du meinst Pokito war nach BTV Glaube ich BTV Das war das Leben BTV war Wild Und wieder mal Geschafft Ohne zu sterben Ähm Die Frage ist natürlich Wo wollen wir als nächstes hin Ich überlege Ob der fast Nein BTV Nicht BTV Es war Es war Mit einer kleinen Puppe namens B Und der hat das Zeug Moderiert Finde ich schon alt Dass ich noch VampyTV kenne Ich weiß nicht Was VampyTV ist Dementsprechend Vielleicht Vielleicht spricht das Für ein gewisses Alter Wir können die Kisten machen Die Kisten sind für was gut Ja Leute Hört mir zu Die Kisten sind für was gut Ihr dachtet Dass es nie passieren wird Und jetzt Seht euch an Wie wir hier stehen Die Kisten sind zu was gut Ich dachte nicht Dass das passieren wird Ehrlich gesagt Die Kisten sind einfach So schnell geholte Äh Schein Sprites Die nie für was gut sind Aber in dieser Bot Ist ja nicht Münzen Hier sind ein paar Münzen Um mich unbeliebt zu machen Ich hab Sunshine durchgespielt Was ist eigentlich Was ist die Faszination Mit Leuten Die immer sagen Hey ich mag das Spiel Das du streamst Äh nicht Ich hoffe Leute hassen mich nicht Ich hab das Spiel Nicht durchgespielt Ich hoffe Warum wollt ihr immer Von Leuten gehasst werden Weil die ein Videospiel Nicht mögen Was ist diese Faszination Dahinter Warum sagen das Leute Ständig Ich denke Viele Leute Haben Sunshine Durchgespielt Weil es echt Nervig ist Durchzuspielen Nein Die Kante Die Kante spüre ich Immer direkt Am Steißbein Wenn ich die erwische Oh Das war ein Hit Was sagst du Gegen die Kisten Kisten sind halt Für nichts gut Aber Sind die einfachsten Drei Schein Sprites Im Spiel Ich glaube ich muss Einmal raus Und wieder rein Yeah Es ist noch mal Das ist noch mal Das gleiche Hey Oh ich wollte Ein Triple Kein Triple Für mich Warum ist jetzt noch mal Dasselbe da Ich mag es nicht Dass das eine Sache Die im Originalspiel Besser funktioniert Warum fliegt der so Hey Was ist mit dir los Was soll denn das Ist das wie ein Raumschiff Oder so Mache ich heute alle 70 Ich werde mal schauen Ich will an sich Aber mal schauen Wie lange es dauern wird Ich kann es gerade Sehr schwer einschätzen Scheinbar muss man hier Nur die gleiche Mission Die ganze Zeit machen Bisschen langweilig Aber Leichtert mein Leben Nein Ich würde lieber Die anderen machen Fingst ein bisschen Herausforderung Der Double Oh Der zweite Double Aber die Sonne Kreist also Die Sonne Kreist also doch Um die Erde Das ist die einzige Logische Erklärung An dem Punkt Oder die Sonne Kreist um Mario Das würde ich auch Akzeptieren Ehrlich gesagt Die haben gar nicht Dazu gezählt oder Sehe ich das richtig Ich hätte jetzt eigentlich Bei 30 sein sollen Ich glaube die haben Nicht dazu gezählt Wahrscheinlich muss ich Da erst später Irgendwie Das Gebiet Neunladen Und dann wieder Kommen damit das Funktioniert Oder so Zu Werfers Auf der anderen Seite Au Ganz vorsichtig So Mal schauen Ob wir den Werfer Hinbekommen Ich bin mir immer noch Unsicher Ob es da Eine Rolle spielt Wo genau Ich glaube es spielt Eine Rolle Wo genau Man hinschaut Bevor man geworfen Wird Aber Manchmal klappt Es super einfach Und manchmal will es Einfach nicht klappen Diese Mission Verwirrt mich Ich glaube ich werde Hier übrigens nicht mehr Rauskommen Fürs Protokoll Was jetzt Ich glaube ich muss zum offenen Fenster rüber Oh Überhaupt nicht Wenn es Wenn es open world ist Beziehungsweise so halbwegs offen Das Gefühl Das ist schlicht und ergreifend gegen die Natur Dieses levels Da drüben Scheint Wir können eigentlich direkt Das hier drüben versuchen Vielleicht kann ich direkt den Blooper mitnehmen Und dann direkt in die eine Ruine gehen Aber mein Blooper und die Ruine Da drüben zählen glaube ich zusammen Au Au Schauen Versuchen wir das einfach Hier gibt es übrigens so viele blaue Münzen In diesen Teilen Und es ist so unübersichtlich Wer auch immer alle blauen Münzen In diesem Spiel holt Wird wahrscheinlich diese Labyrinth hier lieben Ich höre nicht dazu Die blauen Die 30 blauen Münzen waren Spaß Ja yeah Genau das meine ich Genau das meine ich Da oben ist eine zum Beispiel Teile schließen sich nach einer Zeit Fürs Protokoll Das macht das Ganze ein bisschen nervig Ist nicht nur unübersichtlich Sondern man hat auch nur begrenzt viel Zeit Das Ganze zu machen Und ist das Hey Ist der Schleim neu? Den Schleim hat der sonst nicht, oder? Oh mein Gott Alle Platt gemacht Sonst hat der doch nicht den Gefährlichen Schleim im Gesicht, oder? Oder kenne ich das Spiel einfach nicht Ich kann mir alles vorstellen Ist auch super seltsam, dass hier keine Kampfmusik gerade getriggert wird Mario Okay, komm schon Die Reihenfolge ist gerade super seltsam Mario In dieser Welt hat sich den Boxhandschuh, der ich immer wegkriegt Jumpscare ist cool Von diesem Boxhandschuh habe ich erst so spät erfahren Weil ich davon erfahren habe, dachte ich mir Warte, ist das wirklich eine Sache? Es gibt dann ein, zwei Stellen hier so einen random Boxhandschuh Der ihn einfach wegkickt Es ist so seltsam Yes Das Timing war richtig Vielleicht finde ich einen Fully Ich glaube, der spawnt erst bei dem Rennen gegen Ilpentissimo Da spawnt die Handschuhe, glaube ich, erst Mal schauen, ob wir das Rennen direkt machen können Wenn ja, dann Dann macht euch bereit Ich glaube, in dem bunten Schleim auf dem Berg wird der Blubber falsch angezeigt Oh, das kann gut sein Ist hier eine Röhre eigentlich, oder komme ich hier irgendwie raus? Übrigens, hier ist auch eine lustige Stelle Hier gab es auch irgendwo eine blaue Münze, glaube ich Wenn man irgendeine Vase Reinspritzt Kannst du hier nicht eine blaue Münze irgendwo? Vielleicht auch nicht Kann man hier einfach raus? Kann ich einfach raus? Das ist seltsam In dem Raum gab es zwei, drei blaue Münzen Wenn man die Oh, in dem Raum gibt es mehrere Können wir hier nicht auch einfach direkt von hier aus rein oder so? Ich glaube, man muss dann einfach nur ein bisschen von weiter Um so, dass man eine stärkere Stamm-Vattacke macht oder so rein Außerdem von Münzgold-Monte Erfrischer Sub Vielen lieben Dank Oh, da waren goldene Vasen Die ich hätte anspringen können Ich weiß übrigens gar nicht, was hier Der welche Weg Oh, der Weg hier war nach oben Ja, genau, genau Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was der richtige Weg hier nach oben ist, aber Es ist doch sehr eindeutig Es waren die kaputten Vasen, die man mit Wasser voll macht Ich hasse übrigens Mario Morgana sehr in diesem Level Das Level ist für mich die schlimmste Mario Morgana Ich laufe einfach immer für Ewigkeiten hinter ihn her Und irgendwann Oh, das sieht so mies aus Kann man das bei Dolphin eigentlich beheben? Dass der Schleim so eckig ist? Ich meine, da muss es doch inzwischen einen Fix dafür geben, oder? Ja, okay Das sieht halt immer echt schlecht aus Außerdem von Rallygator Fünf Gift-Saps Wie viel lieben danke ich Ich werde gleich Ah Ich gehe da mal nachschauen Für Bier 04 Tupcino Reins Bleeding Brain Und Swemi Wie viel lieben Dank Wie viel lieben Dank Oh, da ist ein Dolphin Den Dolphin müssen wir erwischen Im Dolphin wirklich gibt es dafür eine Anleitung Oh, okay Ich habe meinen Dolphin aktuell so eingestellt, dass der für Metroid Prime optimiert ist Denn Natürlich habe ich das Was würde ich auch sonst machen? Können wir hier nicht auch irgendwie noch Wasserflaschen bekommen oder so? Nein Au Das ist nicht gut Oh ja, man muss dafür auf die Schleime drauf springen Das ist eine Mechanik, von der, glaube ich Sie bekannt Ich meine Ich bin mir sicher, viele Leute wussten es nicht Aber ja, das ist eine Sache Wenn man auf der Schleim drauf springt, kommt man auf der Flasche Wasser dafür Aber scheinbar funktioniert es jetzt auch nicht mehr Vielleicht funktioniert es auch nur, wenn man wenig Wasser hat oder so Nein Nein Immer dieser Pixelart Schleim Nicht wirklich Pixelart Ist einfach nur verpixelt Viel Art ist da nicht zu erkennen Was muss ich hier eigentlich machen? Versuchen wir einfach einen Wall Jump Schon Es haut sich nicht ganz hin Sollte er funktionieren Yes Seht ihr? Es funktioniert Langsam aber sicher Das ist eine unerwartet träge Mission gerade Nein Mario Oh mein Gott Mach mich doch nicht schwach Okay So Yes Wir haben ihn Das war super lucky Ist da normal nicht Trampolin? Ja, ich glaube Oh, da hinten ist Warum war das Trampolin? Oh, das war wahrscheinlich unter dem Schleim irgendwo Ich vermute, ich habe genau das kleine bisschen Schleim Wo das Trampolin drunter war Nicht erwischt Oder sowas Sind mittlerweile PS3, 360 und Wii Retro Konsolen? Wenn ja, fühle ich mich jetzt mal alt Ich meine, bei der Generation würde ich sagen nein Aber prinzipiell würde ich sagen Konsolen, die nicht HD sind Ich denke, die kann man schon so ein bisschen Die fallen mehr und mehr und mehr in die Retro Kategorie Das heißt Gameplay und PS2 wahrscheinlich Ja, ja doch Ich denke, die kann man heutzutage Retro nennen Nur alles, was dann schon HD ist Ich weiß nicht Da finde ich das ein bisschen Ich weiß nicht Da finde ich das schwer Die hatten auch schon Internetanbindungen und Online-Stores Und Online-Programme, wo man Geld für zahlen muss Und sowas Das war schon ziemlich modern Wo bin ich jetzt hier gerade? Warum bin ich hier oben? Seid ihr von dem Sprung? Denn der ist, finde ich mittlerweile recht Retro Ich meine, der ist es auch Ziemlich niedrig aufgelöst Der ist jetzt halt auch 15 Jahre alt oder so inzwischen Es ist immer die Frage, ob etwas Retro ist oder Super-Retro Es gibt alte Spiele, die inzwischen alt sind Und es gibt die wirklich alten Videospiele Für mich persönlich ist immer noch Konsolen, die 2D waren Sind immer noch ein gutes Stück mehr Retro Als welche, die 3D sind PS2, die ganze Generation hatten aber auch schon Internetanbindungen Ja, aber Streng genommen Hatte auch das SNES sowas ähnliches Und es gab auch bei Ich glaube Sega Master System Gab es auch schon so einen Online-Channel Oder sowas Das heißt, sowas können wir weiter zurückverfolgen Aber es gab nicht wirklich die Online-Infrastruktur Wie es hier zum Beispiel Playstation Network und Xbox Live dann schon gab Regelbare Xbox Das ist wahrscheinlich auch Die hatte auch schon, glaube ich, richtiges Online-Infrastruktur-Zeug Aber nicht ganz so stark wie bei der 360 dann Oh, das war gut Habt ihr das gesehen? Was ist Sunburn für ein Hack? Man hat das Spiel mehr oder weniger Open World Und man wird nicht aus Leveln gekriegt Wenn man Shinesprite eingesammelt hat Aber keiner mag Sega Das stimmt nicht Ihr mögt nur Sonic nicht Aber die haben meine Konsolen hergestellt Leute, die sagen Oh, Sega ist so doof und sowas Ich hab das Gefühl, die Haben letztens erfahren Dass Sonic 06 existiert Und wissen nicht wirklich viel Über die Geschichte Beziehungsweise sind das die Vibes Die ich immer bekomme Boah, Sega ist so dumm Die haben einfach nur Scheiße gemacht Deswegen hat das Mega Drive Von eurer Sicht zeitweise auch besser Als das Super Nintendo verkauft Das war einfach so schlecht Die haben die Yakuza gespielt Ich hab Yakuza 0 gespielt War okay, denke ich Maximal Na gut Soviel dazu Hauen wir ab Shadow Mario Il Pantissimo Wir wollten Il Pantissimo uns Boxhandschuhe anschauen Richtig So, hier ist jetzt Wenn man irgendwo Den richtigen Weg entlang geht Wird man von dem Boxhandschuhe Weckgekickt Passt auch Vielleicht kann ich ihn direkt Euch irgendwo zeigen Da ist er Da ist er Hab ich ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Der Boxhandschuh ist keine Lüge Er existiert Oh, ich wusste auch Für die längste Zeit nicht Dass der wirklich eine Sache ist Oho Das ist das leichteste Il Pantissimo-Renne Habe ich das Gefühl Nenn mich an meine Schulzeit Ja, ich bin auch viel Gegen den Typ Mit der Maske gerannt Vor allem ist das Rennen Auch super kurz Man ist mit der Schwebedüse Halt sehr im Vorteil Und ich hab mir nicht mal Mühe gegeben Und wir haben gewonnen Da kommt er langsam angeschwommen Er ist in dieser Mission Halt schon sehr langsam Und Shine Sprites So kann ich ansonsten Kann ich zum Aal runtertauchen Von hier aus Frage ich mich gerade Denn wann will ich den Aal noch machen Ehrlich gesagt Ich hab das Gefühl Das mit dem Durchspiel Das könnte knapp werden 70 Shine Sprites In dem Spiel zusammen zu bekommen Ist äh Es ist mehr Als ich gedacht hätte Was ist das? Oh, das ist das Glas Oh, okay Wir machen das Wir machen das Sind aber auch alle Nicht allzu schwer Ich mein, der aus Deinen Ketten und Welt Ist fast ein bisschen schwer Aber hauptsächlich nicht Das stimmt Ich hasse es Wenn ich im Kamja unterwegs bin Warum sind da so viele My Little Pony Figuren? Wer hat die da reingestellt? Sind die reingefallen? Die müssen da reingefallen sein Oh, das war eine Reise nach oben Wenn ihr mich fragt Wo ist die letzte rote Münze? Da ist sie Ich mach die Mission im Glas immer Es war immer ganz cool So kann ich hier eigentlich raus Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich, weil ich jetzt rausgekickt Oder so Aber hey Wir haben gleich die Hälfte Yippie Ich glaub bei 35 Shine Sprites Sollte dann auch auf der Oberwelt Die Raketen Diese spawnen Was mach ich jetzt? Spiel Was Was sind jetzt? Ich schätze wir machen Exit Area Dass das Buch ist Von dem Buch weiß jeder Es zählt Man kann es leider heutzutage Nicht mal mehr als ein Secret bezeichnen Es ist einfach Das ist für jeder Der irgendwann mal ein Video Über Sunshine gesehen hat Weiß von dem Buch Oh die Zähneputzmission ist super schwer Die will ich auch noch machen Aber der Trick dabei ist übrigens Dass man nicht die Schwebedüse einsetzt Sondern die Reguläre Spritz-Spritzdüse Versteht ihr? Wo ist der jetzt eigentlich hin? Wo ist unser kleiner Böser Mario hin? Ich mein natürlich Bowser Junior Da ist er So ihn hier zu erwischen Ist auch super nervig Darauf freue ich mich also schon sehr Schon So was soll das? Kann ich ihn jetzt nicht erwischen Weil er da oben nicht besiegt werden kann Oder so Ist das eine Sache? Dankeschön Shoot Und jetzt Können wir ein paar Easy Shine Sprites holen Die leichtesten im Spiel Würde ich sagen Und sie bringen dieses Mal Sogar was Vergleich zum regulären Spiel Wo sie komplett unnütz sind Ja jetzt beginnt der Spaß Wieso kann der überhaupt In Wasser schwimmen? Das ist eine Frage Die ich oft höre Und meine Logik dafür ist Der Schleim den wir sehen Ich würde sagen Er ist Öl Er basiert auf Öl Deswegen ist er auch so schleimig Und er reflektiert In viel verschiedenen Farben Und sowas Und ich denke Mario wird noch ein gewisses Irgend ein bisschen Seife Oder was auch immer In seinem Reinigungszeug Mit drin haben Das ist nicht nur pures Wasser Was er rausspritzt Und das ist immer Mein Headcanon Warum Ja warum Er durchs Wasser schwimmen kann Es wirkt sinnig Wenn ihr mich fragt Ein Fettlöser Ganz recht Das Zeug Man sieht ja auch Dass das auf Wasser schwimmt Oh ja das kommt auch noch Dazu fällt mir gerade auf Rico Harbor schwimmt Der Schleim zum Beispiel Auf dem Wasser Hast du mir überlegt Ob du darüber ein Video machst Das mache ich gerade Im Moment Da ist bestimmt Salzsäure drin Ich glaube er ist in der Lauge Fettlöser bräuchte ich Ja wer nicht Wer nicht Nächster scheint Sprite Wie komme ich an den Jetzt am besten Lass mich kurz Wasser holen In Rico Harbor Ist das noch Tinte Und kein Schleim Ja aber Tinte Vermischt sich doch mit Wasser Oder nicht Ich muss ehrlich gestehen Ich habe nicht allzu viele Tintenexperimente gemacht Wie soll ich da rankommen Wie war das Komm mal da ran Ist ja ein Trick Von dem ich nicht weiß Oh mein Gott Vor allem sterbe ich gleich An Fallschaden Käthendüse in der Luft Benutzen Kann man die öfter Als einmal einsetzen Kann doch nicht In der Luft Nochmal verwenden An der Fahne Festhalten Ja ich sollte das Versuchen Das ist seltsam Ich weiß nicht Wann ich den Schein Sprites Geholt hab Münze unter Wasser Heilen einen nicht Oh mein Gott Wir haben es Wir sind noch im Spiel Yes Das war knapp Aber ja Kein Problem Soweit Wenn ihr mich fragt Easy Simple Einfach Jetzt machen wir Das ganze nochmal Denn aus irgendwelchen Gründen Gibt es hier zwei Glocken Die gereinigt werden müssen Der Gott Gamer Hat zugeschlagen Glocken zu reinigen Ist aus irgendwelchen Gründen Auch echt Ich glaube ich bin im falschen Ich stehe im falschen Winkel oder so da Aber das dauert immer ewig Ich glaube ich habe es da Einen Trick Ich meine es muss mir Einen Trick dafür geben Kann auch sein Dass die einfach nur Echt verschmutzt ist Genau das ist der Spawn Da unten Wenn man den großen Schein Sauber macht Ja Und das werden wir Gleich als nächstes machen Was kann ich von hier aus Da rein Welchen Weg Muss ich dafür wählen Da hin Oh ja hier komme ich dann raus Und Das ist nicht richtig Wahrscheinlich muss ich dafür Dass es eine versteckte Hier wählen oder Hier ist ein versteckter Deckel Irgendwo Wo ist er Da ist er Da ist er Da ist er Moment der ist überhaupt Für gar nichts nützt Der ist für gar nichts gut Äh Das ist nicht von der Insel aus So weit Ich weiß nicht Ich dachte ich muss einfach nur Direkt daneben Irgendwo rein Aber Hier waren wir so heute auch schon Das war Das war nicht der richtige Weg Oh hier drüben Ich glaube ich habe es gefunden Wie weiß ich Wenn wir das versuchen Vergesst nicht Dass der Ghoulie Deckel Auf dem Dach ist Es gibt ja eine Ghoulie Deckel Auf dem Dach Den sollte man nie unterschätzen Okay Puh Und dann kommen wir zum großen Schein Sprite 37 Das ist doch eine stolze Anzahl Hups Wie viele Münzen haben wir? 23 Ich bin übrigens immer noch nicht darüber hinweg Dass man tatsächlich 100 Münzen hier In der Stadt sammeln kann Das ist eine Sache die mir schlicht und ergreifend nie bewusst war Nicht mal fast Ich denke wir werden von hier aus einfach mal drüber spritzen Ich verstehe was ich meine Ja Ja das ist das Das scheint größtenteils zu funktionieren Wird wahrscheinlich besser funktionieren Wenn ich näher dran wäre Aber Die sind da relativ großzügig Was die Hitbox angeht Wieder halt einfach die Klappe Na halt du den Mund Gleich haben wir es Dieses Teil sauber zu machen ist glaube ich mit einer der ersten Sachen Die man im Spiel immer macht Wenn man zum ersten Mal spielt Wollen wir direkt in die Kettenhundwelt? Wie befühlt ihr euch in Sachen Kettenhunden? Habt ihr Angst? Habt ihr Angst vom Kettenhund? Wofür habt ihr Angst? Das hat mich als Kind sehr frustriert Dass es irgendwie schmutzig wird Oh ja So dann schicken wir die Jungs mal baden Denn die stinken nach Scheiße Tut mir leid dass ich es auf die Art sagen muss Aber es ist wie es ist Ich mag die Welt hier sehr von der Atmosphäre Ich mag die Mission nicht so sehr Aber Ich weiß nicht mehr Ich mag die Atmosphäre hier von Immer schön ins Wasser rüber Da kommt direkt der Nächste entgegen Auf Flughafen und Plaza Delphino 100 Münzen sind die gleiche Mission Das ist halt die Sache allerdings ein bisschen So komme ich hier vorbei Nein Ich fürchte die Antwort ist nein Ich mag es nicht dass er so winselt Der tut mir ein bisschen leid Oh Du Stehen bleiben Stehen bleiben Ich hoffe Mario bleibt nicht an den Schleimüberresten hängen Irgendwo Ich wünsche auch dass ich was sehen könnte Aber Ich glaube es hat gereicht Es hat gereicht Von der Seil und Prämisse ist die Welt Echt schöne Mission sind mentale Folter Ja Es gibt hier die dümmste Es gibt hier die dümmste Shinesprite im gesamten Spiel Die schlimmste Shinesprite im Spiel Und damit meine ich die optionale Wenn ihr nicht wisst wovon ich rede Dann Schnallt euch an Denn wir werden es erst viel später sehen Wir brauchen dafür die Raketenlösung Ich weiß gerade nicht wo man die herbekommt Aber wenn wir die haben Dann geht es aber los Können wir direkt die Yoshi eigentlich holen an sich Der Yoshi wollte glaube ich immer Bananen Schaue ich einfach mal Hier sind roten Es gibt hier rote Münzen Es gibt hier eine rote Münzen Mission Oh das ist das Sonnenblumen Oh das ist das Festival Oh das ist das ganz am Ende Deswegen sind auch die Er will eine Kokosnuss Oh die roten Münzen habe ich lange nicht mehr geholt Aus der Mission hier Alle die sonst nachts sind Können mich mal Yeah Wo gehe ich hin Wir wollen eine Kokos Oh Nein ich will damit nicht nach oben Oh Gott Oder wollen wir die 8 roten Münzen versuchen Ich weiß halt echt beim besten Willen nicht Wo die hier versteckt sind Die Mission habe ich so lange nicht mehr gemacht Ich habe die Vorstellung davon Dass ich es versuchen würde Was ist mit dir eigentlich los Oh sie hat sich hier versteckt Von den Käpt'n unten Ich weiß jetzt schon nicht wo weitere rote Münzen sind Aber ich vermute ich muss jetzt auch mit dem Teil nach oben fliegen Wo bekommen wir die Raketendüse hierher Weiß das jemand? Irgendjemand weiß es Ich glaube die Münzen holen ist ein Fehler Ich weiß auch gar nicht wo ich mit den Teilen Besten nach oben fliegen kann Ich glaube einen großen Baum Oh yeah Stimmt Lass mich direkt noch eine zehnte blaue Münze mitnehmen Wenn wir schon mal hier sind Bestimmt nicht zum Fängnis dass ich Okay ich bin eh tot Bei dem wird es nicht sogar ein Timelimit Nein Man muss alle Bewohner von hier reinigen Bei dem Timelimit Das ist übrigens eine coole Mission Ja schaut euch das an Der Fino Plaza ist gereinigt Jetzt habe ich die ganz rote Münzen wieder verloren So das ist das einzige wo man gegen Il Pantissimo sogar verlieren kann Wenn der mich fragt Oh ich kann auch tagsüber die Münzen holen Das gefällt mir so viel besser Oh tagsüber sieht die Welt so viel schöner aus Schau euch das an Und unten wächst alles auf Pilzen Yoshi will ne Ananas Bei wie viele blauen Münzen waren nochmal eine Schein Zehn Stück Das heißt hier und wieder soll ich wahrscheinlich ein paar blaue Münzen mitnehmen So machen wir das erstmal Ich hoffe das reicht noch Ich meine dass der super schnell den Baum hochläuft Und einen da echt schnell überholen kann Das war nicht mal fast so knapp wie ich gedacht hätte Nicht mal ansatzweise Und ich habe mich extra beeilt Weil ich mir dachte Uh gleich würde mich erwischen Aber ich will nicht erwischt werden Ist einfach nur einfach Ist einfach nur simpel Oh ist der meins Die wahre Trollface Äh 13 Monate Resub Wie viel lieben Dank 40 Shine Sprites Wir sind über der Hälfte Ich werde jetzt einfach mal mit einer Wolke losdüsen Moment ich will mit so einem Teil da drüben losdüsen Ich will ja gar keine Wolke Ich glaube wenn man so einer dran hängt Wenn sie gerade zur Seite Leiden ist man ziemlich tot Okay Los geht's Ich bin bereit Ich will zur Raketendüse Nimm mich mit So was soll denn das Die Teile sind ja mal super nutzlos Wie kommt man zur Raketendüse ran Sollen wir eigentlich mit den Teilen das versuchen Weil ich kann hier einfach hoch springen oder Das würde mein Leben erleichtern Die komischen Löwenzahn Pusteblumenteile Die sind ziemlich unnütz Oh yes Okay Jetzt können wir nach den Münzen suchen Wisst ihr was wir jetzt machen Wir holen jetzt die dümmste Shine Sprite im Spiel Was haltet ihr davon Was würdet ihr davon halten Kann man hier ganz nach oben Wie auch immer Ich glaube ich muss ja Muss ich ja ganz Ich kann ja ganz nach oben oder Aber wie komme ich Oh ich bin da Okay Oh Ich hoffe ihr seid der Schwindel frei Wir sind ziemlich weit oben Okay Ja wirklich Das ist eine Sache Wenn wir Ich weiß nicht ob es vielleicht Ich weiß nicht mal ob es einen NPC gibt Der einem davon erzählt Aber ja Ich habe keine Ahnung Wie irgendjemand das herausfinden soll Vor allem ist das hier oben eigentlich für die roten Münzen So ein Schwachsinn Das sind riesige Palmen Schauen wir ob wir nachher die anderen roten Münzen finden Das ist einfach nur auf die Sonne schießen Das hat doch jeder mal versucht oder nicht Kann man hier überhaupt sein Wasser auffüllen irgendwo Ich weiß nicht ob ich mein Wasser hier irgendwo auffüllen kann Oh doch in der Mitte Oh ja doch 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 Wir haben den Teich wo ich hier die Jungs rein Geschleudert habe Ich glaube in irgendeiner anderen Welt Bekommt man auch eine blaue Münze Wenn man auf die Sonne schießt Das heißt das ist nicht mal das einzige Mal Als sie das gemacht haben Hey Hey Wo Wo ist das Wasser Was soll das denn Wo soll ich jetzt mein Zeug auffüllen Ernsthaft Ist jetzt wirklich kein Wasser mehr Ich glaube das ist denkbar ungünstig Um zu versuchen Alle Roten Münzen zu holen Hör auf immer so schrecklich früh anzufangen Hör auf solange zu schlafen Oh da vorne ist Wasser Okay Immerhin Ziehen wir noch einer Drei Dann haben wir hier drüben noch einer Das hat sich sogar relativ spaßig Ich hab sonst Es ist einfach quasi eine neue Sunshine Mission Für mich an dem Punkt Weil ich die nie gemacht hab Ja ich glaube auch dass Nestlers Wasser abgepumpt hat Will mich nicht wundern Kurze Frage Muss ich runter für rote Münzen Irgendwelche werden da unten sein oder Ja eine ist im Untergrund Das ist gefährlich Okay dann fehlt mir noch eine die hier oben Äh die oben irgendwo sein müsste Das ist irgendwie im Untergrund Würde ich sagen Ich hoffe auf das Beste Ich werde bestimmt wieder zurückkommen Oh ähm Oh da drüben ist sie Okay Das ist ähm Warum ist dieses Gitter hier Das scheint mir einfach nur ein Sicherheitsrisiko zu sein Das eigentlich schwersten Mission einmal nach Ah Ich weiß nicht Ich muss einfach nur Ich muss einfach nur hinbekommen Nicht zu sterben Dann gibt es keine Probleme So weit so gut So wie komme ich da oben hin zu der Münze Wahrscheinlich hätte ich das mit Yoshi machen sollen Ist dein Shirt ein Hinweis auf 10 Frösche in Videospielen Video Ich wünschte Aber nein Ich fürchte leider nicht Ich bin übrigens erstaunt Dass man das überhaupt lesen kann So über die kleine Äh über Kleinen Camels Schnitt Oh Gott Wie soll ich Wie soll ich da Wie soll ich da hin finden Hier Hier müsste die rote Münze doch sein Oder Das ist ein M Auf jeden Fall darauf aus Dass man hier oben rankommt Irgendwie Hätte ich vielleicht von dem Teil abspringen müssen Oder so Vielleicht da vorne wechseln Was soll das denn Hä Was soll das denn Wie soll ich da hochkommen Das wäre das Spiel von mir Oh mit der Schaukel Oh mein Gott Ihr wollt doch Oh nein Oh nein Okay Der Schatten war auf der Schaukel Der Schatten war auf der Schaukel Wir machen jetzt die andere Wir machen die Mission Die ist eigentlich relativ spaßig So ein Schwachsinn Gott Aber ja Ich muss über die Pilze da unten Ranspringen Wie es aussieht So Mal schauen Wie gut das Dieses mal klappen wird Also ich Gibt es einen sehr Einfachen Weg Um das hier zu machen Okay Und damit sollten wir es geschafft haben Wenn mich nicht alles täuscht Wenn mich nicht alles täuscht Sollten wir fertig sein Die Decke springen Und dann hier nach oben Äh Oh Gott Mario Oh ich kann die Ich kann entlang hangeln Okay Äh Ich hab ein bisschen Angst Aber wir haben eine saubere Landung An den Tag gelegt Okay Damit haben wir es geschafft Seid ihr davon Ja ich Ich wollte den Weitsprung an sich machen Aber Ich hatte Angst Ich will es bestimmt So viele blaue Münzen Zu sammeln Nein Und da ist der Bürgermeister Er ist natürlich am wichtigsten Ich mag dass irgendwelche Hühner Das alles Vollgekackt haben Saubere Landung Versteht ihr das Ein Sunshinewitz Verstehe ich nicht Inwiefern ist eine Landung Weil es eine saubere Landung ist Weil sie sauber ist Leider hat nichts mit Sunshine zu tun Ich werde diesen Witz nicht akzeptieren Denn ich finde ihn nicht lustig Muss ich ganz ehrlich gestehen Ich könnte von hier aus also noch weitermachen Ich könnte bestimmt die Roten Münzen sammeln Aber Scheiben wir doch sehr schwierig zu sein Holen wir eine Kokosnuss Und Gehen wir mit Yoshi unten hin Was haltet ihr davon Denn ich habe schon eine Vermutung Wer die Kokosnuss Dieses Mal geklaut hat Wo ist die Kokosnuss So ein Baum hätte ich übrigens auch gerne An dem einfach jede Frucht wächst Von jeder Frucht Auf der Welt Ein kleines bisschen was Außer da wächst Eine beschissene Kaktusfeige Wenn eine Kaktusfeige wächst Dann wird er direkt gefällt Weg damit Niemand braucht diesen Baum mehr An dem Punkt Wenn Kaktusfeigen wenigstens gut wären Ist es nicht immer so noch nicht gut Ist einfach nur schmerzhaft Kaktusfeige ist auch deine Lieblingsfrucht Ja Maeve hat im Urlaub Auch eine Sieh was Das Video kommt noch Wo Kommt Nächst Wo Maeve davon erzählt Maeve hat zwischen auch Eine Kaktusfeige Erfahrung gemacht Und sie hat sich mit der Meinigen gedeckt Jauh Jauh Ja Außer von Michi 49 Monate Tier 2 Wie viel lieben Dank Ja und Michi Wusstest du Dass in dem gleich Komplettlösungsheft Wo auch Welches mich durch Das dritte Zeitalter Geleitet hat Dass dort auch Die Komplettlösung Von Sunshine Wenn drin war Ganz recht So und das ist Die Werfermission Nein das wusste ich nicht Jetzt weißt du Bescheid Es kommt immer drauf an In welchem Winkel man Die anquatscht Und so werfen sie einen auch Ich glaube ich steht zu weit An der Seite Aber das ist okay Den will man ungefähr Bei der Mitte anquatschen Sonst wirft er einen etwas zu weit Wer sich umdreht Bin ich da Schade Schokolade Da habe ich mich wo etwas Verschätzt Oh Gott Ego Perspektive Hilft überhaupt nicht Jetzt hör doch auf Mario Oh das war knapp Oh Gott ich mag es nicht Dass die Kamera einfach Überall ist Außer da wo sie sein soll Können die Stu's bitte weggehen Okay Jetzt kommt der schwierige Teil Ich würde nie widersprechen Dass das nicht ein schwieriger Teil ist Man kann aus irgendwelchen Gründen auch darüber Ich wüsste nicht Womit ich das machen sollte Geh doch selber weg Du gehst zu denen Das Haus beschwerst dich über sie Nein 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 Pass auf Sie sind Sie sind ungeziefert Die wohnen da nicht Sie werden nur geduldet Komm Chuckstar Yes Was sagt ihr dazu Und das ohne Geodreieck Ich habe es einfach geschafft Ich habe es einfach getan Piantas in need Machen wir Machen wir Change um Bart Ungezieferte nette Gesellschaft nicht zu Äh nicht zu suchen Das ist halt richtig Man kann es nicht anders sagen So Kettenhund Freund Machierst du nicht los Kriegt er sich nicht Was soll das denn So Wir folgen ihm einfach mal ein bisschen Das ist mir ein Geodreieck Ein Geowurf Nein Geowurf Das Angriff Der so viel Schaden macht Wie das Pokémon Level Vom Level her hoch ist Ist ein okayer Angriff Wenn Schanere ihn einsetzt Aber keiner Wenn man ihn gegen Schanere einsetzt Ironischerweise Okay Dann schaffen wir die Mission Noch direkt mal Oh Was haltet ihr davon Das ging schnell Das ging schnell Oder nicht Und wir haben es Ich will auf jeden Fall Das machen mit den Piantas In Need Und ich glaube Davon muss ich das Level Dann wieder kurz verlassen Und dann sollten wir So weit mit der Welt Oh nein Wollen wir die Rachtrottenmünze nochmal versuchen Danach Oder jetzt direkt auch Denn die können wir noch machen Und dann sollten wir die Welt Tatsächlich abgeschlossen haben Oh nein Dann noch Mario Morgana Und dann haben wir es abgeschlossen Okay Mario Morgana Acht rote Münzen Und das hier noch Das schaffen wir Ich mag die Mission übrigens Hauptsächlich weil sie echt einfach ist Wenn man Spray spammen kann Ja 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 Ich werde dir helfen Sie zu befreien Okay Wir haben gerade mal Drei Minuten Zeit Es gibt auch ein Video darüber Wie Über den Speedrun Von diesem Level Der sich über die Zeit Entwickelt hat Und sowas Und es geht eine Stunde Und es ist ganz cool Ich mache den Schleim Ich sollte den Schleim Neben mir wahrscheinlich Auch noch am besten weg machen Ansonsten können die sehr schnell Direkt glaube ich Nochmal versinken Wenn man Pech hat Und das wäre nicht gut Ich bin mal gespannt Ob ich diesmal Keinen übersehen werde Denn das ist ein klassischer Fehler Der einem in diesem Level passiert Man übersieht sie einfach So es ist nur nicht mal Eine Minute vorbei Und ich habe bereits Fünf von zehn befreit Ich denke das ist Okayer Anfang Wenn ich das mal so sagen darf Okay Da vorne ist noch einer Ich bin mir so sicher Dass ich welche übersehen werde So läuft es jedes Mal Ich denke mir mal Oh ich bin gut unterwegs Diesmal werde ich ja wieder Sehr schnell fertig sein Aber Fehlt einfach immer Der eine random Typ Der eine random fehlt immer So acht von zehn Oh da ist einer Ja wo ist der Oh da hinten Ich glaube ich habe sie alle Ich glaube ich sehe sie alle Naja und für Blue Coins Kann ich auch noch Ein paar Scheins holen Typisch später Gamer Die ohne Minimap Nicht klarkommen Hey ich habe da Xols durchgespielt So können sie nicht von mir reden Außer mit Zitruslusche Erfrischer Sub Wie viel lieben Dank Und nimmt er die Unmenge an Wasser her Aus dem Wassertank An seinem Rücken So wie jeder andere auch Was machst du jetzt eigentlich Wollen wir ganz so Auf Panisch im Kreis zu rennen Er nimmt das Ganze sehr schwer Ich würde sagen Wir nehmen jetzt den Scheinsblatt mit Und dann Suchen wir nach den Acht roten Münzen 17 rote Äh 17 blaue Münzen Da sind auch direkt Ein paar Scheinsprites Ich glaube wir müssen Möglichst das Hotel Da noch anfangen Das Hotel Bananen will der Yoshi Max das Hotel Rase Ich kann mir vorstellen Ich habe vorgestellt Dass du es nicht magst Aber Ich weiß nicht Ob der eine Typ bist Oder nicht Dieses Mal Das Hotel hat eine gute Atmosphäre Nein Ja Ja okay Das lasse ich dem Ganzen So versuchen wir die rote Münze Da unten mitzunehmen Ich hoffe das wird irgendwie hinhauen Keine Ahnung Schon mal leid Yoshi Ich weiß auch wie ich jetzt Ich weiß auch jetzt wie ich rankomme Ich hätte nicht in dem Ausmaß Seine Distanz zurückgelegt Wie ich mir das gewünscht hätte Muss ich ehrlich gestehen Ich wollte Yoshi nicht einfach in den Tod fallen lassen Aber Was hätte ich denn machen sollen Und wir haben sie Und das ohne Yoshi Ich mag das Geräusch nicht Wenn er darauf herumläuft Vielleicht ist da unten Vielleicht beginnt dort unten Dann das Abenteuer Aus Yoshis Story Vielleicht war das für Yoshi ja gut Dass er in seinen Tod gestürzt ist Denk mal darüber nach Jetzt kann ich ja gar nicht wissen Ob er überhaupt So glücklich in seinem Leben war Dass er weiterleben wollte Wer seid ihr Dass ihr euch darüber ein Urteil erlauben wollt Es gehören immer zwei dazu Um jemanden in den Abgrund springen zu lassen Mich einfach nur mal so anmerken Klar trifft er beide Imindest eine Teilschuld Aber es gehören immer zwei dazu So und jetzt suchen wir noch Die restlichen roten Münzen Einer hat mir insgesamt noch gefehlt Ich meine Verwärts muss man sagen Ich sage es Mario ist immer ein bisschen Er war immer ein bisschen uncool Yoshi gegenüber In Yoshis Island Hat Mario die ganze Zeit geheult Und genervt Und dann in Mario World Lässt ihn einfach runterfallen Apropos Wusstet ihr Wusstet ihr Ihr könnt das nachschauen Wenn ihr mir nicht glauben wollt Aber wusstet ihr Dass Yoshi in Super Mario World Orange in der Arme hat Seine Arme sind nicht grün Sie sind orange In der Super Mario World Sie haben die Sattelfarbe Ganz recht Ganz recht Sollen wir hier irgendwo Eine gute Münze Was Schaut es euch an Wie ihr merkt Die sind grün Die sind nicht grün Nicht in dem Mario World Sprite Ich habe 15 Von den 80 Roten Münzen Wir haben es bald geschafft Vielleicht noch immer Das Problem Dass der Browser Ab und zu abschmiert Was für ein Browser Meinst du auf Twitch Ja kann ich sagen Ich nicht Wofür gehe ich überhaupt Im Plan gerade Wo im Geh was Wieso haben sie es gemacht Keine Ahnung Irgendwelche Sprite Limitierungen Schätze ich Aber Ja Das ist eine Sache Ich wünsche ich hätte So viel Spaß Wie Mario Einfach durch die Gang Tüpfchen Und einfach Über jeden Sprung Sagen Wah Wahoo Yippie Wuhu Ich komme nicht mal bei Dingen Die mir Spaß machen sollten So viel Spaß Wie zum Beispiel Super Mario Sunshine Auf dem Nintendo Gamecube spielen Sechs von acht Rote Münzen Dann haben wir da unten noch eine Und dann Ähm Muss ich irgendwo noch die achte finden Im Untergrund ist auf jeden Fall nur eine Und die haben wir Wo würde ich mich verstecken wenn ich die letzte rote Münze wäre Drübe vielleicht im Wasser Ich würde mich im Wasser verstecken glaube ich Hier unten oder so Wo auch die blauen Münzen sonst sind Oder in irgendeinem Schacht wo niemand hinschaut Weil es echt nervig ist da rein zu schauen Hm Weiß jemand wo die letzte rote Münze ist? Es gibt nämlich echt viele Möglichkeiten Die Welt ist noch ziemlich groß War schon im Pool Ja Vielleicht beim Kistenhaufen Ja Auf jeden Fall eine Möglichkeit Schauen wir uns den Kistenhaufen an Die hinter dem Pool Ja die hinter der Palme habe ich auch Vier Kisten Yes Sie ist hier Oh mein Gott Wo muss ich dafür Nein Oh nein Habt ihr gesehen wo ich dafür hin muss? Ich denke ich muss mich an diese Teile festhängen Und dann rüber geweht werden Aber nicht zu weit rüber geweht Das würde auf jeden Fall gut ausgehen Dann kann ich über die Wolke rüber Dann kann ich auf der Wolke stehen Komm die Wolke hier rüber Ich glaube die Wolke hilft einem nicht wirklich Ich muss schon mit den Teilen rüber Den Pusteblumenweg Das Wichtigste ist hier nicht runter Ich werde diese Mission jetzt nicht nochmal machen Schwachsinn Wir machen jetzt nochmal Und dann sind wir fertig mit der Welt Ich mache das jetzt nicht Das dauert ewig Das dauert Jahre Monate Wochen Das ist eigentlich die achte Mission in der Welt hier Oh die achte Rotmünzen Ach Mario Morgana und dann überlegen wir weiter Oh ja das ist special Mario Morgana Der legt Schleim hinter sich die ganze Zeit Und läuft immer genau in dem Abstand vor mir Dass ich hier nicht treffen kann Was ich echt cool finde Mario Morgana Der Welt kann man ultra viele Blaumünz von Bewohnern bekommen Was muss man dafür machen Die wurden einfach anquatschen Und sie sauber machen Wir ziehen es jetzt also durch Komm schon Mario Wir holen jetzt die acht Roten Münzen Und dieses Mal ist es ernst Oh der Lava Mission war alles bedeckt Dass sie befreien Oh Oh Ich weiß aber nicht Ob ich wirklich noch auf 30er Blaumünzen geben werde Ehrlich gesagt Komm schon Nicht zu hoch Oh ich bin nicht zu hoch Yes Okay Und dann hauen wir direkt ab Und seht ihr Diesmal musst du nicht mal in Yoshi ums Leben kommen Kennt ihr das wenn ihr Spiel spielt und kein Yoshi stirbt Ich kenn es ab jetzt Zumindest aktuell Wo bringen einen eigentlich die Wolken hin Ich traue mich nicht nachzuschauen Aber ich wundere mich doch Außer von der Polygizer 53 Monate Resub Wie wir lieben Dank Ein Spiel in dem kein Yoshi stirbt Das ist ein schlechtes Spiel Das ist gelogen In Yoshis Woolly World ist kein Yoshi gestorben Sie wurden nur Ich glaube das Wort war aufgedröselt Und es war ein nettes Spiel Es war kein hervorragendes Spiel Aber es war okay Ich bin immer noch ein bisschen stinkig Dass sie sich dazu entschieden haben Das Spiel auf 3 Der ist Support Und nicht auf die Switch Und ich hätte mir mal den Putschi Amiibo holen sollen Gibt es ihn noch zu kaufen? Sind Putschi Amiibos noch im Handel erhältlich? Ich meine ich hab die 3 Hat gerade das Teil der anderen Okay Gut Machen wir weiter So die Jan Yoshi ist nicht mittlerweile super teuer geworden Also als ich zuletzt bei mir bei Mediamarkt war Hab ich da alle 3 gesehen Ich weiß nicht wie es online aussieht Aber ich hab die zuletzt einfach im Laden ganz regulär gesehen Putschi von den Simpsons Nein der andere Wunderhund Der Hund von Yoshi Also ein von äh Oh Gott von Sir Bebo 3 Monate Reset Und Eckart der erste 45 Wie wir lieben Dank 120 Euro für ein Amiibo Wer verlangt Ist das auf Amazon ein Angebot? Wo jemand einen dummen Woll Yoshi 25 Euro reingestellt hat Die sollte es noch Die sollten nicht so unüblich sein Irgendwo regulär zu kaufen Ne Ebay Es ist der große zufälligerweise Er war nämlich glaube ich generell nie günstig Es gibt nämlich so einen riesigen Woll Yoshi Der sieht aber auch nicht gut aus Das ist das Gute daran Dass man ihn nicht mal haben will Seine Proportionen sind sehr Falsch Ne Putschi Oh Ja bei Putschi kann ich es mir vorstellen Den hat denke ich Ich glaube der war generell nur bei einer Special Edition von Woody World of the 3 Der ist dabei oder so Ich weiß gar nicht ob der regulär verkauft wurde Und generell glaube ich nicht Dass Woody World of the 3 Der sich generell Auch nur ansatzweise akzeptabel verkauft hat Aber ja da kann ich mir forschen Dass er relativ toll ist Ich weiß auch nicht wie groß er ist Aber Kein Putschi für mich Ist okay denke ich Ich denke 3 Woll Yoshi ist ausreichend Ich glaube Ich glaube das ist Eine Situation mit der ich leben kann Auch wenn ich denke Dass sie mehr Woll Amiibos bringen sollten Weil die super cool sind Oder ein Paper Mario Amiibo Würde ich mir glaube ich auch holen Es gibt Scalper von den Woll Yoshis Oh mein Gott Ich meine natürlich gibt es das Aber Ich warte hier übrigens Bis irgendwelche von den Teilen da sind Wann sollte ich da am besten aufspringen Ich weiß es nicht Sollte ich den da vorne einfach versuchen Sind alle so niedrig Oh da vorne ist er Okay Wir holen den da vorne Da fehlen euch die Worte Anfänger Ich will nur nicht abspringen Ich warte auf noch eine Brise Ich glaube nicht Die Turbodüse würde ich schnell genug voll werden Beziehungsweise Raketendüse Wenn ich versuche abzuspringen Kommt es noch in den Wind Das ist doch so ein Schwachsinn Ich werde das jetzt nicht mehr machen Das ist einfach nur dumm Das ist einfach nur eine dumme Mission Ich glaube ich hätte nicht mal abspringen können Ich war zu niedrig Und dann löst sich das Teil einfach Was soll denn der Schwachsinn Auf dem großen Baum kommt der Einteil Als Taxi quasi Man soll dann also auf den großen Baum Oh mein Gott Egal Wir gehen jetzt zum Zahnarzt Du bist der dumme Mission Nein du bist der dumme Mission Was soll das denn? Fürchterlich auf jeden Fall Nicht spaßig Hatte die Art Rotmünz schon Ich habe sie zweimal gesammelt Bin zweimal auf dem Weg dahinter gestorben Äh zum Shine Sprite Und jetzt ist es mir zu blöd Vor allem wollen wir 70 Shines holen Das dauert auch so noch ein bisschen Dementsprechend weiß ich nicht Wie viel Zeit ich noch für den einen investieren kann Und will Ja bin ich schon online Zwischen über drei Stunden Oh mein Gott 70 Shines holen dauert lange In dem Spiel Das ist die Sache Die ich gerade lerne Und da oben ist das Trampolin Schon Das Trampolin ist nett Aber wir brauchen es nicht Hier kann man auch von viel weiter unten Irgendwie Aber es reicht wenn man einfach reintoppt Man muss gar nicht von oben hinspringen Ah ok Ergibt Sinn Ok seid ihr bereit? Oh hier sind rote Münzen Wusste ich dass es hier rote Münzen gibt Wäre tief interessant So folgende Sache Wenn man die dunklen Blasen erwischt Bekommt man aus denen Luft raus Das heißt nach Möglichkeit Will man die immer wieder mal Versuchen zu erwischen Wenn man den Kampf macht Und jetzt passt es auf Jetzt kommt der schwierige Teil Oh ich bin viel zu weit Oh Ich bin viel zu weit unten Aber an sich Wollen wir im Idealfall das Ganze So machen Wenn ich jemals irgendwas erwischen würde Oh Gott Ich erwische aber nichts Machen wir es einfach mit der Raketendüse wie jeder andere auch Ich mag es nicht wie sehr die Zähne wackeln Während man sie reinigt Das missfällt mir sehr Wozu brauchen wir 70 Shines Weil ich dann zum letzten Bowser komme Das fühlt man hätte ja 50 einstellen sollen Ehrlich gesagt Vielleicht bekommt das auch noch ein Update oder so 70 scheint mir echt ein bisschen viel zu sein Äh für Sunshine Man hat halt auch nicht so viele Welten Oh mein Gott Das läuft gerade nicht gut Lass ich mal ein bisschen Luft holen Nein Ach Gott Okay Wir holen Münzen Ich habe mich bei der Mission Äh schon öfter besser angestellt Als jetzt gerade Aber Jetzt gerade stelle ich mich sehr schlecht Was ist das hier gerade Ich hoffe schmutzt die Zähne wieder aufs Neue Wenn man äh Das einmal verkackt Oh das ist der Der so verschmutzt ist Dass er weg geht Ey Komm wieder zurück Da sind die Millionen Blasen Ja ne davon wird uns schon Luft geben Noch ein Komm schauen Mario wir schaffen das Mario nein Lass ihn nicht fressen Lass ihn sich nicht wieder zurückziehen Oh Noch einer der direkt verschwindet Okay Puh Zu weit zu gut Komm schon Oh mein Gott Okay Ich weiß auch nicht gerade Warum Ich das sonst immer gemacht habe Warum ich jetzt so langsam bin Aber ich bin gerade sehr langsam In dieser Mission Oh mein Gott Da war es doch Wer hat den doch Okay noch einer Noch einer Ich weiß auch nicht was passiert Wenn er einen frisst Ich vermute das ist nicht gut für mich Yes Wir haben ihn Wir haben ihn Ich schätze Ich wüsste nicht warum nicht Okay Dann würde ich sagen wir nehmen noch die roten Münzen von hier mit Hat man jetzt unendlich Luft hier drin Das fände ich nämlich ziemlich angemessen Nein hat man nicht Komm schon Mario wir müssen zum Fisch Wir müssen zum Fisch Der Fisch Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben so gut wie nichts erwischt Oh mein Gott Außer für ein Serbibo 10 Euro Stream schon beim Putzen Das macht mich produktiv Putzen Das ist eine Sonntagsbeschäftigung Wenn ich jemals eine gehört habe Vielen Dank für 10 Euro Der Fieler voll Und wieder mal keine Musik Nachdem wir den Bosskampf gemacht haben Schauen Gib mir das Auge Oh yes Okay So weit so gut Würde ich einfach mal behaupten Wenn ich ungefähr auf der Höhe bleibe Sollte ich auch Das Zeug früher oder später noch erwischen können Nein Mario Komm schon Ich bin doch nicht so weit weg Nein Die letzte Mach mich doch nicht schwach Nein Nein Sie ist weg Wo ist sie hin Da ist sie hin Das Problem ist das Mario sich gar nicht mal so schnell dreht unter Wasser Komm schon jetzt sind wir schnell Nein Oh mein Gott Das ist doch Schwachsinn Oh mein Gott Dreh dich doch um Warum kann ja nicht einfach als Fisch weiter unterwegs sein Was soll das überhaupt Okay Wir haben die Münze random beim Vorbeistwimmen erwischt Puh Normalerweise hat man beim Fisch unendlich Luft Ja ich nicht Wir haben es erwischt Mario der Gottverdammte Vollidiot hat es geschafft Wie können wir noch 23 Schein Sprites fehlen 70 ist echt viel für Sunshine Verhältnisse Ist er zurück? Deine Musik ist zurück Weil ich nicht mehr gerade stelle Jetzt kann ich hier die Warte hier 100 Münzen hier holen Wäre nicht gut Ich kann hier nämlich nicht zurück glaube ich Man hat nicht unendlich Luft beim Fisch Okay Habe ich, ob ich hier die 100 Münzen sammeln könnte Ich muss nur wieder meinen Weg nach draußen finden Dann sollte eigentlich kein Problem sein Und wir haben da unten natürlich noch das Herz aus Münzen Sollte man auch nicht vergessen Generell ist es eigentlich immer ganz sinnvoll Wenn man die 100 Münzen Mission mit der roten Münzen Mission kombiniert Dann die beiden stacken in dem Spiel miteinander Im Vergleich zum regulären Spiel Nehmen wir mal ein Herz aus Münzen mit Das hat der Aal uns übrigens hinterlassen Der, der ist netter Der ist netter Wir bekommen hier easy die 100 zusammen Nein Schauen Komm, schauen Okay Okay Ich frage mich, ob der Schein dann hier unten spawnt Und das überhaupt möglich ist Finden wir es ja raus Außer von Mini Rage Äh, frischer Sub Vielen lieben Dank Ich wusste gar nicht, dass hier so komplexe Bauten unter Wasser sind Wie streamst du, spürst du bestimmte Capture-Card dafür Kommt drauf an In dem Fall, äh, über den Emulator Aber Mein Capture-Card, äh Trägt ja einen Teil dazu bei Üblicherweise Äh Wo ist er, wo ist er jetzt gelandet? Sieht ja auch alles einfach gleich aus Wahrscheinlich muss ich weiter nach oben Solange bis ich irgendwas anderes erkennen kann Da oben Da ist es Ich glaube nicht, wenn er trinkt, bis ich oben bin Da sind noch ein paar Münzen, die ich mitnehmen sollte Langsam, aber sicher Kommen wir nach oben Sehr langsam Aber sehr sicher Und wir sind da Juhu Ich würde einfach mal sagen Wir haben gerade eine Menge Shine-Sprites geholt hier 49 Dann verlassen wir die Area Und Na, ich will Mario Morgana von da nicht machen Oder will ich Mario Morgana von da machen? Bin mir nicht sicher Wahrscheinlich aber nicht Puh Das war okay Es fehlt nicht mehr so viel Ich kann auch hier auf jeden Fall noch ein paar schnelle blaue Münzen mitnehmen Außer von der Seratronics Äh, frischer Sub Wie wir lieben Dank Und noch mal andersrum Und dann fehlt mir noch eine blaue Münze Dann komme ich dann noch eine blaue Münze her Hey Wer hat eine blaue Münze für mich? Das ist genau richtig, wo man am besten Die blaue Münze her bekommt auf die Oberwelt Wahrscheinlich werden wir mit Yoshi die blauen Föder frieren Oh, da vorne ist eine Da vorne ist eine Wie weiss, wenn wir mit der anfangen Und dann holen wir uns hier zwei Shine-Sprites dafür Das klingt doch nach einem Plan erstmal Dann könnte ich den, äh Den wildesten aller wilden Wickler noch besiegen Aber ich glaube, hier brauche ich Äh, ich brauche hier eher die Schwebedüse Sonst komme ich da nicht vernünftig ran Und ich glaube, dann werde ich langsam mal ins Hotel gehen Oh, ins Hotel Oh, Mann Da freue ich mich ja schon am meisten Aber ich schätze, wird kein Weg ran Wobei, wir haben ja noch auf der Oberwelt Zwei Missionen, die wir machen können Fühlen wir Wie fühlt ihr euch, wenn ich Pachinko sage? Was bekommt ihr da für Gefühle? Musik im Hotel ist gut Die Musik samt ein Spiel ist gut Das ist immer noch kein Argument Das für das Hotel spricht Oh, ja Zwei Stück Yes Ich glaube, ich könnte noch eine, ähm Kisten-Mission machen So Ich habe gehört Ihr seid, äh Ziemlich große Fans von, äh Pachinko Eigentlich gute Neuigkeiten für euch Warte, ich bin jetzt mit der Raketendüse drin Ich glaube, das macht das Ganze noch unmöglicher Als, äh Es ohnehin schon ist Warte, ich weiß gar nicht Ob ich das ohne Schwebedüse überhaupt schaffe Ehrlich gesagt Das ist schon sehr, äh Fürchterlich Hm Mal schauen Da war noch eine, wie es aussieht Fünf Ich mag es, dass ich auch kaum was sehen kann Das erleichtert mein Leben auch ungemein Ich glaube, ohne Schwebedüse dürfte das relativ, äh Unmöglich sein Willkommen Wolfram Oh, mach ich das überhaupt Aber ich kann hier nur da entlang Cool Ich, ich, ich kann das nicht ohne Ich weiß nicht mal, ob man das ohne Schwebedüse überhaupt machen kann Ehrlich gesagt Ich glaube aber ehrlich gesagt Das ist relativ unmöglich Ich dachte, man Äh, ich dachte Die dummere Raketendüse wird einem genommen Wenn man hier reingeht Aber nein Aber okay Gehen wir zurück Wir haben ja noch eine andere Mission Die wir machen können Und danach, äh Es ist Zeit fürs Hotel Ich habe Slavegas genauso wie den Sandvogel Ich, ich verstehe immer noch nicht Was Leute an dem Sandvogel so schwer finden Vor allem funktioniert der Sandvogel Und dieses Level nicht Wir machen erstmal was anderes fürs Protokoll Und zwar gehen wir dahinter Das ist ein Level, das ich immer gerne vergesse Aber es ist da Es existiert Ja, das Hotel hat definitiv seine nervigen Seiten Aber Mal schauen, wie ich mich schlagen Werde Ich will ehrlich sagen Das wäre nicht nötig gewesen Äh, ja, ich habe Longjump Äh, ja Man hat ja den Longjump in dem Spiel Das habe ich komplett vergessen Moment Wie macht man den Longjump? Ich habe einen Longjump hinzugefügt Kannst du den Giftfluss probieren Könnte, aber ich könnte ihn auch nicht machen Das habe ich komplett vergessen Ducken und springen Äh, das funktioniert nicht Das war das Erste, was ich versucht habe Beziehungsweise man kann sie nicht wirklich ducken In dem Spiel Irgendwie wurde ein Longjump glaube ich auch eingebaut Aber war es in dem Spiel Kann man sein, dass das ein anderer Hack war Bei genauer Überlegung Z und springen Das ist ein Gamecube Spiel Mit Z öffnet man Oh mein Gott, oh mein Gott Warte Das stimmt wirklich Warum mit Z? Warum nicht, wenn man L drückt? Weil Kontext seines Gamecube Controllers Ist Z drücken Eine entsetzliche Entscheidung Für sowas Ah ja Man hat einen Longjump Mit Z Irgendjemand hat Z für die richtige Taste Dafür gehalten Z ist mein Liebster Gamecube Button Aber ich meine Ich bin damit auf jeden Fall Gute Stück schnell unterwegs Dagegen kann ich nichts sagen Wo sind jetzt die anderen roten Münzen Ich glaube in der Mitte gab es noch einen Vogel mit der roten Münze Der ein bisschen nervig zu erwischen war Aber ja Da drüben ist er Da aus sehe ich nichts Was macht man eigentlich, wenn einem das Wasser hier ausgeht Ich hab ihn Ich glaube das Wasser geht mir nicht so schnell aus Vier von acht Ich schätze ich will das Feuer ausmachen Das Feuer ausmachen Man kann das Feuer wohl nicht ausmachen Wie mir scheint Hier gibt es einen Sprinkler oder Das würde die Sache erleichtern Wo fehlen mir jetzt so viele Münzen Wo sind die anderen vier Münzen Hä Wie kann mir so viel fehlen Wo ist der dumme Sprinkler Wahrscheinlich muss ich den Gegner hier killen Das kann ich mir ganz gut vorstellen Yeah Das ist wirklich hässliches Level TBS Das hat so einen Grund Warum es so versteckt ist Und man es nicht spielen muss Um das Spiel durchzuspielen Was ist der Sprinkler hier Ich bräuchte nämlich glaube ich Ein bisschen Wasser Um mehr erkunden zu können An dem Punkt Was vom Test Level Oh ja das stimmt Okay Noch eine rote Münze Ich bin mir fast sicher Dass sie bei dem Feuer ist Aber Ich kann mit dem Feuer nichts machen Bist du nicht irgendwo Ich kann das Feuer nicht ausmachen Das geht nicht Ich glaube das Feuer ist fake Weiß ich Das hat mir ein bisschen Schaden gemacht Fehlt mir noch ein Gegner Aber du meinst Sie könnte dem Gegner drin gewesen sein Den ich Rausgeschleudert hab Oh mein Gott Das stimmt Versuch mal eine Schwebedüse Ich hab keine Schwebedüse Zum einen Zum anderen Ja ich denke Es war der eine Gegner Den ich rausgekickt hab Die geben rote Münzen Und einen an der Seite Hab ich mit dem Wasser Weggespritzt Und dann ist er einfach Weggeflogen Und vermutlich Oh ich glaube das Feuer Ist wahrscheinlich da Als Begründung dafür Warum der Typ auf einmal brennt Was trotzdem ziemlich verwirrend ist Was ist mit dir Oh er sucht nach dem roten Vogel Seit 38 Jahren Ich hoffe du wirst nicht zu traurig sein Wenn du siehst Was ich mit dem Vogel machen werde Wenn ich ihn erstmal erwische Ich weiß dass ich darüber Nicht allzu traurig sein werde Diese Feuer sind widerstandsfähig Nein Diese dummen Blumen Okay ich hab sie erwischt Nummer 3 Ja das war der Oh so ein dummer Gegner Warum bekommt man die Münzen Das ist wirklich kein gutes Level Ich hab Weil ich ihn mit dem Wasser Weggespritzt hab Konnte er keine Münze mehr geben Deswegen hab ich auch zuerst Die anderen Gegner ignoriert Weil ich mir dachte Oh die geben noch keine Münzen Einer hat er auch keine gegeben Und platzieren sie da Den Gegner Der mit dem Wasser Einfach direkt so wegschleudert Viele Secret Levels Sind wirklich nicht so gut Ja aber das ist das Schlimmste Das ist halt wirklich schlecht Ich freu mich ob der Vogel Auch irgendwo entlang fliegt Wo er Die Münze einfach ins Nichts Fallen lässt Komm her Vogel Okay Nummer 8 Okay Und schon haben wir es geschafft Ich muss mal kurz Disco was schauen Okay Warte ich will das Level verlassen Ich will nicht mit dem Level bleiben Lass mich gehen Das Pachinko Level ist Es ist fast okay Wenn man die Schwebedüse hat Aber ohne Schwebedüse Mein Gott Oh ich kann noch die beiden Peti Boss Kämpfe Im ersten Level machen Der Manta Storm Also wenn die Yoshi Level auf der Insel Ist jetzt relativ belanglos Würde ich ja sagen Auf ins Hotel Mama Weißt du es dann in der blauen Münze Einfach im Nichts schwebt So Hallo Gott Diese Mission fand ich so schwer Ich glaube Jeder fand die Mission schwer Ich meine sie ist auch schwer Muss man fairerweise sagen Ich bin nur heutzutage gut darin Weil ich weiß wie man Spray spammen kann Ist die Sache ungemein erleichtert Aber ansonsten wäre das schon Ein bisschen kritisch Ganz vorsichtig Genau Das Gefühl ich sollte nicht hier oben sein Ist ja besser wenn ich mich Richtung Strand begeben würde Das Problem an dem Mantas ist übrigens Dass sie ab irgendeinem Punkt Oh nein Ab irgendeinem Punkt Ich habe eine blaue Münze gerade Bekommen Ab irgendeinem Punkt Werden sie sich wieder zusammensetzen Das ist nicht gut Also ihr ja genau Dieses Spray spammen Erleichtert die Sache Ungemein Ich bin trotzdem so gut wie tot Ups Nehmen wir mal ein paar Münzen mit Wenn das okay ist Au Okay Sie werden aggressiv Sie werden aggressiv An den Strand Die können übrigens auch Durch das Wasser schwimmen Ohne davon Schaden zu nehmen Yes Was haltet ihr da vor Ich glaube auch Dass das der Spaßigste Boss aus dem Spiel ist Man hat tatsächlich was zu tun Bei den anderen ist er Man wartet immer auf irgendwas Mir nicht Auch wenn er wirklich schwer ist Wir haben sie Wir haben sie alle erwischt Es war ein Abenteuer Ja Ich habe mich damals In der Falle Von dem Rochen Elektrisch ist Bis ich nach einigen Monaten Erfallen Dass es echt elektrische Rochen gibt Yeah Yeah Das wusste ich auch Für sehr lange Zeit Nicht Dass das wirklich eine Sache ist Ich könnte elektrische Rochen Aufs Video spielen Es gibt elektrische Rochen Ja Sie geben nicht ganz so stark Elektrische Stöße von sich Wie der gute alte Zitteraal Aber schon ein bisschen Du sollst den Rochen nicht unterschätzen Soll ich direkt die Strandreinigungszeit Mission Ich glaube nicht Oh der heißt auch Zitterrochen Der ist so kalt Dass ich Zitze Zittere Kann ich mir sagen Woher diese Referenz ist Oh ich kann jetzt gar nicht rein Okay Bisschen seltsam Es gibt Yoshi hier draußen Scheinbar gibt es Yoshi da draußen Ich hätte keine Ahnung Juhu Ah ich glaube ich werde mir noch was zum Trinken holen Ich muss sagen Der Run geht ein bisschen länger als erwartet Aber Ich bin optimistisch Dass wir ihn noch beenden können Aber noch ein bisschen länger als erwartet Man braucht doch 70 Sterne Spannend Ich bin da Ich bin da Was ist mit dir? Was mir gerade eingefallen ist, passt auf, in Plaza Delfino und in Rico Harbor, nicht Rico Harbor, keine Ahnung wie das heißt, sei denn mit dem Giftwasser, da gibt es noch jeweils einen goldenen Vogel, den ich mitnehmen kann, der droppt direkt in Shine Sprite, das heißt das kann ich auf jeden Fall auch relativ schnell noch erledigen, Hallo, gibt es irgendwelche elektrische Tiere an Land, die irgendwie sind mir nur wasserlebende elektrische Tiere bekannt, ich glaube an Land würde das nicht so viel Sinn ergeben, das muss irgendwie ja wodurch geleitet werden, und Luft ist da nicht so gut für geeignet, hier sind die ganzen Buhus, stellen wir uns wohl dieser Mission direkt Ach Gott, ich mag das Hotel nicht Ich mag es schlicht und ergreifend nicht Schon Okay, das sollte doch erstmal reichen Mag es doch einfach nur nicht, weil du Angst hast, ja, das ist, das ist ein Grund Jahu Dieser ist auch ziemlich nervig Ja, nicht unbedingt nervig nervig, aber es ist auch nicht spaßig, spaßig Aber ja, ich glaube ich würde, äh, diesen Hacks sehr viel mehr mögen, wenn man nur 50 Sterne, äh, 50 Shine Spreads sammeln müsste, statt 70 So viel 70 ist für Mario Sunshine, fällt das dann doch ein bisschen viel Okay, dann entschuldigt mich Ich muss den Sand einstürzen lassen Die Stelle fand ich immer ziemlich cool Hauptsächlich wegen dem Geräusch, denke ich Wer dachte eigentlich, yo, die coolen, gruseligen Lütschis Menschen, Buhus, wäre es, wenn wir ihnen einen Liter Korn geben und der zusätzlichen, äh, was, äh, was, äh, was, einen dicken Buffen lassen Einen dicken Buffen lassen, meinst du einen Buffen lassen Ah ja, die Buhus, aus dem Spiel sehen dumm aus Soweit stimme ich dem Ganzen zu Mario Oh mein Gott Dieser Klempner Er bringt uns noch alle um Das ist aber ein Shine Spread in Ruhe, aber hey, first try Du hast doch nie Buffen gehört Das ist doch Buffen oder nicht, mit dem P Was für Buffen, Buffen ist aus dem Videospiel Oder ist das Buffen? Wollt ihr Buffen sagen? Buffen mit U? Nein, das habe ich noch nie gehört Meine Cola ist halbgefroren Ich habe den Kühlschrank eigentlich auf etwas wärmer gestellt Scheinbar habe ich ihn nur noch kühler gemacht Ich dachte mir gerade, warum kommt da nichts raus? Schön Eis Das ist immer ein Cola-Eis Kommt da nicht raus? Kann ich jetzt eigentlich was anderes machen? Ich glaube, ich kann ja nicht wirklich was machen, oder? Müsste zum Missionsfall irgendwie übergehen Vielleicht, wenn ich das Hotel verlasse Wenn man das zu... Oh, das habe ich schon mal gelesen Kann ich die gleiche Nachricht nochmal vorlesen Mysterious Hotel Delfino Machen wir das gleiche nochmal Oh, das ist jetzt das mit dem Pool, oder? Der Pool ist nicht cool Und ich weiß, dass es den dummen Bananentrick gibt Und ihr alle wisst genauso gut wie ich, dass ich ihn nicht hinbekomme Und glaubt mir, ich habe es versucht, ihn hinzubekommen Und ich habe ihn nicht hinbekommen Ich habe es wirklich versucht Und ich bin wirklich gescheitert Willst du mich eigentlich reinlassen? Casino ist geschlossen Okay Bei meinem Schein-Sprite, der da in diesem Bad gefangen ist Da kann man sofort rein, indem man Sich mit der Banane drüber klippt quasi Vielleicht schaffe ich es auch Dieses Mal richtig, das hinzubekommen Wer weiß das schon So einen Schrank hätte ich übrigens auch gerne Einen, der von Geistern Verflucht ist, meine ich Okay Sollte übrigens Luigi's Mansion 1 irgendwann mal wieder spielen Generell ist es ein Spiel, das eigentlich ziemlich cool ist Aber Um es wirklich schätzen zu können Muss man es öfter spielen Und Das Gefühl, das ist der Punkt, wo ich immer scheitere Musst du einfach das Zeug vernünftig kennen Um da wirklich voranzukommen Aber dafür müsste ich es öfter spielen Und ich weiß ja nicht Hier brauche ich glaube ich Gleich eine Frucht, die ich von da unten mitnehme Eine Ananas, um genau zu sein Und mit der Frucht kann Mario dann die Türen öffnen Aus irgendwelchen Gründen Indem er B drückt Das ist der Punkt, den ich immer vergesse Statt die Frucht abzulegen, kann Mario random damit die Tür öffnen Ich glaube jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen Nur mit Yoshi Auch wenn der größte Teil ziemlich simpel zu gehen ist an dem Punkt Aber dennoch Yoshi ist einfach auch eine Sprungmaschine Der hat auch den Spaß seines Lebens Wenn er springen kann Ja, ja, ja Jahu So, dann will ich hier runter Snacken wir die Ananas Und dann den Geist Ist das gar nicht der richtige Weg? Das ist gar nicht der richtige Weg Weil wo ist ich jetzt mit Yoshi hin? Nein Es ist wieder passiert Ich weiß wieder nicht mehr, wo ich hin muss Ich kann jetzt mit Yoshi auch nicht hier Wo muss man mit Yoshi hin? Wenn man ihn hier hat Die Ananas! Zweiter Stock Okay Dann warten wir bis das Yoshi respawnt Und hoffen, dass die Ananas so lange bestehen bleibt Und bis es soweit ist Ja, ihr habt es kurz gesehen, okay Was ist das für ein Eis? Ihr habt es kurz gesehen Ich habe nicht gekleckert tatsächlich Ich habe gerade im richtigen Moment noch Zur Seite gezogen Oh, ich muss ins Spiel noch reintabben Ich hoffe, die Ananas wird in Marios Hand nicht despawnen Aber ich glaube, es sollte schon stimmen Ich glaube, wenn er sie in der Hand hält Dann ist sie erstmal sicher Da sind Tropfen runtergetröpft Das sind keine Ich sehe nichts Ich sehe nichts auf der Tastatur Oh mein Gott Das dauert einfach so lange, bis der Yoshi verhungert Die Cola kommt doch safe nicht aus dem Kühlschrank Doch Ich habe die Temperatur aber letzten Äh, jetzt dann umgestellt Ich dachte, ich habe ihn wärmer eingestellt Damit meine Butter-Zukunft nicht mehr so hart wird Wie sich herausstellt, habe ich ihn eher kälter eingestellt Ich hatte heute schon meine Vermutung Als mein Ananas-Getränk sehr kühl war Ja Diese fucking Mission Kennt man was, kennt man Willst du sagen Willst du mir unterstellen, dass ich gelogen habe? Pass auf Ich kann nicht sagen, was das Missverständnis ist Ich dachte jetzt an bei meinem Kühlschrank Dass es eine Temperaturanzeige ist Und je höher ich einstelle Desto wärmer wird es Okay Aber Wie sich herausstellt Es ist so, dass es kühler wird Je höher man stellt Und das ist das Missverständnis Ich hoffe dir Kerrygold Das Zeug bleibt selbst der Tiefkühltruhe Streichzart Ich hab Ich hab Ich hab die Sorten probiert Aktuell bin ich wieder bei Weinen Stefan Aber Die waren alle nicht streichzart Keine war jemals streichzart Glaub mir Ich hab's mir so nicht ausgesucht Ich hab mir dieses Leben nicht ausgesucht Ich geh eigentlich auch einfach so rüber Nein, kann ich nicht Aber muss ich jetzt hier rein? Ich muss jetzt hier rein Und dann über das Bett springen Ich mag, dass hier ein Hausmeister ist Jetzt muss man natürlich noch wissen Wo man hin muss Ja, wir finden uns raus Das ist kein Problem Ich schätze, ich will da in die Mitte Nein, ich will hier hin Ich glaube, ich will hier hin Yes Ich wusste es Also kein Kühlschrank Sondern Schockfroster Ja, ich glaube Der Kühlschrank macht eher kälter Als er sollte Der Kühlschrank ist halt auch nicht mehr der neueste Und ich hab das Gefühl Putzen, der hat nicht mehr so gut Ich will hier nicht hin Sonst komm ich ja auch nicht mehr raus Okay Dann Exit Area Ich hab Yoshi nicht getötet Yoshi, wenn das Wasser eben nur bis Yoshi ertrinkt Aber er stirbt nicht, wenn er direkt Wasser berührt Er kann bis zu seinen Knien ins Wasser Nur wenn er tiefer drin ist Wird das sehr kritisch für ihn Ich merke jetzt, was der Hack macht Ja, aber es funktioniert in diesem Level Überhaupt nicht Was das Casino genauso anstrengend macht Wie immer Es wurde kein bisschen angenehmer Es ist nervig wie eh und je Er kam mit den Sandalen in den Sumpf Richtig Äh, Lumina Panda Frischer Sub Wie viel lieben Dank Ich war nie wirklich der, ähm Sandalenträger Ich hatte das Gefühl Dass meine Füße so, äh Warm sind Dass sie einfach an die frische Luft müssen Wenn ich draußen bin Vielleicht mehr solltet ihr wissen Äh Äh Muss man das nicht auch zweimal alles machen? Oh mein Gott Oh, das ist so, das ist so nervig Wir brauchen eine 7 Eine 7 Danke Eine 7 Yeah Nummer 1 Dann, okay Wir können nur die beiden machen Aktuell Machen wir jetzt gleich nochmal Weil es war gerade so spaßig Nintendo war damals sehr begeistert Von Glücksspiel Oh oh Geist Das Gefühl, dass die Reihenfolge ja fest ist Was man alles bekommt Kommen überhaupt Geister raus Was soll das überhaupt? Geh mal weg Sie weiß, die Reihenfolge ist nicht fest So oft Geister ist, äh Ungewöhnlich Unglück Oh mein Gott Ich wusste nicht mal, dass man es so auf die 7 nicht bekommen kann Ist das euer Ernst? Das will ich auch hoffen Ich wusste nicht mal, dass das so schief gehen kann Versuch den Glitch bei dem großen Tor Achso Das kommt jetzt Kommt jetzt eigentlich so ein Level ohne Flat Oder kommt jetzt, äh Oh Was kommt das? Okay Ich liebe es wie das, auf das ich tatsächlich drauf schieße, dass sich ein Licht dreht Okay So weit, so gut So weit, so gut Oh Oh Hier haben wir es Nein Yeah Und Okay Ich bin sehr froh, dass sie mit der, äh Guten Kollisionsabfrage sich dazu entschieden haben Daraus ein Minispiel zu machen Oh Was ist das Level? Oh Ich glaube, das war super kurz Das ist das Gute daran Man kann, äh Direkt zu Beginn One-Up mitnehmen Das heißt, wir sollten das überstehen können Und wenn nicht, dann habe ich direkt ein One-Up, um es, äh Nochmal versuchen zu können, zu überstehen Schau mal vor, ihr werdet auf Ihr sterbt auf dem Weg zu einem One-Up Das ist so cringe Da fehlen mir die Worte Okay Ihr dachtet, ich bin in den Tod gefallen Ich habe noch nie einen echten Sunshine-Gamer gesehen Der schafft das Ein echter Gamer schafft das Was beim Hack jetzt alles als Original Äh, man wird nachdem man einen Shine-Spread einsammelt Nicht aus dem Level gekickt und kann da Oh Gott Und kann dann sich damit, ähm Ohne wirklich rausgekickt zu werden In den meisten Leveln einiges holen Und er mit 70 Shines kann ich direkt zu Bowser gehen Was später ist als üblich Ah, es funktioniert in dem Casino-Level überhaupt nicht Weil alles sehr gescriptet ist, wann man, äh Wohin kann Das ist also ziemlich cool Ah, dann können wir das Ganze nochmal machen Nein, warte, wie war das? Kann ich jetzt wieder gehen? Oh ja, und es gibt einen Long-Jump Den vergesse ich immer Der ist sehr lang Dann machen wir König Puhu Der wird auch ein paar Jahre dauern Oh ja, man kann von einer Welt zur anderen Oh, warte, kann ich zum Park von hier aus hinschwimmen? Ich habe bisher nur den Weg von Pina Park zu, äh Keine Ahnung, dem ersten, äh, Level gefunden Du hast dann Garni, äh, weiter versucht Ich sehe hier noch eine blaue Münze Blaue Münze sind hilfreich in diesem Spiel War hinter dem Hotel nicht noch einer? Die so in der Luft geschwebt ist Wird sich von hier aus eigentlich erwischen können, oder? Yeah Yeah Und da ist was Da ist ein Tunnel Wollen wir in den Tunnel? Ich glaube, das ist ein Custom-Level Okay Schauen wir es uns an Das ist so Nicht zu 100% aus dem, äh, echten Spiel Es sieht aus, als wäre es, äh, aus dem Majora's Mask oder sowas Da sind gleich Spinnweben Ich hätte es ganz cool, wenn hier Musik wäre, aber Ich schätze, man kann nicht alles haben Drehen wir das Ganze um Ich hoffe übrigens, dass ich dafür einen Shine-Sprite bekommen werde Aber wenn nicht, ist es denke ich auch okay Ich schätze, es ist ein Checkpoint Aber ja, Musik wäre echt cool Hey, 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 hey Werde ich noch nie gesehen, die existiert auch nicht im, äh, echten Spiel Komm schon Schau mich, was mit den Blöcken hier auf sich hat Ich schenke hier irgendwelche Secrets Schau mich, mein Weg nach oben Ich will nicht ganz nach oben Das ist ja super weit, sehe ich gerade Ich habe gar nicht gesehen, wie weit es hier nach oben geht Bin ich dafür bereit? Ich, ich, ich weiß es nicht Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht zu viel des Guten für mich ist Oh mein Gott Okay Puh, so weit, so gut So weit, so gut Charging Stews Ich nenne sie einfach mal so Scheint mir ein richtiger Name für sie zu sein Ich wünsche, ich könnte mein Wasser irgendwo auffüllen Oder die Kamera hier ein bisschen drehen Ach Gott Ich kann nicht einschätzen, wo es sich genau befindet Okay, es sind Münzen in den Blöcken Kann ich hier hochklettern? Nicht wirklich Okay Warum ist hier keine Musik? Oh 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 nein, ich werde von den Spinnen runtergekickt, oder? Wir haben sie eben killed Ich kann Wasser auffüllen Okay So weit, so gut Ah, es sind wieder diese Teile Wenn ich was sehen könnte, wäre es ganz cool Aber wenn wir es schaffen, ist es auch so Können wir auch einfach das machen, denke ich Das wird wehtun, oder? Ich weiß nicht, was man mit dem Level auf sich hat Aber wenn ich raten müsste Passt auch Folgende Sache Der Typ, der einen Hack gemacht hat Er hatte bei seiner In der Beschreibung vom Hack Hat er geschrieben, dass er ursprünglich Custom Level für das Spiel machen wollte Aber Es ist eben alles sehr schwer Viel, keine Ahnung Wie in Kollisionsabfragen Was auch immer, wenn man alles einstellt Weil es auch nicht wirklich viele Tools gibt Und dann hat er das erstmal ein bisschen aufgeben Hat er mal für den 60 Hack gemacht Und dann hat er den von Sunshine, den wir jetzt spielen Einen Angriff genommen Ich vermute, das ist ein Level aus seinem ersten Versuch Sich an Sunshine Hacking ranzuwagen Ich glaube, das Level verbindet das Hotel mit Pianta Village Ich meine, das könnte sein Aber dennoch Ich habe mir gut vorgestellt, dass es aus der Der anfänglichen Zeit war Ich habe mir auf jeden Fall nicht vor, das Weiter zu spielen Denn Wenn ich wieder komplett nach unten gekickt werde Verliere ich langsam die Freude daran Muss ich ehrlich gestehen Na gut, ich schätze Machen wir King Boo Denn wir brauchen noch ein paar Shine Sprites Okay Ich mag die Röhre an der Seite Ich weiß nicht, was schade an dem King Boo Boss Kampf ist Er wäre an sich okay Wenn er nicht Jahre dauern würde Oh oh, Gegner Wir haben eine Stu-Runde Hey Ich mag es, dass hier Dass die Gegner, die hier kommen Oftmals auch komplett random sind Und es können so fürchterliche Gegner kommen Die hier gar nicht erst spawnen können sollten Ich habe eingestellt, dass ich 70 Shines brauche Um zu Bowser zu kommen Was Wie ich hier den Eindruck habe Ein bisschen zu viel für Sunshine ist Aber Ich mag die Idee dahinter Ey Zwischen habe ich eher das Gefühl, dass sie Dass es 50 oder so sein sollten Aber okay Von muss man hier viel mehr machen Als im eigentlichen Spiel Fragezeichen Die sind jetzt Münzen für mich Oh Oh Fragezeichen sind einfach irgendwelche Gegner Die ich hier nicht besiegen kann Oh nein Und die Teile, die sich festsaugen Dafür waren dann ein paar Münzen Das ist doch dämlich Aber ja Es ist ja an sich wie Mario 64 Prinzipiell Und man wird nach jedem Schein Wenn man einsammelt Auch nicht aus dem Level gekriegt Was an sich auch ganz cool ist Funziert mal besser Und mal weniger gut Was ist das jetzt? Freizeich und Münze Blasen Okay Oh, die geben Wasser Werbenfrüchte Nein Peperoni Komm zu mir Ich brauch dich Jetzt gibt es eine heiße Überraschung Mein Freund Was wollen diese Blasen Oh mein Gott Wenn ich jetzt den Schaden Ich hätte auszahlen können Wegen den Blasen Was waren wir mit diesen Blasen? Können die im normalen Spiel Auch vorkommen? Ich bin mir gerade echt unsicher Das war fürchterlich Der Jackpot Wir bekommen Münzen Dankeschön Ja, können sie? Ha Komm nicht oft vor Kann das sein? Okay Das gibt es eine heiße Überraschung für dich Sieh was? Der Boss hätte schlechter laufen können Was glaube ich die einzige Stelle mit dem Blasen Sollte Wahoo Jahu Okay So weit so gut Noch 13 Steinsprites Noch 13 Die Röhre Funktioniert nicht Das Hotel Das Hotel Ist so spaßig wie üblich Würde ich einfach mal sagen Alles wie gehabt Also von Shy Guy 16 Monate Ries up Wie viel lieben Dank Und der Shiro Frischer sub Auch dafür Wie viel lieben Dank Oh Jetzt kommt eine gute Mission Jetzt werden wir erstmal Eine Runde sauber machen Was ist eigentlich die letzte Mission In dieser Welt? Rote Münzen Oh mein Gott An die erinnere ich mich noch so viel weniger Als an die aus dem Buku Level Äh aus dem Captain Und Level Dieses Prey Spamming Ist in dem Level Übrigens Sehr hilfreich Weil es daran Zweifel gab Einfach überall hin spammen Du musst dann Eine gewisse Menge Von dem Schleim ausschalten Ich glaube In der japanischen Version Muss man irgendwie mehr Von dem Schleim erwischen Als in unserer Version Beziehungsweise Es gibt irgendwelche Versionen Wo man mehr Schleim Insgesamt schaffen muss Als in anderen Versionen Ich kann euch nicht ganz sagen In welcher Was der Fall ist Aber das ist eine Sache Da haben wir noch ein bisschen was Die Mission fand ich auch Superschwer damals Ich denke mal Ich mache noch ein paar Kleinigkeiten weg Ich hoffe, dass es irgendwann Im Spiel ausreicht Das Leute noch befreien Was denn jetzt Ich habe das Gefühl In der europäischen Version Muss man weniger wegmachen Als in der US-Version Ich habe keine Ahnung Ob das die Sache Ob das auf die beiden Versionen Zutrifft Aber ich könnte schwören Dass man bei uns weniger machen muss Noch zwölf Und denk dran Zwei Shine Sprites Für mich kommt das so hin Kann auch sein Das kann ich ja auch akzeptieren Auf jeden Fall Noch zwölf Shine Sprites Wir sollten auf jeden Fall Einen auch durch blaue Münzen hinbekommen Ich kann hier nicht rein Das ist wieder ziemlich cool Und ansonsten Haben wir noch zwei goldene Vögel Die wir jagen können Europäer sind halt ungründlicher Gehen wir nach Pina Park Ich habe gehört Dass das funktioniert Man ist halt schon sehr nah dran Muss man sagen Ich werde übrigens nicht Das mit den Ballons machen Denn ich weiß nicht Wie lange ich dafür brauchen werde Oder? Warte wollen wir das mit den Ballons machen? Wenn wir könnten Ich glaube ich brauchte immer relativ Ah ja Manchmal läuft es gut Manchmal läuft es schlecht Ich weiß nicht Ich wäre einzuschätzen Ob es dieses Mal gut laufen würde Oder eher schlecht Das ist eine dumme Flöte Warum nimmt der gerade gar keinen Schaden? Oh mein Gott Jetzt hat er ein bisschen Schaden genommen Ich glaube ich habe zu leicht gedrückt Ehrlich gesagt Das ist nur über den Xbox Controller Echt schwer einzuschätzen Oh mein Gott Komm schon Wir hätten jetzt Fünfmal killen können Ich würde sagen Im Endeffekt Lief okay Jetzt ist auch der Ballons Scharfschütze schlechthin Ich bin jetzt nicht schlecht In dem In der Mission Falls das die Andeutung Nennta sein soll Ich würde sagen Ich bin überdurchschnittlicher Raketenschütze In dem Spiel Ehrlich gesagt Ich glaube ich würde ganz gerne nochmal Schon mal hier sind Darum vielleicht kümmern Okay Das ist dann da oben Beziehungsweise hier drüben Irgendwo Da drüben So rum ist es einfach Ich habe das Gefühl Der Weg nach oben ist ein bisschen Komplizierter Schon Schon Okay Wenn ich das erben Dann haben wir neun Stück Dann fehlt noch ein Damit ich noch Ein bisschen was holen kann Und hier ist noch ein Dreieck Ja das läuft okay Soweit Bin soweit zufrieden So Äh Dreieck Oh Gott das war da oben irgendwo Das war nervig zu erwischen Ja Das ist auch simpel Okay Zehn Stück Ich denke viel mehr werde ich damit nicht mehr holen Außer mehr Wolfram hat Äh Oh Gott Shadow Chloe Äh Sub gegiftet Vielen, vielen lieben Dank Von der Zombie Uschia 25 Bits Dafür Vielen, vielen lieben Dank So Ähm Jetzt haben wir es also für Missionen offen Wir können das Äh Schießen machen Ist ein bisschen nervig Ich lasse es mal gelten An dem Punkt So steht ihr schon da Nein Ich werde mal ihn verlassen Dann gehen wir nochmal rein Und dann machen wir die achte Mission Ich habe nie wirklich Naruto geschaut Will ich der Typ sein Ich hatte das Gefühl Ich war größtenteils so alt dafür Als das im Fernsehen lief Oh ja Dementsprechend nie allzu viel Ich habe es damals Bis Sie gegen den einen Sandtypen gekämpft haben Aber dann sehe ich nicht allzu viel gesehen Ich habe das fürste Anime auch echt Langweilig ist Und langwierig Ja dann wiederum trifft das glaube ich auf alles So was äh Fernsehen soweit lief Cool Shirt Dankeschön Zählt äh Die Arten von Fröschen auf Ist mir sehr wichtig Ich hätte es nur wahrscheinlich nicht Mit meiner Jeans waschen sollen Es hat eine Es hat einen leichten Leichten Blauton angenommen Okay Versuchen wir es Das war komplett daneben Das war ebenfalls nur einer Drei Das war gut Das war nur einer Oh mein Gott Das läuft so schlecht gerade Halt glaube ich Drei Runden Zeit Um äh Nötigst viel zu erwischen Schauen wie viel wir schaffen werden Oh mein Gott Das war immer noch viel zu weit oben Ah das ist nicht gut Sobald es wieder nur eins war Oh mein Gott Muss aufhören die ganze Zeit nur eins zu erwischen Es ist so schwer zu zählen mit diesen Teilen Wenn ich habe einen erwischt Wenn es keiner davon war Den ich erwischen wollte Ich glaube man hat sogar nur zwei Runden Zeit dafür Oder Drei Runden Scheint mir nämlich gerade ein bisschen viel zu sein Ach Gott sie gehen alle daneben Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung Wollen wir halt drei Runden? Dann können wir es doch halt schaffen Dann ist noch alles machbar Gott Und jetzt zu weit unten Okay Noch zwei Wo ist der andere der mir jetzt noch fehlt? Da oben Es kann doch nicht sein dass es so knapp daneben fliegt alles Oh mein Gott Okay Ich glaube ich schaff's nicht Oh Die letzte Rakete Oh mein Gott Die letzte Rakete hat getroffen Seht ihr ich bin überdurchschnittliche Raketenschütze Nicht der nicht übermäßig gut Aber Besser als der Durchschnitt 60 Stück noch 10 Scheint Sprites So Heute das Ziel beim Stormtrooper Ich hab getroffen Komm schon Ich hab das geschafft Ist mir egal Ihr könnt mir diesen Triumph nicht nehmen Ich hab's im First Try geschafft Der Rest ist mir egal Und jetzt Sind wir zurück Hä? Ach Gott Aber ich sollte ja von hier aus auch einfach rüberspringen können Auch ohne das Boot Oh mein Gott Mario Du machst mich hier gerade nicht glücklich Tatsache dass ich nichts sehen kann Mach mich auch nicht zufrieden damit Wir versuchen es noch einmal Okay Wenn es nicht klappt Dann machen wir was anderes Ich hoffe dass es nicht klappt Ehrlich gesagt Es hat geklappt Okay Dieses Mal Haben wir die Raketendüse Da geht mir doch gleich die Raketendüse Damit können wir das Zeug wenigstens zeitwegs anpeilen Ich bin immer noch erstaunt wie man hier wenn man nach oben springt Münzen verpassen kann Wie Spiel Wie Wie Okay Nehme ich Nehme ich Die sind mich tatsächlich sehr schwer zu erwischen Yes Habe ich gesagt Ich habe gesagt dass es eine andere Düse ist Ich meinte natürlich die Schwebedüse Warum mache ich die Mission überhaupt Sie ist einfach nur Zeitverschwendung Ich hasse sie Okay Ups Wir sind noch im Spiel Alles gut Alles unter Kontrolle Ich warte es nicht zum ersten Mal Ich weiß wie Ich weiß wie der Mario hüpft Und gut Aber Wir leben noch Oh mein Gott Mach jetzt nicht Mal nicht den Wall Jump Okay Nummer 6 Noch 2 Stück Und dann müssen wir noch in der Mitte landen Und fürs Protokoll in der Mitte landen ist es nicht so einfach wie man zunächst denken würde Ich glaube ich bin tot Oh wenn ich die Stampfattacke versucht Okay Das ist ein bisschen peinlich Das muss ich leider zugeben Aber wir schaffen das Okay Yes Nummer 5 Ich glaube ich habe so Hunger Falls ihr euch Hunger habt Die Antwort ist Yeah Yeah Das habe ich Das ist ein bisschen cringe Zugegeben Und rechts kann man auch von hinten rein Können die nicht alle von da hinten aus Auch erwischen Wenn man das richtige Timing hat Was ich Nicht habe Oh Die 7 Das Problem ist Jetzt wird nur noch die schwerste Oh das ist die Die von hinten Nicht erwischen können Yes Jetzt noch die Mitte Jetzt muss ich nur in der Mitte landen Das ist so einfach Hätte Samu noch cooles custom Verstecktes Kannst du Der Pinball Gott Das ist nicht Pinball Das ist Pachinko Ich habe es fast verkackt Aber wir haben es noch geschafft Es wäre nur fast schiefgegangen Was soll ich jetzt hier überhaupt Wahrscheinlich wieder abhauen Mario Dankeschön Es wäre ein bisschen seltsam Wenn auch die Musik aufhört Beim Flughafen ist noch eins Da müsste am Rand ein rotes Boot sein Das dann ein Level bringt Okay Ich würde sagen Wir machen schnell den goldenen Vogel Und dann schauen wir uns das an Aber wir können auch die 100 roten Münzen Wir machen das direkt Wir können dann direkt die roten Münzen auch mitnehmen Wo ist das Boot Ist das Boot das einen zum Flughafen bringen Nicht üblicherweise hier Man müsste selbst hinschwimmen aktuell Wo muss ich dafür hinschwimmen Das ist Postgame Nicht in diesem Hack Äh Ich meine da hinten ist es auf jeden Fall nicht Können wir das von hier aus irgendwo sehen Oh da hinten Oh ja okay Dann würde ich sagen Ich schnelle mir mal eben die Turbodüse Und dann düsen wir rüber Okay Äh Vorsicht Mario Wisst ihr was Wenn wir sowieso Ich meine Komm schon wenn wir gerade hier sind Die Loading Zone ist da ein bisschen komisch Das ist okay Wenn wir gerade hier sind Können wir auch den Vogel mitnehmen Sofern ich ihn auch nur einmal erwischen würde Ey ich habe ihn einmal erwischt Oh hier ist eine andere Das bei dem Level Das heißt Wenn man sie einmal entfernt hat Dann bleibt sie auch weg Kleine Änderung Der landet da drüben Okay Warum nicht Ich werde im Scheinstreit dafür keine Vorbeugel gemacht Genauso verwundert Können wir das mit der Turbodüse überhaupt rüben Ich glaube ich komme mit der Turbodüse nicht rüber Dann komme ich nicht rüber Ich meine man könnte bestimmt rüber Wenn man besser ein Moveset wäre Ja aber Sie wissen irgendwie was das hier für ein Stream ist Das ist keiner mit gutem Gameplay Die blaue Münze da unten Das macht ja keinen Unterschied Und hey Nummer 62 Bekommt man eigentlich für die optionalen Level auch Shine Sprites Oder sind die wirklich nur optional um optional zu sein Ich habe mir vorgestellt dass die nur optional sind um optional zu sein Hätte ich gesagt Naja jetzt muss ich erstmal herausfinden von wo aus ich darüber kann Ich habe es gefunden So müssen wir auch 100 Münzen Ich habe in zwei Level glaube ich 100 Münzen Das ist jetzt ein bisschen seltsam Muss ich ehrlich gestehen Peach ist doch wieder zurück Können wir nicht einfach jetzt wieder nach Hause fliegen So wo ist hier das Bonus Level Ich meine das Boot bringt mich einfach nur nach der Plaza Delfino Ist ein bisschen seltsam dass das Prolog getriggert wird Aber Ich schätze ich Ich gehe dann einfach wieder Ich glaube ich kann ja nirgendwo anders hin Würde ich einfach mal behaupten Bisschen komisch Aber okay Ich werde dir verzeihen Aber ist okay Ist auch bis es genau Schlicht und greift ein bisschen seltsam gemacht Muss man fairerweise sagen Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Menge zu holen Machen wir erstmal Mutant Turana Das ist doch ein guter Anfang Pro Level im Spiel gab es doch immer Ein oder zwei optionale Shine Sprites Gab es doch irgendeinen der nicht Oh ich muss hier Oh hier waren es wahrscheinlich zwei Stück Wo ich einfach rote Münzen in diesem Bonus Level sammeln muss Ja ist egal Ich dachte hier könnte noch was Einfaches auf mich lauern Wir könnten uns aber unser Leben hier etwas mit der Raketendüse erleichtern Ich könnte in der Hügelhöhle auf jeden Fall Vielleicht schauen dass ich da mal die acht roten Münzen hole Das Gefühl sollte da nicht so schwer sein Bis dahin dass es das erste von den Leveln ist Wir schauen einfach mal hin Ich glaube es ist das Projekt das Spiel war es Projekt das Spiel Oh wenn ich mit Yoshi zu Tyrannen gehe Ah nein ich denke Yoshi verschwindet dann einfach Und wenn nicht dann kann der Mutant Tyrann einfach In den Mund spucken Ich denke nicht dass da viel passieren wird So hier immer vorsichtig bleiben Leute überstürzen diese Stelle gerne Und dann stürzen sie Seht ihr Da ist Custom Level nicht da Aber kann ich sagen was gewesen wäre Ja kannst du Sir wäre Präludien aus Windracker gewesen Oh was Oh das ist super cool Ich habe letztens auch gesehen dass es Ein Banjo Kazooie Hack gibt wo man in Präludien ist Hat den jemand von euch gespielt? Man ist glaube ich auch nur ein Level Haben wir von 0 angefangen? Ja Sind auch relativ Wir sind schon seit fast 5 Stunden dabei Ich bin hier gerade langsamer als ich mir wünschen würde Aber wir nähern uns der Zielgeraden langsam aber sicher Banjo Jiggies of Time ist sowieso Der einzig wahre Hack Aber ist das so ein Ocarina of Time Banjo Kazooie Hack? Ich glaube von dem habe ich auch irgendwie einen Trailer gesehen Ich dachte mir auch das sieht cool aus Ich habe ihn mir nie weiter angeschaut Komisch dass heute noch keiner fragt ob das Speedrun ist Doch das ist das Doch Ich glaube ich glaube drei Leute haben es angemerkt Ich glaube es waren drei Aber ich bin es mit der Raketendüse Das bringt mir doch nichts Das bringt mir doch nichts Ich kann auch nicht mit der dummen Raketendüse dahin Was ich merke so besonders An sich kann man viele Sprites direkt im Level einsammeln Man wird ja nicht rauskriegen Nachdem man einen eingesammelt hat Und wir können es sowieso wenn wir 70 Sterne haben Was in dem Fall dafür sorgt Dass man mehr holt als man eigentlich holt Ist glaube ich nicht ganz der Sinn dahinter ist Wir machen jetzt einfach Mutanturanna okay Nachschauen wir mal was wird so als letztes Dann wahrscheinlich Mutanturanna schlägt zurück Da sehe ich nicht mehr viel übrig Allgemein interessant was einige Leute Die Hacks aus Spielen machen Im Gamecube Bereich wird es ja langsam auch immer mehr Ja Das stimmt Von Sunshine gibt es jetzt aktuell relativ große Hacks Ich glaube da Der erste wirkliche Sunshine Hack war glaube ich auch Vor zwei Jahren oder so Und Sunshine scheint es auf jeden Fall relativ neu zu sein Gibt es schon einen Sunshine Randomizer? Wahrscheinlich nicht wirklich Ich habe das Gefühl das ist die Sache die mir noch fehlt Ein guter alter Sunshine Randomizer Ist doch seltsam Gibt es wirklich keinen? Es muss doch einen geben oder? Ich meine von den üblichen Nintendo Spielen Die haben alle ihre Randomizer Sunburn ist schon relativ alt Ich glaube nicht Ich meine dass Sunburn erst letztens rauskam oder so Aber ich würde lügen wenn ich behaupten würde Dass ich das Development in irgendeiner Hinsicht verfolgt hätte Oh von März 2020 ist der Hack Naja gut das ist ein paar Tage her Ja ich weiß von den Clips habe ich auch gehört Das will ich mir auch mal anschauen Wie ist eigentlich die Demo davon? Habt ihr die angeschaut? Jemand von euch hat sie angeschaut Wie lange geht die ungefähr? Bei dem habe ich so befürchtet Dass sie 20 Minuten geht oder so Ein, zwei Stunden je nachdem wie gut man ist Okay Können wir es durchaus im Streamer anschauen Die Hacking-Szene ist fairweise auch noch nicht so lange bei Gank-Cube-Spielen Die kommen manche Spiele ja aber manche andere noch nicht Gibt die ganze Zeit da kommt sicher schon einer Wieso? Nein das ist ja aktuell viel in Arbeit Ich meine wir hätten zum Beispiel Als kleines Beispiel Wind Waker Randomizer Super cool Und es gibt auch Es gibt auch so einen Hack Der bringt das Für die normale Wind Waker Version Dass man die Änderungen aus Wind Waker HD hat Also mit dem 7 Meilen Segel und sowas Gibt es Luigi's Mansion Randomizer? Ich weiß nicht ob Luigi's Mansion Randomizer interessant wäre Ehrlich gesagt Gerade über ein YouTube YouTube Video von HeartGold Und hast du eine Folge gestoßen In der Beschreibung steht Kato Teil Kommt irgendwann noch Was oder passiert ist eher nicht Du kannst Yoto Folgen auch so auf YouTube Also auf Mythos of Playing anschauen Ja wie ich den Yoto Teil Ich meine Könnte ich wahrscheinlich an dem Punkt Aber ist jetzt auch wieder dumm Weil ich leite auf dem Kanal eigentlich nichts mehr hoch Und Wie wäre es mit einem Twilight Princess Randomizer oder so Es gibt einen Twilight Princess Randomizer Aber Der soll noch ein bisschen Schwierigkeiten haben Weil Twilight Princess generell sehr viel gescriptet ist Zumindest ist das was ich zuletzt gehört habe Also auch schon ewig her Ich habe auch nicht wirklich viel mehr von Twilight Princess Randomizer gehört Als vermutlich mal ist der immer noch Durchaus noch nicht ganz da ist wo man sich das wünschen würde Ich warte auf den Star Fox Adventures Randomizer Ich warte auf den Star Fox Adventures Randomizer Au Skabard Sword Randos populärer Twilight Princess Randomizer Tatsächlich Mein Skabard Sword ist auch Durch seine Nichtoffenheit Relativ anstrengend zu spielen Mein Twilight Princess auch zum gewissen Ausmaß Aber nicht mal fast so sehr Halt den Tornado bei dir Oder deine Windhose Was ist das der schlechteste Drachenangriff von allen Geh mir aus den Augen Jetzt mach doch mal was anderes Dankeschön Noch Zeit Rough the Wild Randomizer scheint mir auch Relativ sinnlos zu sein Ehrlich gesagt Ich mein Was willst du randomizen Kannst halt sowieso an So viele Dinge super früh kommen Und sowas Randomize sind üblicherweise immer ganz cool Weil sie Spiele zu open world macht Die es eigentlich nicht sind Und dann Rough the Wild ist so Ey Stell dir mal vor Du könntest jetzt direkt überall hingehen Und schauen Wo du am besten hingehen willst Der ist nicht verrückt Ey Du da oben Komm mal runter Tante Runner schlägt zurück Ist so nervig Ey Der gute Angriff Wie will man Crocs randomizen Keine Ahnung Dann könntest wahrscheinlich Items randomizen oder so Aber ich habe nicht das Gefühl Dass es wirklich Viel zum Ganzen beiträgt Okay Während sie sich Während Mutanturanne sich bewegt Okay Wir haben es Es gibt Mystery Dungeon Randomizer Auch wenn ich mir vorstelle Die nicht so interessant sind Sind da halt die Pokémon Die man Hat und die man Andrifft randomize Ich meine Das ergibt Sinn Denke ich Vielleicht ist auch noch mehr Randomized Ich weiß gar nicht Aber ja Pokémon Mystery Dungeon Randomizer Ist ganz cool Schätze ich Gibt es eigentlich Einen richtigen Randomizer Für Pokémon XT und Colosseum Inzwischen Ich glaube Als ich geschaut habe War es nämlich so Nur so Dass man von Hand Irgendwie einstellen konnte Wer welche Pokémon hatte Aber es wurde nicht wirklich randomized Bei Pokémon Curseum Und XT Randomizer Stell ich mir auch Ganz cool vor Ich glaube nur den Wo man zwischen Fünf Seeds auswählen kann Okay Es sind nur so Random Packs Quasi Jetzt Pokémon Mystery Dungeon Speedrun Das ist doch bestimmt Ewig Ich meine Wenn du Any% machst Ich denke nicht Dass es so lange dauert Aber Keine Ahnung Ich meine Wenn du die Frage stellst Gibt es XY Speedruns Die Antwort ist immer ja Die Antwort ist immer ja Also von Julian Curious Sheep And I'm more Tent Resub Wie viel lieben Dank Die Antwort ist immer ja Der Speedrun existiert Okay Noch vier Steinsprites Noch vier Frage ist natürlich Ob es Viele Leute gibt Die diese Speedruns machen Und da ist bei den meisten Spielen die Antwort Ne Nicht wirklich Ja ich denke Ein Spiel ist dann schon Ganz gut aufgestellt Wenn es Eine Community hat Die das Spiel Regelmäßig Runt Zum Beispiel Was ich gesehen habe Es gibt nicht wirklich Viele Star Fox Adventures Runner Der Run scheint auch Echt nicht so interessant Zu sein Aber Die Parties machen Scheint regelmäßig Dabei zu sein Und das immer weiter Zu optimieren Aber wir haben uns Fehlt noch so Weil Mir fehlt noch so viel Wir werden Gelato Beach Jetzt noch machen Zu Pokémon XT Hier gibt es aber Einen Hack namens Pokémon X Der ein neues Set An Pokémon Drin hat Auch was Crypto Angeht Ja Das ist bestimmt Cool und sowas Aber Äh Ich finde mein Teil Spiel Pokémon XT Nicht mal fast Oft genug Dass ich mir sagen würde Ja das wäre cool Für mich So wo ist jetzt Da ist es Pokémon Mystery Dungeon Team Rot-Blau 100% Speedrun Dauert 58 Stunden Immerhin 100% Ist halt auch wieder Ist halt auch schon Sehr viel Komm schauen Okay 100% Mystery Dungeon Ist halt Was ist 100% Ist das alle Pokémon rekrutieren Weil wenn du das Spiel An sich nur zum Ende Kommst Der längste Dungeon Ist Der Himmelsturm Wie viele Ebenen Hat der 45 oder so Muss ich die ganzen 99 Ebenen Dungeons Nicht machen Das war gut Übrigens Fürs Protokoll Gerade Ich springe immer Zuerst Zum One-Up Die 99 Ebenen Level 1 Reset Plus keine Items Sind auch Schräg Ich glaube Von den Dungeons Hab ich nie Einen geschafft Haben wir den Flip Gesehen Der Mario ist richtig Reingeflippt Einfach nur die Story Sollte Any% sein Ich meine Das ist üblicherweise Worauf Any% hinausläuft Ja Das war eine Speedrun Technik Bestimmt Mir fällt gerade auf Der wilde Wickler-Kampf Ist eigentlich ziemlich scheiße Oh Ich muss erst mal Okay Wir fangen hier drüben an Er ist entgleist Oh Schreck Dann kommen wir als nächstes Die Insel da vorn Dann das letzte Ist ja ganz hinten Oh ja Hier ist noch eine blaue Münze im Sand Versteckt Zumindest mache ich Als zweites Immer die Insel Ich denke Man kann verschiedene Dinge machen Dann macht man die Insel Zuletzt Nein, nein Der kommt schon jetzt rüber Das letzte Segment Das ist der Po Das Remake hat keine Partner Reale und ist somit minderwertig Richtig Sie macht das nicht wirklich Ich weiß nicht Ich hatte glaube ich Nicht wirklich die Motivation Es überhaupt zu versuchen Alle zu rekrutieren Der Sinn nennt Da war ja gerade Dass man sieht Wie sie alle In Arealen leben Und sowas Das ist wirklich sehr Deswegen habe ich das Remake Übrigens selber Auch gar nicht gespielt Hey Weil es rekrutieren Absolut nicht möglich ist Feinheit glaube ich Das Remake Auch das wird Durchgespielt Bei uns Aber Das sieht doch schon Erschaffbar aus Und der ist geplättet Für immer noch ein Sunshine 2 Ich meine Ich werfe Sunshine 2 Aber ich glaube es würde nicht passieren Ich mochte auch sehr die Idee dahinter Dass sie eventuell Es gab ja mal dieses Eine Artwork Wo Mario eine Wassermelone gegessen hat Oder so Von Odyssee Welches sehr an Sunshine Quasi angelehnt Weil sie haben glaube ich In der Beschreibung Auch irgendwas geschrieben Oh Mario is enjoying a nice holiday in the sunshine Oder sowas Und dachte sich Oh ja Bedeutet das Bedeutet das Unter Umständen Dass ein Sunshine DLC Für Odyssee Kommt Aber es kam natürlich nicht Wenn Sunshine 2 kommt Werfe ich bei Nintendo Die Fenster ein Hey 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 Werde ich die Fenster wieder reparieren Aus Solidarität Shadow Mario Und Il Pilantissimo Oh das ist der schwere Das schwere Rennen Gegen ihn Hier kann man schnell mal Verlieren Nintendo ist unglaublich gut darin Ihren Fans Falsche Hoffnungen zu machen Nein Die Leute Machen sich nur zu viele Hoffnungen Aus jeder Kleinigkeit Das trifft aber eigentlich Auf alle Videospiele zu Leute das Gefühl haben Dass sie sich Falsche Hoffnungen machen können Und sagen sie Yeah Das glaube ich Ich glaube Dass Bloodborne Jetzt auf PC kommt Der ist schnell unterwegs Der alte Murio Das war ziemlich gut Das war glaube ich Mein bestes Rennen Gegen ihn Coole 26 Sekunden Das nächste 3D Mario Werte Wie Bowser's Fury werden Ich bin sehr gespannt darauf Ich habe mir Bowser's Fury Ich habe es heute schon mal angemerkt Als wir es gespielt haben Aber Ich habe mir Bowser's Fury Letztens erst gekauft Und ich will jetzt auf jeden Fall Im Stream durchspielen Fully und Jolly Haben so sehr von Bowser's Fury Geschwärmt Ich dachte mir Okay Ich glaube das muss ich spielen Das klingt so Als ob es mir wirklich gefallen würde Ich wollte mir das erst nicht kaufen Weil Ich habe nicht das Bedürfnis 3D World 2 mal zu besetzen Aber Bowser's Fury Klang so interessant Das werde ich mir auf jeden Fall Im Stream auch anschauen 69 Shines Nice Und aus dem Grund Bekam ich von 3D World Die UK Version Aber Das ist okay denke ich Das finde ich nicht schlecht Nur etwas kurz Ja Aber das ist okay Ich bevorzuge Auf jeden Fall Gutes kurzes Spiel Gegenüber Lange ein schlechten Spiel Ich habe Bowser's Fury Schon gut Aber auf eine gewisse Art Weise war es auch Bisschen nervig für mich Ich werde es sehen Oh mein Gott Komm schon Mario Du musst doch Oh das waren gute Treffer Tatsächlich Oh das war gut Das war gut Ich habe gesehen wie gut das war Und ich habe wieder den Long Jump vergessen Ich hätte es so viel leicht gemacht können Wenn ich einfach Ihm hinterher Gelong jumped wäre Ich würde sagen Es ist eine Zeit für das Finale Ich bin so bereit dafür Denn Ich bin hungrig Es ist Es ist schon 14 Uhr Und wir sind immer noch dabei 70 Shines An einem Tag An einem Tag So viel Gamer müsste ja erstmal sein Um das hinzubekommen Für mich war es dafür nicht wert Machen für die Liebe Zweimal zu holen Also ich habe es ja nicht gemacht Nein Wie gesagt Ich werde es sehen Ich kann aktuell noch nicht allzu viel dazu sagen Wie ich Bursas Fury finden werde Aber wollen wir an der Stelle über meinen Lieblings kleinen Bug reden Und zwar ist es Man muss Gegen den Baumstamm Von unten auftauchen Oder gegen einen Warte wie war es nochmal Man muss dagegen dann auftauchen Dann wird man irgendwie auf den Boden Dann kann man auf den Boden nochmal rumlaufen Aber irgendwie Komme ich es gar nicht hin Was ziemlich cool ist Da ist es Ich weiß es ist wirklich super cool Und jetzt kann man einfach Über den Meeresgrund laufen Man muss auch erstmal schauen Wo man überhaupt hoch genug ist Damit man wieder ans Wasser springen kann Nur aufgemalt Absolut lächerlich Moment Okay Wir sind wieder oben Einfach Metal Mario Ja Quasi Und der ist in seinem Oh mein Gott Ich wusste nicht Dass das die Sache ist Oh mein Gott Ich wusste nicht Dass der eine Oh mein Gott Wir auch hin und her Straf Das ist Das ist mein Lieblings NPC Aus dem Spiel Ich hab ihn noch nie gesehen Glaube ich Der Deckel funktioniert noch Okay Corona Mountain Stehe hier Ist wie die Krankheit Die unsere Gesellschaft fast in die Knie gezwungen hat Auf vierlei Ebenen Also weitergegangen Wer hätte ich mir ein Joker Profil Wird irgendwann geholt Aber nur fast Aber nur fast Ein 3D Marius Ein 3D Marius Darauf kann ich nicht sprechen Aber ist auf jeden Fall Das Beste Letztes Jahr war es Samstag Und da hat die Läden geschlossen Ich wusste nicht ganz Was wir machen sollen Und dann sind wir nach Österreich gefahren Zum Einkaufen Die hatten seltsame Dinge Ich hatte Ich hab Ich hab Ich glaub es war Ich glaub ich war In einem Hofer Was natürlich Der Die österreichische Version Von Aldi ist Und Ähm Was ich gesehen hab War Ähm Senf Das hieß irgendwie Würstel Senf Oder so Und es waren Ach Das Level Es waren irgendwie 1,5 Liter Für 1,5 Das ist Das ist Das ist Wild Da drüben Oh Es sieht Es sieht gut aus Gerade Fürs Protokoll Ich hab übrigens Mir auch nie die Mühe gemacht Hier die blauen Münzen zu holen Und ich bin Jeden Tag Dankbar dafür Dass ich das getan hab Es war Es war so ein riesiger Senfbehälter Es war Es war ein Erlebnis Und die hatten Super viel Verschiedene Mana Produkte Nicht nur Waffeln Sondern Ganz regalvoll Wahnsinn Das ist wie in der Schokoladenfabrik Nur mit Waffeln Sind das nicht die bleichtesten Blue Coins? Oh Gott Nein Dieses Boot steuert sich so schlecht Okay Zeit für den besten Bowser Kampf Mit Mama Peach Würde ich auch gern baden Wenn ihr versteht was ich meine Aber ich hab keine schmutzigen Gedanken Es geht nämlich um die Reinigung Ha Ich mag es sehr Dass er den Bowser Ruf aus Mario Party Gemacht hat Den macht er heutzutage Nicht mehr allzu oft Kann man Gibt es hier nicht auch eine blaue Münze Irgendwie Oh Gott War es nicht auch eine Sache? Oh mein Gott Das ist euer Problem Euer Glaube ist zu schwach Und daran geht unsere Gesellschaft zugrunde Leute haben den Glauben an Wunder verloren Und das bricht mir das Herz Ups One-Up scheinbar Okay Immerhin werde ich auch vernünftig von dem Teil noch wegkommen Okay Au Hupscher Mario Dieser Bosskampf ist halt echt dumm Vor allem er speit immer Feuer in die Richtung In die man gerade schaut Ist nicht mal eine Herausforderung Das sind ne Menge Kugel Willis Die der Kleine da in seinem Boot hat Auch Da freut er sich Er freut sich Bowser Dass er Mario den Arsch verbrannt hat Er hat fast die Badewanne umgekippt Puh Ich sehe gerade Mana Schoko Bananen Likör Das ist zu viel des Guten Und so haben wir es geschafft Oh nein Ich will die Katzen am Ende nicht sehen Ehrlich gesagt Sie ist so traurig Und das klingt immer wie ein Fußballlied Und ich weiß nicht ganz warum Ich würde sagen Wir haben ein weiteres Mal Sunshine durchgespielt Und Ich würde sagen Der Run war ein gutes Stück langsamer Als wenn ich einfach nur die siebte Mission Von jeder Welt gemacht hätte Ich denke auch immer noch Dass 70 Sterne zu viel dafür sind Aber Prinzipiell Spaßiger Spaßiger Hack Auch wenn es natürlich im Hotel Und in einigen Welt generell Nicht gut funktioniert Aber Ist nett Wenn ihr Sunshine mögt Schaut rein Und ja Wir sind fertig Ich bin wirklich hungrig Ich habe Eine gute Stunde länger gestreamt Als geplant Und ich habe davor nichts gegessen Was hättet ihr eigentlich damit vor Wo bleibt Sunshine 2 Wo wird das erfahren Es kommt einfach nicht Aber Ich würde sagen Ich will speichern Ja Wir sind soweit Nein Warte Wir sind nicht fertig Warte Nein Nur nicht wegschalten Nein 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 Pass auf Es gibt doch noch ein Level Das wir spielen können Es gibt doch noch ein Level Wir können jetzt rüberfahren Wir können jetzt Das Boot ist jetzt da Ich muss den Typ jetzt Oh Gott Okay Ich muss den Typen anquatschen Jetzt können wir uns das doch noch anschauen Ich vermute mal Das Level wird nicht ewig gehen Der Typ verlangt 10 Münzen dafür Das war absolut nicht nötig Das war nicht nötig Dass man dem Typ noch Erst noch 10 Münzen geben muss Spiel Was soll das Das ist einfach nur nervig Das ist einfach nur grundlos nervig Jetzt muss ich irgendwo Münzen finden Jetzt muss ich irgendwo Münzen finden Ich würde einfach rausspringen Und jemanden ins Fenster spritzen Okay So wer will Wer will Das Poster Das gibt Geld Oh das gibt viel Geld Jetzt fahren wir rüber Ich könnte sogar eine Sonnenbrille und eine Weihemd tun Pass mal auf War der Typ der einem das gibt Oh yes Mario ist bereit für den Urlaub Sonnenbrille und Hawaii Hemd Ich glaube ich hätte gern so ein Sunshine Hawaii Hemd Ehrlich gesagt Jetzt gibt es bestimmt irgendwo Jemand hat eins gemacht Ich mag es nur nicht Dass das Spiel so viel dunkler wird Wenn man das macht Deswegen habe ich die Sonnenbrille nie geholt Auch wenn sie an sich cool aussieht So und wir wollen zu dem roten Boot da rüber Habe ich mir sagen lassen Dann schauen wir uns doch mal an Was das Postgame für uns auf Lager hat Wow Wo bin ich da gerade reingesprungen Wow Keine Musik Ich mag es Dass alles winzig ist Ich habe gehört Die Piraten Die Linken Auf den Arm Haben die Schätze zurückgelassen Angeblich acht rote Münzen Oh Gott Das ist so ein guter Bonus dafür Vor allem ergibt es auch Sinn Weil es beides so verlassene Inseln sind Oh das Schwein Jetzt fetterst du Oh mein Gott Ich bin sehr froh Dass wir hier noch hin sind Da ist das andere Schwein Schau ich an wie winzig das alles ist Ich denke es ist eine verpasste Gelegenheit Aus dem aus der einen Münze noch Da wo eigentlich der gelbe Rubin ist Äh Noch was anderes Ähm Rote Münze hinzupacken Und das Gras hat Da war kein Link da Der das geschnitten hat Das sehe ich doch direkt So können wir da vorne hochklettern Ich werde gerne mal hochschauen Ob er Ob unsere Freunde da sind Dann wieder rum Oh Oh Äh Ich Okay Ich habe das Gefühl Das Level ist Nicht ganz so ausgearbeitet Aber das ist okay Ich habe einfach den Cheat aktiviert Mit dem Mario über Wasser laufen kann Oh oh Wir müssen rüberspringen Das ist der Skill der Link gefehlt hat Auf seinem Abenteuer Ich finde es so schade Dass gerade keine Musik da ist Die würde das Ganze noch so sehr verbessern Jups Eine Raketendüse Damit sollten wir doch ein paar neue Ziele erreichen können Da ist das Herzteil Beziehungsweise da kann man eins ausgraben Oh oh Er hat die Münze bewacht Wir können leider nicht in den Wald Was will ich da hochschaue Okay Wir haben es noch überstanden Ich war fast ins Nichts gefallen Aber ich habe gesehen Dass der gute alte Jabu Jabu Uns was Ist das Jabu Jabu? Nein wie heißt der hier nochmal? Der Typ hat uns was hinterlassen Und zwar eine rote Münze Wahrscheinlich simpel geportet worden Oder so Ja auf jeden Fall Ich meine Es würde als was allein steht Jetzt natürlich nicht funktionieren Aber als ein kleiner Bonus Ist das wirklich super cool So dann schauen wir noch da oben In die Raketendüse rauf Schauen wir nach Ob Ari und Link da sind Oh er ist einfach nur Jabu 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 Das ist auch gleichzeitig das was Professor Igitt sagt Wenn er was sagt Er sagt immer nur Jabu Jabu Ich habe das Gefühl Ich muss die da drüben killen Nein Wieder nur eine gelbe Münze Ja da drüben willst du Eine Turbodüse Will man die hier haben? Ist jetzt die Frage Ich glaube nämlich nicht wirklich Wo sind jetzt die anderen zwei Münzen? Was würdet ihr sagen? Was ist eure Einschätzung? Was würdet ihr sagen Wo sich die letzten zwei Münzen befinden könnten? Ey 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 Ich weiß es nämlich Ich sage nicht wirklich Aber wir gehen mal hier draußen Äh hier außen noch entlang Konnte neben dem Weg Gerade noch weiter nach oben gehen Aber noch ein Vorsprung Äh Ralu Mod Äh frischer Sub Baby lieben Dank Map ist nicht winzig Mario ist einfach groß Ja Wenn Mario ist Äh Er ist ein seltsam geformter Mensch Oh nein Hier ist das einfach zu Ende Okay Vielleicht das vielleicht Hinten bei den Möwen Noch was sein könnte Oh da oben ist eine Da oben ist eine Noch eine Münze Wo würde ich mich verstecken Wenn ich die Münze wäre Ich bin sehr enttäuscht Dass sie nicht einfach oben Äh In dem Teil da ist Dem Haus vielleicht Scheinlich bei irgendeinem der Häuser Oh ich muss das Schwein wahrscheinlich killen Nein den Wald können wir nicht rein Ich denke ich muss das Schwein killen dafür Ehrlich gesagt Hallo Nicht ganz Das ist eigentlich ein schlechtes Gewissen Aufgrund meiner Mordlust Vielleicht den bösen Gegner Hier bei Links Oh Mama Nein die geben auch alle nichts Hm Über die Wolkenplattformen Nein die bringen einen Wenn man die Raketendüse nicht hatte Zu der einen da hoch Das heißt da gibt es an sich Nicht wirklich was Bei den Wolkenplattformen Würde ich behaupten Au Warum hat er nur den Schaden gemacht Äh Ich denke ich werde nochmal Nach oben schauen Okay das ist sogar Für Mario zu hoch Ich denke da oben könnte es noch was geben Auf dem Schirm der Aussichtsplattform Auf dem Schirm der Aussichtsplattform Ich weiß nicht ob man da überhaupt wirklich hinkommt Pass auf den Wasser auf alles gut Ich kann hier oben auffüllen Da ist ein roter Vogel Der rote Leuenkönig Von dem habe ich schon viele Geschichten gehört Oh Gott Wo fliegt der Vogel dahin Wie soll man denn jemals Oh mein Gott Komm schon Wir haben ihn doch gleich Nein Er haut wieder ab Der der kommt wieder Der kommt wieder Die kommen alle wieder Und dann haben wir alle acht roten Münzen Ich hoffe er bekommt auch einen Shine Sprite dafür Mir fehlt da wirklich die Musik Die würde das Ganze noch ungemein abrunden Aber okay Komm schon Irgendwann wirst du durchfliegen Durch das Wasser Wir haben ihn Und der landet doch noch auf Oh Oh das ergibt so viel Sinn Der Shine Sprite spawnt da Natürlich Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen Mario Er ist nicht zusammen Das ist jetzt ein bisschen dumm Wie mache ich das jetzt am besten Wir haben es Wir müssen rüber hechten Hat Nintendo nicht immer was dagegen Wenn Leute ihre Spiele modden Ja Warum Glaubst du Die machen sich Sorgen Wegen Windbreaker Okay Ich würde sagen Wir sind fertig Wir haben das Level noch gesehen Wir haben die Mod gespielt War spaßig Charmantes Level Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Ich bin wirklich hungrig Wir werden Keine Ahnung Wenn ich wieder streamen werde Ich denke wahrscheinlich Spätestens nächstes Wochenende wieder Wir werden sehen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und dann Gute Nacht Oder Tschüss Je nachdem Ich bin wirklich